Ich lasse mir nicht absprechen, dass ich einen herzlichen VfB habe. Was ist passiert? Der VfB Stuttgart führt mit 2 zu 1, ich kann es nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Kitzelsberger, der Rund, Kedira, 2 zu 1, Führung. Und jetzt, jetzt ist das Platz! Der VfB ist Deutscher Meister! Alles oder nix, das komplette Fleisch ist aus dem Grill, aus dem Grill in die Ecke gekommen. Und endlich! Und endlich! Herzlich willkommen zu VfB STR und Ayd Mubarak an meine muslimischen Brüder und Schwestern da draußen. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt sitzt Sebastian Rose. Hallo Sebastian! Hallo Ricky! Heute hauen wir richtig rein, oder? Heute hauen wir richtig rein. Es geht mal wieder ab beim VfB Stuttgart. Aber Sebastian, einen Auswärtsblock voller nackter Oberkörper war unsere Wunschvorstellung für den vergangenen Samstagabend. Und unser Block hat geliefert. Nicht nur diesbezüglich, sondern auch stimmungstechnisch. Aber überstrahlt wurde das alles von einer unfassbaren Energieleistung unserer Mannschaft. Dieser VfB Stuttgart scheint irgendwie unbesiegbar zu sein. Angelo Stiller wird Innenverteidiger. Chris Führig wird Nationalspieler. Maxi Mittelstädt zum besten Linksverteidiger der Bundesliga. Und Siru Girassi stellt Rekorder am Fließband auf. Ist Sebastian Hoeneß ein Magier? Und was kann er eigentlich nicht kompensieren? Das ist meine Frage an dich. Sebastian Hoeneß ist einfach ein kompletter Hexer. Und wenn du jetzt deine Aufzählung vielleicht vergessen hast, ist Alex Nübel, der gegen Heidenheim nicht gut aussah. Und jetzt in Dortmund vorgefühlt 180.000 frenetischen Dortmund-Fans einfach die Bude komplett sauber hält. Also es war ein richtig guter Samstag für uns. Da habe ich natürlich alles dabei, Sebastian. Wir haben ja genügend Themen, über die es zu sprechen gilt. Ein Spiel, das sich anfühlte wie ein Finale. Intensive 100 Spielminuten hochklassiger Fußball. Wir sezieren das Spiel des VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund. Wäre das Spiel gegen den BVB tatsächlich ein Finale gewesen, müsste man vermutlich mit einem Spannungsabfall rechnen. Dafür ist aber aktuell kein Platz. Denn am Samstag kommt Eintracht Frankfurt nach Stuttgart. Was uns erwartet, erfahrt ihr in der Gegnervorschau. Eins ist jetzt schon klar, der VfB spielt 24-25 international. Um in drei Wettbewerben konkurrenzfähig zu sein, brauchen wir aber einen guten Kader. Wir sprechen über potenzielle Abgangskandidaten und geben unsere Prognosen ab zum Verbleib diverser Leistungsträger, die aktuell ja nur ausgeliehen sind. Die Lone-Army des VfB Stuttgart. So sieht es aus und da geben wir unsere Einschätzungen ab, wer denn auch in der kommenden Saison das Trikot des VfB Stuttgart tragen wird. Außerdem gibt es wie immer den Blick ins NLZ und zu den VfB-Frauen. Und auch heute beschäftigt uns der Aufsichtsrat und das Präsidium des VfB Stuttgart. Zum einen, wer wird zwölfter Mann oder Frau im Kontrollgremium oder wird sogar gedowngradet? Ja, oder geht jemand? Ja. Und kommt vielleicht jemand anders? Also das ist halt sehr volatil aktuell. So sieht es aus und gedowngradet, wenn man so möchte, wurde zum Beispiel im Präsidium. Denn heute gab Christian Riedmüller bekannt, dass er aus selbigen zurücktritt. Und auch aus dem Aufsichtsrat. So sieht es aus. Auch das werden wir einordnen, so gut es eben geht. Ich kann dir schon mal sagen, der heutige Tag hat wieder alle Rekorde gesprengt. Also eigentlich war es ja mal geplant, dass wir uns hier gegen 12, 13 Uhr treffen und dann eine Sendung aufnehmen. Stündchen aufnehmen, Dortmund besprechen, Frankfurt besprechen, NLZ, Frauen und dann nach Hause gehen. Und weiter feiern. Ja. So, aber die Vereinspolitik hat uns wieder. Auch heute nimmt dieser Part definitiv eine wichtige Rolle ein in dieser Sendung. Eins noch zum Schluss, bevor wir dann auf das Spiel gegen Dortmund schauen. Wenn euch VfBSTR gefällt, dann bewertet uns gerne auf Spotify und Apple Podcast. Und wenn ihr gerade über YouTube dabei seid, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo. Die Glocke muss man unbedingt aktivieren. Das ist ganz wichtig. Die Glocke ist sehr wichtig, ja. Für den Algorithmus, ja. Und ich habe mir sagen lassen, ich muss mal wieder darauf hinweisen, die Daumen nach oben. Die sind wirklich aus irgendwelchen Gründen essentiell für nicht nur den VfBSTR, sondern allgemein für YouTube. Das heißt, gebt uns Daumen. Wenn ihr gerade eine Maus in der Hand habt oder einen Finger übrig, dann nehmt den oder die Maus und hubert über diesen berühmt-berüchtigten Daumen nach oben, klickt ihn einmal an und verteilt Liebe. Es ist gar nicht so schwer. Es ist gar nicht so schwer. Der Daumen. Der Daumen nach oben. Er macht uns alle glücklich, muss man sagen, an der Stelle. Gut, Sebastian. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal rüber nach Dortmund. Ich sagte es ja eingangs bereits. Ich hatte bei der Partie am Samstag starke Final-Vibes. Es war ein hochintensives Spiel auf einem sehr guten Niveau. Es fielen zwar nur wenig Tore, nämlich nur eins. Aber das auf der richtigen Seite. Gott sei Dank. Aber es gab einige brisante Szenen. Die beiden Mannschaften mussten wirklich viele brenzlige Situationen überstehen. Dafür sprechen dann auch am Ende die XG-Werte. 2,48 zu 1,56 für den BVB, muss man sagen. Auch 7 zu 2 Schüsse aufs Tor für den BVB. Nur in Sachen Großchancen. Da weist, ob da eine 4 zu 3 Führung für den VfB Stuttgart aus. War der VfB denn am Ende der Partie die glücklichere oder die reifere Mannschaft? Ja, beides natürlich. Sehr gut. Es war wirklich ein Spiel, wie man sich ein Topspiel wünscht. Also zwei richtig gute Mannschaften. Und du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt, es war sehr, sehr intensiv. Beide Mannschaften hatten große Torchancen. Und ich hatte ja letzte Woche auf ein 4 zu 4 getippt. Und es war ein Spiel, das hätte vielleicht nicht 4 zu 4 ausgehen können, aber auch 2 zu 2. Also es gab auf beiden Seiten wirklich große Torchancen. Und es war ein würdiges Topspiel mit dem verdienten Sieger VfB Stuttgart, der dann vielleicht so ein bisschen glücklicher war. Kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Ja, was wir natürlich auch nicht unerwähnt lassen möchten, war eine tolle Choreo der BVB-Fans zum Stadionjubiläum. Und ich muss sagen, ich hätte schon auch mal Bock auf so eine Choreo, die das ganze Stadion umfasst. Ich wollte gerade sagen, ganz Körper Choreo, ganz Stadion Choreo ist es dann. Das sah schon gut aus, ja. Ja, muss man anerkennen. Also das war schon großartig. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es noch eine kleine Pyro-Show der Ultras. So schlecht? Ja, das war schon beeindruckend. Wobei, da steht unsere Kurve ja wirklich in nichts nach. Ich erinnere da an die tollen Aktionen, die wir gesehen haben am letzten Spieltag des vergangenen Jahres, als es die Weihnachtsgrußbotschaften aus der Kurve gab. Das war schon großartig. Aber hier natürlich auch noch mal gut. Ja, aber mal alle Tribünen mitzunehmen, alle Kurven mitzunehmen und mal das ganze Stadion einheitlich ein Motto zu vereinen, das hat schon was. Gerade wenn es halt so eine große Schüssel ist wie das Westfalenstadion, das jetzt irgendwie anders heißt. Aber das Westfalenstadion mit dann 80.000 Zuschauern, das war schon großartig. Aber wenn wir schon gerade dabei sind, ich hatte das Gefühl, dass nach der Choreo, zumindest bei den Dortmund-Fans, so ein gewisser Spannungsabfall zu spüren war. Denn man darf nicht vergessen, unsere Kurve hat wieder einen Stimmungsboykott eingelegt. Ja, aufgrund diverser, ich möchte mal sagen, Entwicklungen im Aufsichtsrat und im Präsidium. Das Ganze wurde abgebunden mit schwarzen Rauchtöpfen, wie schon in der vergangenen Woche gegen Heidenheim. Und eigentlich dachte ich, okay, das könnte vielleicht ein Nachteil für unsere Mannschaft sein. Ich hatte aber überhaupt nicht das Gefühl, dass wir damit ein Problem hatten, also unser Team damit kein Problem hatte. Und außerdem dachte ich natürlich, dass die Dortmunder mit dieser Partystimmung und dann natürlich auch mit dem Oberwasser sozusagen auf den Rängen dann einfach komplett eskalieren 90 Minuten lang. Aber genau das Gegenteil war ja eigentlich der Fall. Spätestens nach diesen zehn Minuten hast du überwiegend unsere Kurve gehört und die Dortmunder nur so phasenweise. Also du hast schon die Wucht gemerkt, die dieses Stadion hat, aber nicht so durchgängig, wie ich das eigentlich, ich muss sagen, befürchtet hatte. Ja, absolut. Und im sehr von mir geschätzten BVB-Blog schwarzgelb.de stand ja, dass Sky seine Mikrofone dann vielleicht einfach tendenziell zur VfB-Seite ausgerichtet hat. Aber ich habe jetzt noch niemanden gehört, der gesagt hat, dass der VfB nicht laut gewesen wäre. Und ich habe tatsächlich dann das Spiel nochmal nachgeguckt bei VfB-TV und ich habe wirklich überwiegend die VfB-Fans gehört, die ja nun wirklich numerisch in der Unterzahl waren. Aber es war schon sehr, sehr laut, was unser Gästeblog mal wieder da abgeliefert hat. Es war brachial. Also ich muss sagen, die Auswärtsfahrten in dieser Saison sind wirklich denkwürdig. Ob jetzt live vor Ort oder über den Fernseher ist es wirklich immer gigantisch. Da gehen auch wirklich nochmal Props an alle Auswärtsfahrer raus, auch die gelegentlich nur dabei sind. Offensichtlich gelingt es dort wirklich alle mit einzubeziehen. Und egal, ob 3.000 dabei sind oder 8.000 oder das ganze Stadion in Sinsheim besetzt wird, wir gehen ab. Genau, und da muss man ja ganz ketzerisch fragen, ob die Stimmung unter den VfB-Fans auswärts nicht sogar besser ist als aktuell daheim. Jaaa, da machen wir uns bestimmt ganz viele Freunde. Lass uns schnell auf die Aufstellung blicken. Atakan Karasor kehrte für Mo Dahoud zurück in die Startelf. Wie viele rechneten ja auch wir damit, dass er den gelb gesperrten Weidemar Anton in der Innenverteidigung vertreten würde. Aber Sebastian, unser Coach entschied sich für Angelo Stiller. Den hatten wir und auch andere überhaupt nicht auf dem Schirm, oder? Nee, überhaupt nicht. Und ich glaube, Angelo Stiller hat das schon mal gespielt. Und das war wahrscheinlich damals unter Sebastian Hoeneß in der Bayern-Jugend. Es war tatsächlich so. Du hast es vielleicht gehört. Also Sebastian hat das dann nochmal ausgeführt und meinte so, bei den Amateuren hat er das schon mal gemacht. Wohl auch sehr, sehr gut. Und deswegen jetzt nochmal. Und man darf auch nicht vergessen, gegen Heidenheim hat das in den letzten Minuten auch gespielt. Ja, genau. Und wir hatten ja aber gesagt, dass wir Karasor halt in der Position sehen, wegen seiner Kopfballstärke, gerade gegen jemanden wie Niklas Hüllkrug. Und ich hatte das schon, als ich das gesehen habe, okay, Angelo Stiller rückt zurück in die Dreierkette, oder in die Viererkette, die es dann ja meistens war, hatte ich schon so ein bisschen Bauchschmerzen. Weil ich dachte, wie will denn der kleine Mann das dann verteidigen gegen die großen Jungs von Dortmund, die da kommen. Aber er hat es halt belernt gemacht. Da kommen wir nachher nochmal ausführlicher drauf zu sprechen. Denn da hätte ich auch durchaus die ein oder andere Frage an Edin Terzic gehabt. Weil es gab ja einen Kopfballmonster auf der Bank. Aber wie gesagt, lass uns das später thematisieren. Hier wollen wir uns erstmal mit der Startelf auseinandersetzen. Jamie Leveling bekam auch mal wieder die Möglichkeit, von Beginn an zu spielen. Und man muss sagen, er überzeugte auf ganzer Linie. Das war vermutlich sein bester Auftritt im Trikot mit dem Brustring, hätte ich jetzt gesagt. Ja, also kann ich nicht widersprechen. Also für mich war das so, über die komplette Spielzeit, die er dann auf dem Platz stand, wirklich mit seinem bester Auftritt, es war nicht alles perfekt. Aber das kann es fast auch nicht sein, wenn du gegen den Champions-League-Viertelfinalisten spielst. Also da muss man vielleicht auch mal ein paar Sprüche machen. Genau, und das dürfen wir nicht vergessen. Borussia Dortmund ist eine der Top-8-Mannschaften Europas. Das ist halt Fakt, zu spielen im Viertelfinale der Champions League. Jetzt, gleich, in 40 Minuten. Also die sind schon nicht so schlecht. Und Jamie Leveling hat eine richtig gute Partie gezeigt und hat alle seine Qualitäten auf den Rasen gebracht. Abschluss, Sprints, Vorlagen, Krämpfe, alles. Ja, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Denn ich habe sie gestoppt. Ich habe sie gestoppt. Die Krampfzeit. Zum einen die Krämpfe und die Krampfzeit. Also wir werden nachher auflösen, wie viele Minuten Jamie Levelings Krämpfe dem VfB eigentlich gebracht haben, muss man sagen. Und ob zum Beispiel dann die Empörung der Dortmunder auch gerechtfertigt war. Nein. Ja, 0,9 Minuten Nachspielzeit, ausgerechnet am Jubiläum, reichten offensichtlich nicht. Dann noch ein kurzer Hinweis, bevor wir aufs System blicken. Ich habe heute nicht die Möglichkeit, Aufstellungen und Realformationen, taktische Formationen etc. einzublenden. Denn unser Dienstleister Y-Scout hat technische Probleme. Shame on you. Shame on me, genau. Deswegen müssen wir das hier herkömmlich machen. Ich kann euch aber sagen, die Spielszenen, die wichtigsten, die haben wir wieder mit dabei. Und natürlich gibt es dann auch wieder Kapitelmarken, damit ihr genau dahin springen könnt. Ja, wenn ihr euch speziell für eine Szene interessiert, was wir dazu zu sagen haben, in den Shownotes findet ihr die Kapitelmarken dazu. Also systemisch war das alles wieder sehr dynamisch. Du kannst ja eigentlich nicht von einer Grundformation sprechen, weil wir einfach super facettenreich sind. Und das beeindruckt mich wirklich eigentlich immer wieder aufs Neue. Also wie schnell die Mannschaft dann unterschiedliche Systeme adaptieren kann. Das machen sie richtig gut. Ja, und der Sebastian Hoeneß ist tatsächlich so, es gibt keine Positionen mehr. Es gibt nur noch Räume, die bespielt werden müssen, abgedeckt werden müssen. Und da rutschen immer auch wieder andere Spieler rein. Und das ist halt schon wirklich so ein Meilenstein für den VfB. Also dass man nicht mehr diese klassischen Strukturen sieht, sondern einfach ein ganz dynamisches Spiel. Das ist irre. Champions-League-Niveau, würde ich mal schon sagen. Ja, ja. Also wenn alle das tun, was sie tun sollen, dann ja. Die meisten haben es getan. Grob umrissen sah es am Samstag so aus. Mittelstädt, Ito, Stiller und Wagnumann bildeten die Viererkette. Mio und Karasor auf der Doppelsechs. Dann hattest du Führig natürlich auf der linken Seite. Jamie Leveling auf der rechten Seite. Und Seru Girassi und Dennis Undaff bildeten die Doppelspitze. Im Aufbau setzte Stuttgart auf ein 2-4-4. Ito und Stiller wurden dann von Nübel beim Aufbau unterstützt. Dann hatten wir ein sehr breites Mittelfeld mit Josh, Atar, Enzo und Maxi. Und vorne roschierten Chris, Jamie, Dennis und Seru. Genau, wobei sich auch zum Beispiel manchmal auch Mio komplett nach hinten hat fallen lassen. Und hat dann zusammen mit Stiller aufgebaut, was ich auch brutal fand. Also dass dann Stiller und Enzo Mio hinten die zwei sind, die halt das ganze Spiel aufbauen. Das war richtig schön anzugucken. Das muss man sich einfach mal vorstellen, was da für eine Qualität in Sachen Passstärke oder Passspiel eigentlich auf dem Platz stand. Also du hast halt einen Mio, der unglaublich kreative Pässe und auch sehr genaue Pässe spielen kann. Über Angelo Stiller müssen wir nichts mehr sagen. Der hat einen Fehlpass am vergangenen Samstag gespielt. Das ist eine Quote, die ist absurd. Richtig gut. Dann hast du Hiroki Ito. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Das möchte ich nicht vorwegnehmen. Lass uns erstmal kurz drauf schauen, wie der VfB gegen den Ball spielte. Da wählte Sebastian Hoeneß eine 5-3-2-Formation. Wagnumann rückte ein und Leveling eine Position zurück. Dennis Undaff arbeitete dann defensiv auch sehr fleißig mit. Führte die Lücke, die durch das Nachhintenrücken von Jamie Leveling entstanden ist, immer wieder sehr gut auf. Also sehr mannschaftsdienlich und diszipliniert. Das hat mir richtig gut gefallen. Und man muss vielleicht auch noch erwähnen, dass der VfB ja dann auch noch häufiger switchte, selbst gegen den Ball zwischen Dreier-, Vierer- und Fünferkette. Je nachdem, welche Räume Dortmund halt eben gerade belaufen hat. Und auch hier wieder. Das funktioniert beeindruckend gut. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und ich habe mir an diesem Wochenende die Mühe gemacht. Also nicht am Wochenende, das ist gelogen, am Montag war es. Ich habe mir am Montag die Mühe gemacht, anlässlich des Jubiläums, mir das Spiel des VfB Stuttgart gegen Union Berlin vor einem Jahr nochmal anzuschauen. Das letzte unter Bruno Labbadia. Und das ist eine Transformation der Mannschaft, die kannst du nicht in Worte fassen. Und es sind ja nicht wenige, die da auf dem Platz standen, die jetzt auch wieder auf dem Platz stehen. Es ist wirklich absurd. Also solltet ihr die Möglichkeit haben, an die Datei zu kommen, zwinker, zwinker, dann nutzt das mal aus und gebt euch das mal. Es ist wirklich hochinteressant. Und am besten macht ihr das vor dem nächsten Spiel des VfB Stuttgart, denn ihr werdet komplett begeistert sein von dieser Mannschaft. Und ihr denkt wirklich irgendwie, weiß ich nicht, da haben die Bayern oder die Dortmunder plötzlich Trikots des VfB Stuttgart an und spielen halt einen herausragenden Fußball. Es hat mich wirklich extrem erfreut, diese Entwicklung nochmal nacherleben zu können. Das muss ich einfach mal so sagen. Ja, defensiv besetzten wir die Räume gut, das wollte ich auch noch erwähnen. Dortmund blieb oft nur die Option des riskanten Vertikalballs oder über die Flüge mit Flanken zu agieren. Hier war der VfB dann aufgrund der mangelnden Lufthoheit, du hast es schon angesprochen, etwas zu anfällig. Und vielleicht kann ich dann doch hier kurz meinen Take anbringen. Ich habe mich wirklich gewundert, dass Edin Terzic Sebastian Haller nicht früher einwechselte. Also mir ist schon klar, dass er noch nicht bei 100 Prozent sein kann. Der kam wieder aus einer langen Verletzung. Hat gegen Bayern aber, glaube ich, eine knappe halbe Stunde gespielt. Hat auch eine Vorlage geliefert. Hat performt, wenn man so möchte. Und jetzt gegen uns kriegt er acht Minuten. Hat eine okaye Chance dabei. Ja, aber ich meine, wenn du siehst, was da alles reinsegelte und wir wirklich Schwierigkeiten hatten, selbst gegen etwas kleinere Stürmer oder Offensivkräfte zu verteidigen, gerade in der Luft. Und dann auch noch mit, fällt mir gerade ein, Leo Stergio hinten drin, der nur 1,80 ist. Es aber sehr gut gemacht hat, auch im Luftkampf. Keine Frage. Aber gegen Alea, der muss wahrscheinlich nicht mehr hochspringen. Und ist dann eigentlich schon in einer besseren Position. Also das hat mich etwas gewundert. Diese Frage wurde leider auf der PK dann nicht gestellt in Richtung Terzic. Hätte mich wirklich mal interessiert, warum er da nicht mehr drauf gesetzt hat. Weil das war halt auffällig. Gerade in der zweiten Halbzeit flogen eigentlich nur noch die langen Bälle und weite Bälle vornherein. Und da wäre Alea halt absolut prädestiniert gewesen, um dann diese Rolle auszufühlen. Gut, kommen wir zur ersten Halbzeit. Und das ging los mit einem Anstoß für den VfB Stuttgart. Normalerweise besprechen wir den nicht. In diesem Fall schon, denn er verunsicherte mich massivst. Denn es war so, dass der erste lange Ball von Ito direkt im Seiten auslandete. Und ich dachte mir dann schon, oh Gott, das wird überhaupt kein guter Abend, wenn dieser erste Ball ohne Bedrängnis direkt ins Seiten ausfliegt. Aber das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Heroes lange Bälle waren an diesem Abend einfach nur Sahne. Von 14 Versuchen kamen 9 an. Und das war ein ganz wichtiges Mittel, um immer wieder Entlastung zu schaffen. Ja, also du hast damit halt dann einfach Pressing-Situationen umspielen können. Hast natürlich dann das Tempo von dem Jamie Leveling gut ausnutzen können. Und auch von anderen Spielern, die da vorne, ich sag mal, rumspringen. Das meine ich gar nicht despektierlich. Das hat man schon sehr, sehr gut gemacht. Wir zeigten auch wieder mal ein sehr gutes Pressing. Ich werde nicht müde, das immer wieder zu betonen, weil es halt einfach herausragend gut ist. Gegen den Ball liefen Führig, Gerasi und Undaf den flachen Spielaufbau des BVB an. Jamie schob dann immer wieder über die rechte Seite nach, band dadurch Matzen in der Defensive, sodass der nicht ansatzweise so viel Einfluss auf den Offensivvortrag des BVB hatte, wie eigentlich üblich. Wir haben ja in der Gegnervorschau noch darüber gesprochen. Und dem BVB fehlte dadurch einfach ein wichtiger Initiator für das eigene Offensivspiel. Muss man einfach so sagen. Das hat Sebastian Hoeneß eigentlich wieder super gemacht. Und auch das muss ich jetzt mit einfließen lassen. Sebastian, ich werde das tausendmal abschreifen, weil ich einfach begeistert bin. Dieses Spiel war ein Trainerspiel. Und aus meiner Sicht hat Sebastian Hoeneß Edin Terzic ausgecoacht. Das ist so, ja. Und damit lassen wir das genau so stehen. Das passt so. Das hast du ja angesprochen. Also Kopfballschwäche der VfB-Defensive wurde von Dortmund nicht ausgenutzt. Und der VfB hat es geschafft, die Dortmunder halt ihren Stärken zum guten Stück zu berauben. Und das war tatsächlich Maßgabe des Trainers. Und das hat dann wunderbar funktioniert, mal wieder. Gott sei Dank. Das frühe Pressing sorgte übrigens auch gleich dafür, dass wir in der zweiten Minute die erste und in der neunten Minute schon die zweite Ecke bekamen. Auch da, klar, hatten wir einen leichten Nachteil, weil ein Zagadou ist zum Beispiel nicht dabei. Ein Anton, der kann auch mal einen Kopfball reinmachen, aber dennoch haben wir schon von Dennis Undorf auch tolle Tore nach Eckball gesehen. Leider Gottes hat es dafür am vergangenen Samstag nicht gereicht. Karasor, das muss ich auch noch ansprechen, schob deutlich weiter raus, als ich das vermutet habe. Also als ich dann gesehen habe, Stiller spielt IV, dachte ich, okay, Karasor wird trotzdem sehr weit zurückgelagert spielen und Enzo Mio übernimmt sozusagen den offensiven Part. Aber Karasor war genauso offensiv, wie wir das von ihm in den letzten Monaten gewohnt waren. Er bildete mit Mio die zweite Linie hinter den Anläufern, Chris, Seroux und Dennis. Also auch da wurde die Tiefe jetzt nicht bedingungslos von Karasor abgesichert, dem ich ja schon auch attestieren würde, dass er eine gewisse Kopfballstärke hat, weil er halt relativ groß ist. Aber auch da komplettes Risiko und es ging auf, muss man sagen. Und Enzo Mio, haben wir ja vorhin schon gesagt, übernahm die Rolle des nach hinten versetzten Angelo Stillers im Zentrum, also so Achter, Sechser, wie man es kennt. Er war deutlich festgelegter auf eine Position, als das sonst üblich ist. Seine guten Bewegungen zwischen den Ketten, die opferte Hoeneß für mehr Stabilität im Zentrum, für dich nachvollziehbar? Absolut, ja klar. Muss das Zentrum dann halt dicht bekommen. Genau, es ist natürlich eine Qualität von Enzo Mio, dass er zwischen den Ketten halt so wandert, immer anspielbar ist, nicht zu fassen ist. Aber natürlich wenn Angelo Stiller halt in die Innenverteidigung wandert und dann Enzo Mio neben Karasor sogar den defensiven Part übernimmt, dann muss er natürlich verlässlich da stehen, wo er zu stehen hat. Das hat er gemacht, da hat er natürlich seine Stärken ein bisschen gekappt, aber ich finde, er hat es das gut gemacht. Aber ich fand auch, er hat so ein paar Minuten gebraucht, um in diese Rolle reinzufinden, weil klar, es ist halt nicht sein Spiel, weil jetzt ganz klischeehaft, er ist halt der offensive Freigeist eigentlich. Und er musste jetzt gegen Dortmund halt deutlich disziplinierter auf der Position stehen. Er hat ein paar Minuten gebraucht, aber er hat es dann am Ende halt wirklich wieder richtig gut gemacht. Das ist absolut richtig. Es gab früh im Spiel eine Szene, da sorgte, ich möchte mal sagen, sein zaghaftes Verteidigen für ein gefährliches Power-Dribbling von Adeyemi, dass Ito dann mit einer riskanten Grätsche unterbinden musste. Auch um Anschluss-Follower aus meiner Sicht zu leicht Zweikämpfe. Insgesamt ist die Zweikampfquote von ihm jetzt auch nicht besonders gut gewesen. Drei von neun gewonnen, dennoch hat er gut verteidigt. Also er hat dann den Raum gut besetzt, hat Spieler zugestellt und so, das hat er schon gut gemacht. Aber die direkten Duelle, da tat er sich schon schwer, muss man sagen. Dann gab es auch noch eine Aktion, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, da rutschte er irgendwie aus und verursachte dadurch einen Ballverlust. Aber, aber Sebastian, die Reaktion darauf, die war richtig super. Denn er stand sofort wieder auf, erobertete den Ball umgehend zurück und versuchte sofort einen Angriff einzuleiten. Leider Gottes hatte er da das Problem, dass Seru Girassi etwas zu offensiv stand. Wir kennen das ja von Seru, dass er sich den auch gern fallen lässt. Aber offensichtlich ging Seru davon aus, okay, wenn der Enzo jetzt auf dem Boden liegt, dann wird wahrscheinlich nicht direkt der Angriff eingeleitet. Deswegen kann ich mich in Räumen aufhalten, die jetzt nicht so vorteilhaft für mich sind. Ich weiß es nicht, was er sich gedacht hat. Aber ich fand die Reaktion von Enzo, trotz des schweren Starts, dann mit diesem Ausrutscher, fand ich so geil. Stehst du auf und flext den halt weg und dir abgeht es nach vorne. Richtig geile Aktion. Also das hat mir richtig gut gefallen. Und genau diese hohe Intensität, das wird heute noch häufig benutzt werden. Das war halt wirklich mit Abstufungen bei jedem Spieler unserer Mannschaft spürbar. Ja, das war richtig gut. Du hast dem BVB sehr früh klargemacht, dass wir ja heute nicht irgendwie der Ehrengast zum Stadionjubiläum sind, sondern dass wir hier was abreißen wollen. Und nochmal ganz kurz auf Mio bezogen, dann reicht es auch. Der zeigte auch im weiteren Verlauf wirklich ein richtig gutes Pressing. nicht immer mit der Balleroberung, aber er zwang ihm durch sein Anlaufverhalten die BVB-Spieler zu fehlern. Ja, und das reicht ja manchmal. Du musst nicht immer den Ball erobern. Es reicht halt einfach so Druck auszuüben, dass sie dann Fehler machen. Und da war Enzo ein extrem wichtiger Spieler, muss man sagen. Genau, und Enzo Mio war dann zusammen für mich auch gemeinsam mit Dennis Undaf und auch Adakan Karasor Spieler, die so eine gewisse Zäckigkeit gezeigt haben. Also dann auch abseits des Balls oder wenn abgefiffen war, immer mal ins Wortduell reingegangen sind und so weiter und das Spiel verzögert haben. Das sind so Assets, die haben für mich beim VfB-Spiel über Jahre gefehlt, weil wir hatten solche Spieler nicht. Und auf einmal haben wir Spieler, die das können. Also auch Adakan Karasor zeigt das mittlerweile und das fand ich wichtig. Also den Gegner zu entnerven, du führst dann am Ende dann 1-0 und so weiter, verschleppst das Spiel und so weiter und lässt dir auch nichts gefallen, auch wenn du in Dortmund spielst. Ich fand das ganz wichtig und da ist Enzo Mio auch ein entscheidender Faktor, weil der lässt sich auch da nichts erzählen. Also fand ich großartig. Und das Geilste finde ich immer, wenn Dennis Undaf danach so verschmitzt lächelt. Ja, weil er genau weiß, was er gemacht hat. Genau, ich lief's einfach. Er provoziert ohne Ende, dann passiert irgendwas und die halben Mannschaften oder die Mannschaften unter sich regen sich tierisch auf und dann siehst du einen so weglaufen mit so einem Smirk und dann denke ich wieder, nicht Enzo, sorry, Dennis du bist genau der Spielertyp, den ich liebe. Exakt, das ist einfach so. Und der hat uns gefehlt tatsächlich auch, also das kann man jetzt scheiße finden, aber ich finde, es gehört auch zum Fußball mit dazu, dass wenn man auswärts dann 1-0 führt, ab der 80. ab der 70. halt solche Geschichten dann halt zieht. Wie naiv wärst du, wenn du es nicht machen würdest. Also das ist absolut gerechtfertigt. Bei einem Spieler möchte ich mein Lob bezüglich des Pressings etwas abschwächen, der Rückkehrer, wenn man so möchte. Chris Führig gefiel mir nämlich gegen den Ball nicht ganz so gut. Er nahm sich beim Anlaufen zu häufig Pausen, hätte gerade auf Riasson in ein paar Situationen aggressiver draufschieben können. Ich hätte mir auch gewünscht, dass er die Diagonalpässe von Schlotterbeck besser antizipiert hätte. Denn es ist ja eigentlich bekannt, dass Schlotterbeck immer wieder diese Bälle spielt und Chris hätte hier das ein oder andere Mal mit einer mutigeren Herangehensweise wirklich hohe Beigewinne erzielen können. Insgesamt fand ich, war das jetzt kein schlechtes Spiel von Chris Führig. Er hat auch ein ganz entscheidendes Dribbling gehabt vor dem 1-0. Ich wollte gerade sagen, also nach dem Laufweg und wo er da drei, vier Spieler rausnimmt. Also zwei entscheidende und ansonsten haben die anderen, glaube ich, einfach nur zugeschaut. Aber wir wissen ja, was Chris sonst kann. Und dann würde ich sagen, gemessen an dem war das eine durchschnittliche Partie von ihm. Es gab dann in der fünften Minute gleich eine knifflige Szene. Die Frage, Elfmeter für den BVB, ja oder nein? Ich führe mal kurz in die Szene ein. Ihr könnt sie jetzt gerade auch auf YouTube sehen. Also Karim dribbelte über Dortmunds rechte Seite an, legte den Ball am Mittelstädt vorbei und versuchte in den Strafraum einzudringen. Maxi ließ das Bein stehen, das nahm Adeyemi dankend an, suchte den Kontakt und kam zu Fall. Adeyemi fiel eigentlich in Maxis Bein und touchierte dabei, ich unterstelle ihm ganz bewusst, das Knie. Es war vergleichbar mit der Situation, ich weiß nicht, ob du es gestern gesehen hast, Saka gegen Neuer im Champions-League-Viertelfinale der Bayern bei Arsenal. Gab es eine ähnliche Situation? Ja, habe ich gesehen, ja. Also ich glaube, du kannst den geben. Ich finde aber auch Argumente dafür, weiterspielen zu lassen. Ich sehe zum Beispiel nicht, dass Adeyemi mit extremem Tempo in den Strafraum geht. Terzic meinte das ja auf der PK. Also es ist zwar eine dynamische Aktion, aber nicht im höchsten Tempo. Meiner Meinung nach, sage ich dann trotzdem, hatten wir durchaus Glück, dass Jönbeck jetzt hier nicht gepfiffen hat. Was ich dann aber wiederum sehr gut fand, dass Jönbeck diese Linie komplett durchzog. Wir haben später nochmal eine Szene auf der anderen Seite, da hätte der VfB vielleicht einen Elfmeter bekommen können. Es gab auch so eine Aktion zwischen Girassi und Can in der 15-Minute. Da bekommt Can das Knie von Serou gegen den Kopf. Es ist der Oberschenkel. Gut. Aber Girassi ist halt zwei Ebenen drüber halt einfach. Also eine großartige Szene. Natürlich, solche Situationen wurden schon gepfiffen als Strafstoß, gar keine Frage. Aber ich sehe es genau, wie du es jetzt ausgeführt hast. Also Adeyemi fällt quasi schon in Mittelstadt rein. Er sieht, da ist das Bein von ihm und er fällt da rein. Und ich habe die Szene gestern bei den Bayern auch gesehen. Und für mich ist dann für Arsenal tatsächlich noch mehr Elfmeter, als es für Dortmund gewesen wäre. Weil Adeyemi halt einfach viel zu früh sich in Mittelstadt so reinkippen lässt. Also er macht den Schritt halt schon und das Bein steht da. Also er will nur den Elfmeter haben. Aber natürlich, wenn der gepfiffen wird, dann kannst du dich auch nicht beschweren. Weil, keine Ahnung, drei von zehn werden gepfiffen. Absolut. Wenn man schon bei Arsenal gegen Bayern sind, Sebastian. Es gab ja noch einen Aufreger. Sorry, wir müssen das kurz thematisieren. Und zwar beim Abstoß von Arsenal als ein Abwehrspieler. Kid's Mistake. Als ein Abwehrspieler von Arsenal nach der Ausführung des Abstoßes sozusagen den Ball einfach in die Hand genommen hat und nochmal angefangen hat. Komm, lass uns nochmal neu starten. Und da haben sich ja die Bayern tierisch drüber aufgeregt. Ja, zu Recht. Hättest du es auch Elfmeter gegeben dann? Also ich finde die Argumentation des Schiris, dass er sagt, ich habe es gesehen. Aber so einen Scheiß pfeife ich nicht im Champions League. Viertelfinale finde ich eigentlich auch wieder großartig. Und ich fand es auch schön für alle Hasser des Frauenfußballs. Weil da gab es ja auch mal bei einem WM- oder Olympiaturnier so eine Szene, wo eine Abwehrspielerin den Ball einfach in die Hand nimmt. Also es passiert auch bei den Männern in der Champions League im Viertelfinale, dass ein Spieler einfach komplett random den Ball in die Hand nimmt und sagt, ja, trag den mal weg. Also ich verstehe schon die Intention des Schiedsrichters. Ich verstehe natürlich auch den Frust der Bayern. Weil wenn du halt Fußball spielst und während du spielst den Ball einfach in die Hand nimmst, ist es Hand. Und wenn es im Sechzehner ist, dann ist es halt Strafstoß. Also ja. Ich hätte nie gedacht, dass es mal passiert. Aber jetzt zitiere ich Mark Terenzi. The Reagans sind the Reagans. The Reagans sind the Reagans, ja. Dortmund deckte die Breite ganz gut ab, fand ich zumindest. Übten aber nicht den großen Druck aus, wenn wir im Ballbesitz waren. Sie konzentrierten sich darauf, die Räume zu verdichten und eng an den Gegenspielern zu sein. Der BVB suchte immer wieder den 4-2-4 Aufbau. Wenn sie dann mal den Ball hatten, wollten ganz offenbar lange Pässe und Diagonalbälle auf die offensiven Mitspieler schlagen. Und ja, unser Stellungsspiel verhinderte das. Weil ich fand, das war richtig, richtig gut. Wir hatten zwar ein paar Duelle mit Adeyemi insbesondere, der dann immer mal wieder gefährlich in Richtung Tor vorteil. Ja, der auch einen guten Tag hatte und seine Qualitäten komplett auf den Rasen gebracht hat. Absolut. Aber ich fand, so wie wir uns staffelten, so wie wir uns einfach im Raum positionierten, war es für Dortmund unheimlich schwer, uns zu überwinden. Also das war wirklich taktisch von jedem Spieler herausragend gut gemacht und sehr aufmerksam. Das hat mir wirklich eine Menge Respekt abverlangt. Also sie waren wirklich 100 Minuten lang brutal aufmerksam. Und das gegen eine Mannschaft, die ja, kann mir jeder sagen, was er möchte, wirklich eine hohe Qualität hat, gerade im Offensivspiel. Top-8 Europa. So sieht es nämlich mal aus. Was auch auffällig war, die doppelte Flügelbesetzung. Die klappte beim BVB nicht wie gewohnt. Haben wir ja auch in der Vorberichterstattung darüber gesprochen. Sowohl auf rechts wie auch auf links fehlten phasenweise die Mitspieler, sozusagen die Unterstützung für die Offensiven. Sancho und auf der anderen Seite natürlich Adeyemi. Und der VfB verteidigte das auch wieder sehr gut. Haben das wirklich gerade über Lebelingen auf der rechten Seite einfach gut verstanden, Matzen hinten zu binden, der sich da nicht mit nach vorne einschalten konnte. Ja, auch den hast du ja gleich am Anfang schon irgendwelche Kalamitäten quasi verwickelt. Also da gab es einen Foul und dann gab es halt Rededuelle und so weiter. Also auch den hast du ganz früh schon so ein Stück weit entnervt, glaube ich. Und auch ihnen gezeigt, hey, also heute wird es für dich wirklich schwierig einfach. Mit Ball, ohne Ball. Also wir werden dich nerven. Und das ist dem VfB wunderbar gelungen, die Dortmunder Stärken zu sprechen. Genau so war es. Und ich fand es beeindruckend, wie wir halt einfach gegen den Ball Breite und Zentrum absichern konnten. Das ist ja super schwierig. Also entweder ziehen sie dich auseinander oder du stehst zu kompakt und dann kommen die ganze Zeit die Flanken. Aber das haben wir so gut gemacht. Und also das ging mir zumindest so, als ich das Spiel live gesehen habe, ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Erst beim dritten Mal gucken oder eigentlich beim zweiten Mal schon, aber beim dritten Mal verfestigte sich dieser Eindruck noch, habe ich immer wieder gedacht, okay, also ich wüsste jetzt keinen Plan außer individuelle Fehler unserer Mannschaft, wie man uns da jetzt einfach überwinden möchte. Also das war wirklich beeindruckend gut. Kurz zu Emre Can, den haben wir ja auch in der Vorberichterstattung in den Fokus gerückt. Der ließ sich wie erwartet zurückfallen in den Spielaufbau. Und ja, Riasson und Matzen schoben dann auf die Flügel raus. Und hier möchte ich gleich nochmal Jamie Leveling loben, der wie gesagt gleich zu Beginn enorm griffig und giftig war. Nur bei den Offensivaktionen, da schwäche ich das jetzt mal wieder ein bisschen ab, das wurde später besser, da wirkte er noch so ein bisschen überhastet. Er entschied sich ein paar Mal für den falschen Weg, aber auch das sollte so nach ungefähr 25 Minuten, wie gesagt, besser werden. Ab Mitte der Halbzeit, fand ich, hat er eine super Balance gefunden, wurde immer stärker. Und wir haben ja schon gesagt, also er hat wirklich ein tolles Spiel gemacht. Gelbe Karte, Stiller, müssen wir auch erwähnen. Ja, eigentlich übel. Also da bringst du halt Stiller, der dann in der Dreier-, Viererkette die Zentrale bilden soll. Und nach neun Minuten hat der eine gelbe Karte, wo du auch denkst, okay, der Plan ist eigentlich jetzt schon gescheitert. Zumindest steht er auf der Kippe, also er darf sich halt nichts mehr erlauben. Genau, er muss halt in entscheidenden Zweikämpfen entweder wegbleiben oder er sieht halt gelb-rot und er spielt halt dann die Karte, hat sich geholt gegen Adeyemi. Also nochmal gegen Adeyemi ins Laufduell, also entweder muss er weglassen oder er ist halt draußen. Ja, es war eine dumme gelbe Karte, muss man auch dazu sagen. Also nach einer eigenen Ecke dann den Ball zu verlieren, das war ein Abspielfehler von Chris Führig. Dann hast du natürlich im Laufduell gegen Adeyemi eigentlich keine Chance, wenn du Stiller heißt, der jetzt nicht so super schnell ist. Dann muss er das taktische V nehmen, um Adeyemi zu stoppen. Aber er hätte es glaube ich nicht nehmen müssen, oder? Ich habe mir das auch gedacht, weil du hast eigentlich eine 5 gegen 3 Situation. Also man hätte darauf gehen können, das Ganze konservativ zu klären, aber ich meine, wenn er dann durchläuft und es fällt ein Tor, wird halt jeder sagen, warum ziehst du nicht das Foul? Also ich kann es nachvollziehen, dass du in dem Moment wirklich alles unternimmst, um den zu stoppen, aber wenn du es in der Totalen siehst, merkst du, okay, eigentlich stehen wir ganz gut und wir hätten das vielleicht auch weiterlaufen lassen können und dann noch besser verteidigen können. Aber sei es drum, er hat ja danach einfach so weitergespielt, als hätte er nie eine gelbe Karte bekommen. Also man hat ja überhaupt nicht gemerkt, dass er jetzt da vorbelastet ist. Gut, er hat sich auch ein bisschen aus den Zweikämpfen rausgenommen, aber wenn du das kompensieren kannst mit gutem Stellungsspiel, warum nicht? Ja, Angelo Stiller, sagen wir es nochmal ganz kurz aufdröseln, was der eigentlich hier für eine Partie gemacht hat. Also vier Klärungsaktionen, Top 3 aller Spieler, muss man dazu sagen. Grundsätzlich auch hier, ich möchte es nochmal sagen, ein fantastisches Stellungsspiel. 73 von 74 Pässen kamen an und auch, ich habe es gerade eben schon angemerkt, wenn er nicht allzu viele Zweikämpfe gewann, man hat sich irgendwie nie groß Sorgen machen müssen, dass Stiller als Innenverteidiger Schwierigkeiten bekommen könnte. Also ich wüsste nicht, wer es hätte besser machen können als Angelo Stiller. Also einer fällt mir ein, aber der durfte nicht. Ja, genau, weil er war vielleicht, ja. Ja, aber ansonsten eigentlich überhaupt kein Qualitätsanfall. Das war überragend, ja. Ja, würde ich auch sagen. Wer mir beim BVB, und das hast du vorhin auch schon mal angedeutet, ganz gut gefiel, war Karim Adijemi. Der positionierte sich einige Male sehr gut für einen tiefen Ball aus dem Zentrum. Josch stellte hinter ihm einfach nicht so den Raum adäquat zu, wie du es eigentlich machen musst, damit er nicht so gut aufdrehen kann und dann sein Tempo ausspielen kann. Glück für uns, dass der BVB diese Situation nicht noch stärker forcierte. Also ich hatte das Gefühl, das wäre vielleicht auch nochmal eine Facette gewesen, die man mit reinbringen hätte können. Also noch häufiger diesen tiefen Ball auf Adijemi zu spielen, aber das hörte mal irgendwann auf, aus irgendwelchen Gründen. Stattdessen setzten sie, wie gesagt, auf Passspiel, auf Ballbesitz. Und ich glaube, dass sie diese etwas progressivere Spielweise nicht gewählt haben, weil sie ein Stück weit Respekt hatten und vielleicht sogar unser Umschaltspiel fürchteten. Aber ich glaube, das führte dazu, dass sie etwas zurückhaltender agierten. Hast du das ähnlich gesehen? Ja, auf jeden Fall. Und es ist am Ende, glaube ich, auch 50-50 Ballbesitz gehabt. Ich glaube, es war 51 Dortmund, 49 Stuttgart. Und du hast ja schon gemerkt, dass die Dortmunder auf jeden Fall auch Respekt haben vor den spielerischen Fähigkeiten des VfB, weil ansonsten hätten sie ja viel mehr Ballbesitz gehabt. Also sie hätten schon ein bisschen Sorge, dass der VfB das machen kann, was er in dieser Saison schon so oft gemacht hat. Und sind deswegen schon so ein bisschen vorsichtiger zugange gegangen. Wir haben ja letzte Woche noch gesagt, der BVB muss dieses Spiel unbedingt gewinnen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch mit reingespielt hat. Denn gerade in der zweiten Halbzeit merktest du dann, es fehlt irgendwie die Lockerheit. Also das war offensichtlich aus meiner Sicht. Der Druck war da. Ja, absolut. Und das spielte uns natürlich dann auch wiederum in die Karten. Ein weiterer Matchplan des BVB sah vor, sich Abschüsse aus der Distanz zu nehmen. Can und Sabitzer versuchten es, ja, auch der zweiten Reihe mit flachen, aber sehr präzisen Schüssen. Und ich würde sagen, den Schuss von Can, den er abgefeuert hat, den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Die Anfangsphase war ja noch relativ chancenarm. Und in der 14. Minute versuchte es dann Emre mal aus der zweiten Reihe. Und er leitete diese Chance mit ein, spielte einen Diagonalball auf Adi Jemi, haben wir ja gerade eben schon drüber gesprochen, der im Anschluss von Leveling noch gut verteidigt wurde. Aber dann fehlte mir so ein bisschen der Druck von uns auf den Ball. Dortmund wurde es einfach zu leicht gemacht, den Ball zu halten. Das ist dann, ja, vielleicht auch irgendwie der hohen Intensität geschuldet, nicht jedes Mal so druckvoll sein kann. Dass du die Dortmunder wirklich die ganze Zeit stark anpresst und unter Druck setzt, kann ich irgendwie nochmal nachvollziehen. Aber ein bisschen mehr hätte, glaube ich, schon gehen können. So, die Kugel kam zurück zu Can, der dann aus 22 Metern abzog. Wie gesagt, kein besonders harter, aber ein sehr präziser Schuss. Den Nübel dann ja aus dem Eck kratzte, muss man sagen. Und es war schon sehr tückisch, weil der Ball kurz vor Alex ja nochmal aufsprang. Also es war eine sehr gute Aktion von Nübel, auch von Can, sehr präzise abgeschlossen. Ja, guter Schuss und eine gute Aktion von Nübel, weil wir haben auch schon oft gesehen, dass ein Keeper sich den dann vielleicht selbst ins kleine Netz reinboxt, weil er nicht mehr ganz drankommt. Und ich glaube, im Interview nach dem Match hat Alex Nübel gesagt, dass das für ihn relativ dankbar war, um irgendwie in die Partie zu kommen, um sich warm schießen zu lassen und so weiter. Aber klar, den musste er erstmal halten, aber ich glaube, es war für ihn eine gute erste Aktion. Und wir dürfen nicht vergessen, also gegen Heidenheim zu Hause drei Gegentore gefressen, darunter dieses Eigentor und dann auch beim Dritten sieht er nicht so richtig gut aus. Also das war für ihn, glaube ich, wichtig, auch gut in die Partie reinzukommen. Und also, dass der VfB in Dortmund mit dieser improvisierten Innenverteidigung kein Gegentor bekommt, da hätte ich kein Geld drauf gewettet vorher. Nee, ich auch nicht, definitiv nicht. Also das war eine herausragende Leistung von Alex Nübel. Also ich glaube, das sieht kaum einer anders. Das war einfach super gut gemacht. Nach gut 20 Minuten passte Sebastian Hoeneß die Positionierung von Mittelstadt an. Das ist mir aufgefallen, zog ihn weiter nach innen, Führig hier die linke Seite. Und diese kleine Anpassung führte zur ersten Chance des VfB Stuttgart. Ito baute über Führig auf, Maxi, wie eben erwähnt, weiter innen mit viel Platz, wurde von Chris tief geschickt. Mats Hummels verteidigt das einfach zu zögerlich, sodass Maxi wirklich eine herausragende Flanke aus einer schwierigen Position ins Zentrum spielen konnte. Und in der Mitte verschaffte sich Girassi mit einem sehr unnachahmlichen und ihm typischen Laufwegplatz, um den Beidern per Kopf Richtung Tor zu bringen, was leider nicht funktionierte. Er ging daneben. Er bekam nicht genug Druck drauf, hatte ich so das Gefühl. Aber es war eigentlich auch eine hundertprozentige für Girassi. Ich muss gerade sagen, eigentlich macht er den. Die Flanke ist halt perfekt getimt. Er kriegt ihn eigentlich auch gut auf den Kopf, setzt ihn dann, glaube ich, so einen Meter neben den rechten Pfosten. Aber eigentlich ist es ein Tor. Eigentlich ist es ein Tor. Eigentlich macht er den, ja. Dennis wäre übrigens auch noch bereit gewesen, verschaffte sich über so einen Schubser gegen Matzen möglicherweise sanktionswürdig etwas Luft. Aber ich habe danach in der Kommunikation zwischen Siru und Dennis bemerkt, dass Dennis Siru nochmal darauf Aufmerksam gemacht hat. Mensch Junge, bleib doch weg, dann bin ich da und kann praktisch mit Wucht sozusagen in die Flanke reinspringen. Und Siru ist ja mehr oder weniger aus dem Stand nach oben gegangen und konnte dann halt einfach den Ball nicht so drücken. Aber ja, das war eine gute Gelegenheit für den VfB Stuttgart. Die größte Chance, wenn du mich fragst, die konnten wir in der 31. Minute sehen. Und das war eine für den BVB. Sabitzer eroberte gegen Mittelstädt den Ball. Für mich grenzwertig. Ist das für dich ein Foul? Ich habe es mir ein paar Mal angeguckt und dachte, oh, das ist ein Foul, aber Mittelstädt reklamiert halt null. Und das ist für mich immer ein relativ guter Indikator, ob es ein Foul war oder nicht. Und wenn Mittelstädt nichts sagt, dann war es wahrscheinlich kein Foul. Aber es sah schon so ein bisschen nach Wrestling aus irgendwie. Ich weiß nicht, wie der Griff heißt beim Wrestling, aber er nimmt es halt irgendwie und sie gehen beide zu Boden. Ich weiß nicht, ein Piledriver oder irgendeine Bodypress oder irgendwie so. Ich weiß nicht, aber es sah schon relativ wild aus, aber Maxi reklamiert nicht, beschwert sich nicht. Deswegen denke ich, wahrscheinlich war es okay. Also mehr Beschwerden wagen. Ja, mehr Beschwerden wagen. Hummels nahm den freien Ball auf. Chris, da sind wir wieder genau bei dem Punkt, den ich vorhin schon gemacht habe. Kam nicht schnell genug ins Gegenpressing, sodass Mats halt den langen Ball auf Adeyemi spielen konnte. Auch schon häufiger heute Thema gewesen. Wagnermann stand dann gegen Karim eigentlich ordentlich, muss ich sagen. Er rutschte aber nach so einer Körpertäuschung von Adeyemi aus, sodass Adeyemi ja etwas Luft hatte, um sich aufzudrehen. Was ich dann auch wieder gut fand, Josch verlor nicht den Anschluss. Ja, also er ging mit behinderte Karim Adeyemi durchaus entscheidend am Torabschluss. Und Nübel dann mit einem tollen Stellungsspiel suchte zügig seine Position, lenkte dann mit dem abknickenden Bein den Schuss von Adeyemi ins Tor aus. Und ja, Alex hatte in dieser Szene mit Sicherheit auch etwas Glück, weil ganz ehrlich, also für Adeyemi war es fast schwerer, Nübes Fuß zu treffen, als das eigentlich leere Tor. Ja, wenn ich es jetzt mit meinem Laienwissen bewerten müsste, würde ich sagen, Adeyemi hätte den Abschluss ein bisschen früher suchen müssen. Aber wenn ihr die Szene jetzt gerade nochmal anschaut, seht ihr, dass genau in dem Moment, als Adeyemi hätte vielleicht abschließen sollen, er so ein bisschen aus der Balance kommt. Und das war ein Verdienst von Josch Wagner. Ja, weil der hinten dran bleibt und ich bin ja großer Fan von Interviews von Alex Nübel, weil er wurde ja dann nach dem Spiel darauf angesprochen, auf seine Leistungen im Spiel. Und er sagt ja auch, also der Ball von Eimbruncan war für ihn dankbar, um reinzukommen. Und zu der Situation hat er gesagt, es war gut, dass er mich angeschossen hat. Echt? Ja, was er wirklich gesagt hat. Egal. Und er hat dann sogar, ich glaube es war Patrick Wasserzieher, hat dann sogar interveniert und hat er angeschossen. Ja, okay, ein bisschen hat er schon was gemacht, aber wie du sagst, also er stellt den Fuß raus, ja, aber die Fläche ist ja sehr, sehr klein. Und genau da geht der Ball halt drauf, also mit einem besseren Abschluss ist er natürlich drin. Aber Alex Nübel hat getan, was er tun kann und wurde dafür belohnt. Also großartige Aktion von ihm wieder und natürlich die größte Chance in der ersten Halbzeit und Dortmund musste eigentlich in Führung gehen. Ja, normalerweise ist das so. Allerdings haben wir es dann doch noch in die Halbzeitpause geschafft. Ich war ganz froh, als dann abgefiffen wurde und wir mal kurz durchschnaufen konnten. Zur Halbzeit musste Sebastian Hoeneß Joscha Wagnermann auswechseln. Inzwischen wissen wir, dass der Grund dafür eine Ermüdungsreaktion im Mittelfuß von Josch war. Können wir nachher noch drauf zu sprechen. In der Gegnervorschau für das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Für ihn kam Leonidas Stergio in die Partie und wir haben es ja vorhin schon angedeutet, der machte das eigentlich ordentlich. Der machte das sehr ordentlich, also ich erinnere mich dann... Ganz kurz, muss ich intervenieren, kein Zweikampf gewonnen. Er hat nicht einen, also laut Statistiken nicht einen Zweikampf gewonnen, aber ist egal, es sah trotzdem gut aus. Ich meine, er hat glaube ich ein Tor von Niklas Füllkrug zu 100% verhindert und wenn das nicht als gewonnener Zweikampf zählt, dann soll es mir recht sein. Aber er hat das sehr, sehr ordentlich gemacht und was ich bei ihm so erstaunlich fand, er wird da reingeschmissen und er hat total mutig gespielt. Auch da reden wir später drüber, eine sensuelle Vorlage für Dennis Undorff gegeben und er hat sich nicht hinten irgendwie am 16. eingebuddelt und auf die Dortmunder gewartet, sondern er war auch offensiv wirklich sehr aktiv und das hat mich schon überzeugt. Ja, mich auch. Also ich fand es eine richtig gute Leistung und ich muss im Nachhinein sagen, hätte sich Hoeneß für Stergio sozusagen als Anton-Ersatz entschieden, ich glaube, das hätte auch funktionieren können. Also egal, egal, wofür sich über Stergio und Hoeneß entscheidet, es wird immer funktionieren. Das scheint, der hätte wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, mich Silas, oder Silas in die Viererkette stellen können, auch das hätte funktionieren. Wem würdest du eher nehmen, Silas oder mich? Ich glaube, du bist Kopfhalsstärker. Aber ich habe nicht so viel Spielwitz und bei allen Dingen nicht das Tempo und auch nicht dieses Lächeln. Ja, das stimmt natürlich. Dafür kann ich krimmig gucken. Kann ja auch was wert sein. Gut, wie schon in der ersten Halbzeit, sehr intensiver Beginn, auch in dieser zweiten Halbzeit, in der VfB, muss man sagen, kam gut aus der Pause. Auch in der 47. Minute war Jönbeck nochmal gefragt, aber es gab davor auch durchaus eine gute Gelegenheit für den VfB Stuttgart und dann eben erst eine strittige Situation. Lass uns mal kurz draufschauen. Trotzdessen, dass Dortmund den VfB in dieser Situation wirklich gut presste, befreite man sich und erspielte sich wirklich die erste Chance der zweiten Halbzeit. Das hat man einfach gut gemacht. Mio verteilte als klassischer Achter die Bälle grundsätzlich gut aus dem Zentrum und so auch diesmal links raus auf Führig, der den durchsteckte auf Mittelstedt. Und da sind zwei Dinge auffällig. Erstens, Levelingslaufweg. Das ist das erste. Er suchte auch dann im weiteren Verlauf der Partie immer wieder die Ballnähe und klebte nicht wie in der ersten Halbzeit so dogmatisch auf dem rechten Flügel. Du hast einfach gemerkt, er wurde so ein bisschen von den Defensivaufgaben entbunden, weil ein Wagner natürlich offensiver denkt als ein Stergiu und hat er dadurch mehr Freiheiten. Und das kam ihm zugute, weil das ist mir hier in der Szene extrem aufgefallen, wie er da den diagonalen Laufweg wählt und einfach dadurch auch wieder Räume für seine Mitspieler reißt. Und natürlich auch erstmal für Unruhe in der Dortmunder Defensive sorgt. Und zweitens, auch wieder das Thema Laufweg, diesmal der von Seru Girassi. Und da ist es einfach beachtenswert, welches Gespür Girassi inzwischen für Räume hat. Also das ist ein Instinkt, der ihn von normalen Stürmern, finde ich, noch einmal abhebt. Also auch von guten Stürmern. Das ist wirklich herausragend. Dann kam ein gutes Zuspiel von Maxi auf den ersten Pfosten, den Seru auch andief und auch beinahe zum Abschluss kam. Und ich sage das gerade eben, ähnlich wie in der ersten Halbzeit gab es jetzt ja auch in der zweiten Halbzeit gleich diese knifflige Szene für Jöllnbeck. Denn Schan stellte gegen Girassi den Fuß rein. Definitiv lag eine Berührung vor, aber die Situation ist für mich auch wirklich absolut vergleichbar mit der in der ersten Halbzeit zwischen Adeyemi und Mittelstadt. Weil auch Seru fiel schon, bevor er überhaupt berührt wurde. Auch hier kannst du geben, ich fand es konsequent, dass Jöllnbeck für beide Aktionen keinen Elfmeter gegeben hat. Hier sehe ich genauso. Also er hatte eine richtig gute Spielleitung, einen guten Maßstab in den Zweikämpfen. Und dass er dann weder den einen noch den anderen vermutlichen, vermeintlichen, zweifelhaften Elfmeter gepfiffen hat, spricht für ihn. Also der Maßstab war der gleiche und das gegen Girassi war für mich noch weniger Elfmeter als das in der ersten Halbzeit gegen Adeyemi. Also völlig okay, da weiterlaufen zu lassen. Weil wie sagen die Tränen mal, sonst gibt es in jedem Spiel zwölf Elfmeter. Wäre aber auch unterhaltsam. Total, ja. Und wir hätten endlich mehr Tore gehabt. Gut. Nächste Chance, die hatte der immer stärker werdende Jamie Leveling. Stergio, hier mit viel Übersicht spielt Dennis, der mit dem Rücken zum Tor steht, an. Dennis verlagert dann zügig auf die linke Seite. Führig und Mittelstadt dann mit dem üblichen guten Zusammenspiel. Chris steckte dann durch auf Maxi, der flankte. Hummels klärte zunächst, aber der VfB sofort wieder mit gutem Gegenpressing, sodass Chris den Ball zurückeroberte. Und mit Tempo dann auf den Strafraum oder beziehungsweise erst mal Richtung Grundlinie lief und dann in den Strafraum. Und er hat wirklich enorm viel Zeit. Er steht an der Grundlinie im Dortmunder Strafraum, die BVB-Spieler, viel zu passiv. Also da wäre ich als Trainer komplett eskaliert und wäre vielleicht auf den Platz gerannt, weil das geht gar nicht. Du kannst nicht so einen Offensivspieler das so lange so frei stehen lassen. Und im Rücken der Dortmunder Abwehr stehen Girassi und Leveling als Empfänger bereit. Und Karasor lief zusätzlich noch aus dem Rückraum mit ein. Da haben wir wieder die gute Strafraumbesetzung, über die wir auch schon oft hier gesprochen haben. Dann gibt es diesen Chip-Ball von Chris auf Jamie, der wirklich viel Zeit hatte. Dafür, dass es eine Strafraumsituation ist, hat er enorm viel Zeit gehabt. Den Ball aber nicht kontrolliert, sondern den Ball wolle nahm. Es war, kann man nicht anders sagen, ein schwacher Abschluss, ein schlechter Abschluss, der dann auch neben den Kasten ging. Also wenn du mich fragst, von allen Optionen, die Jamie hatte, war das wirklich die schlechteste? Ja, tatsächlich. Und wir hatten eben schon mal die Champions League angesprochen, gestern. Ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich auch gesehen. Das 3 zu 3 von Real Madrid, ähnliche Situation. Also der Ball wird nicht aus dem Stand irgendwie reingelöffelt wie von Chris Führig, sondern kommt schon aus der Bewegung rein. Aber am zweiten Pfosten steht dann, ich glaube Valverde war es, und der schweißt dann halt dann mit rechts einfach links ins lange Eck rein. Und das war die gleiche Situation. Und da sieht man halt auch, warum dann Jamie Leveling, Leihspieler von Union Berlin beim VfB ist und nicht für Real Madrid spielt. Aber es war eine ähnliche Situation, ich fand es aber auch gerade von Chris Führig total stark. Also wie er nach dem Ballverlust den Ball sofort zurückgewinnt, dann mehr oder weniger zur Grundlinie läuft, den Ball stoppt, sich umguckt und den dann wirklich aus dem Stand ja wirklich reinlöffelt, perfekt auf Jamie Leveling. Also wir reden von Chris Führig, der vor einem Jahr noch ständig die falsche Entscheidung getroffen hat. Und jetzt macht er halt fast immer das Richtige. Und er bräuchte halt nur noch Spieler oder Empfänger für seine Pässe, die dann auch das Richtige machen. Aber auch der Abschluss von Leveling war natürlich richtig, aber er war halt viel zu unpräzise. Aber was man vielleicht lobend erwähnen sollte, direkt im Anschluss war Jamie sofort wieder präsent und klärte einen Dortmunder Angriff. Also Chance abgeschüttelt und schnell wieder den Fokus gefunden. Das ist auch eine Qualität. Absolut. Also das habe ich gerade bei Jamie Leveling auch schon anders gesehen. Und da muss man sagen, auch wieder ein Prozess, der offensichtlich vonstatten geht. Immer noch, würde ich behaupten. Also das war, fand ich, auch eine richtige Reaktion auf diese verpasste Gelegenheit. Dortmund setzte in der zweiten Halbzeit noch mehr auf hohe Bälle. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, vielleicht wäre dann Haller eine Option gewesen. Und auch wenn wir ja die erste Chance im zweiten Durchgang hatten, also wir, der VfB Stuttgart, muss ich sagen, der VfB presste, nee, der BVB, jetzt bringe ich es nicht komplett durcheinander, der BVB presste in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Aber dennoch schaffen wir es immer wieder, und das ist auch wieder beeindruckend, und muss man erwähnen, das Pressing zu umspielen. Also entweder, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, durch die langen Bälle von Ito oder auch durch eine sehr hohe Präzision im Aufbau. Das ist unglaublich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und grundsätzlich, um das ja auch nochmal festzuhalten, on tape sozusagen, hier trafen zwei Mannschaften aufeinander, die absolute Top-Leistung abriefen. Also das hatte Finalkarakter, das habe ich schon mehrfach gesagt, und es war einfach wirklich ein extrem hochklassiges Fußballspiel. Und wir kennen das ja, wenn Topspiele stattfinden, dass es durchaus auch mal sein kann, dass man sich denkt, oh Gott, warum habe ich mir jetzt 90 Minuten Zeit stehlen lassen von so einem langweiligen Kick. Das war definitiv nicht der Fall. Ja, absolut. Und man darf ja nicht vergessen, es war der VfB, der in Dortmund spielt. Und dass der VfB zu Hause gegen Heidenheim sein Spiel weitestgehend durchzieht, dass er diese Saison so zelebriert, ist ja klar. Aber der VfB hat es halt auch in Dortmund, natürlich nicht immer, aber phasenweise geschafft, also dieses Passspiel komplett aufzuziehen halt. Und das fand ich halt so beeindruckend. Man hat dann wieder die Phasen gemerkt, wo die Dortmunder Stärke wurden, das komplett unterbunden haben, wo der VfB dann nicht mehr in sein Spiel reingekommen ist. Aber dass man es in Dortmund überhaupt schafft, mal dieses Spiel aufzuziehen und nicht nur reagiert, sondern die ganze Zeit auch agieren kann, das fand ich überragend. Ja, Punkt. Ja, Punkt, ja, es war überragend. Niklas Füllgrug hatte nach 60 Minuten seine erste Chance, glaube ich, im Spiel. Keine schlechte, ja. Ja, gab es eigentlich nichts. Also gerade auf der linken Seite ließen wir dem BVB zu viel Platz. So auch hier, Führig und Mioh waren nicht konsequent genug und ließen die Dortmunder den Ball zirkulieren. Das verschaffte dem BVB Zeit, um nachzurücken und die eigene rechte Seite zu überladen. Wir hatten dann eben eine 2-gegen-3-Situation. Riasson schlug dann den Ball rein und im Zentrum musste der 1,83 kleine, wenn ich so sagen möchte, Stiller gegen den 1,90 großen Füllgrug verteidigen. Das misslang und wir hatten Glück, dass Füllgrugs Timing bei diesem Kopfball nicht ideal war. Stergio störte meiner Meinung nach noch entscheiden und fälschte den möglicherweise ab, den Ball. Und ja, Nübel kann den dann entspannt aufnehmen. Aber da hat man gesehen, was dann vielleicht für den BVB hätte funktionieren können. Man stelle sich jetzt vor, statt Füllgrug stünde da Aller. Ich glaube, der hätte ihn halt gemacht. Ja, also der Situation fand ich es auch richtig stark von Stergio, wie er dann noch stört. Mit dem Rücken zum Tor, also wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation für ihn eigentlich. Er macht es halt richtig gut. Aber du hast es angesprochen, dass dann Dortmund nicht öfter dieses Missmatch gesucht hat, über Füllgrug oder dann auch über Aller noch dazu, eigentlich unverständlich. Weil da hast du gesehen, die haben halt klare Größenverteile und eigentlich muss da eine Flanke nach der anderen reinsegeln auf die zwei langen Jungs. Aber auch gut verteidigt halt dann auf den Flügeln von uns. Ja, natürlich, ja, klar. Also die haben viele Flanken geschlagen, aber es hätten auch noch mehr sein können. Und das haben wir dann das eine oder andere Mal gut verteidigt. Dann, Sebastian, begann die stärkste Phase von Jamie Leveling, der immer mutiger wurde und ja mit starken Dribblings den BVB wirklich stresste. Er nahm sich den Angeboten in den Raum, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, und suchte Abschlüsse und Zuspiele. Stiller antizipierte immer besser, ist mir auch aufgefallen. Die Steilpässe der Dortmunder wurden immer wieder von ihm abgefangen. Also nochmal beeindruckende Vorstellung des Aushilfs in den Verteidigers. Und ja, die beiden von mir gerade Angesprochenen spielten auch eine entscheidende Rolle beim nun folgenden 1 zu 0 für den VfB Stuttgart. Schanz Passversuch auf Vöhlkrug wurde von Angelo Stiller gut antizipiert und abgelaufen. Aber der Pass war auch nicht gut, oder? Der war nicht gut, aber... Ich meine, Stiller musste ja eigentlich gar nicht ablaufen, sondern der kommt ja quasi zu ihm. Nee, er muss einen Schritt machen. Er macht zwei, drei Schritte, ja. Aber er muss nicht irgendwie dahin laufen oder so. Genau, aber der Ball wurde noch nicht gespielt. Und dann hat Angelo Stiller sich schon entschieden, ich rücke jetzt raus. Weil er hat es dann später, glaube ich, auch irgendwie erklärt. Ja, eigentlich zu riskant, hat er, glaube ich, gesagt. Also der Move, dass er so spekuliert, ist eigentlich zu riskant für den Innenverteidiger. Auf der Sechs macht er sowas ständig, weil da ist es okay, wenn er den Ball dann vielleicht nicht bekommt. Aber da hat er halt spekuliert, geht ins Risiko und wird halt sofort belohnt. Ja, weil Can hätte ja einfach nur eine andere Fußhaltung wählen können. Und dann vielleicht diesen freien Raum, der hinter Angelo aufgeht, bespielen können. Hat er aber nicht gemacht. Ich gebe dir recht, es gibt bessere Pässe als die, die wir da gesehen haben. Trotzdem sehr mutig, von Stiller da nach vorne zu stoßen. Und sofort erfolgte wirklich ein überlegter und auch raumgreifender Pass auf Führig. Auch hier wieder sehr mutig. Nicht erst mal warten, gucken, sondern sofort ging es nach vorne. Dann gute Give-and-Go-Aktionen zwischen Girassi und Führig. Chris anschließend mit seinem besten Dribbling in diesem Spiel, muss man sagen, gewann zwei wichtige Dribbling-Aktionen gegen Schlotterbeck und Marzen und spielte erneut Serou an, der dann wirklich in bester Spielmacher-Manier den Ball annahm und nach außen auf Levening weiterleitete. Genau, aber nochmal das Dribbling von Chris Führig von ganz links eigentlich nach ganz rechts. Und damit nimmt er eigentlich die komplette Dortmunder Defensive aus dem Spiel raus. Also zumindest ins Mittelfeld. Die Innenverteidigung steht natürlich noch, aber dieser Laufweg zerstört einfach alles, was sich Dortmund da vorgenommen hat im Mittelfeld. Ja, weil sie auch zu langsam waren in dem Moment, muss man sagen. Und ich habe nachher noch eine Pointe sozusagen zu diesem Angriff. Das finde ich auch nochmal beachtenswert. So Jamie, müssen wir vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, der legt hier wirklich einen Sprint vom eigenen zum gegnerischen Sechzehner hin. Das kennen wir ja, er läuft immer mit. Es gibt auch andere Menschen, die das schaffen, aber die schaffen es dann unter Umständen nicht, einen blitzsauberen Ball ins Sturmzentrum zu spielen. Aber richtig gut, ja. Und das hat er geschafft, absolut. Und auch hier mal wieder bemerkenswert, wie sich Sehru positioniert. Es sieht für mich manchmal so aus, als wisse er als Einziger, was, wann und wie passiert auf dem Platz. Und zwar bereits in dem Moment, als Stiller diesen Schandpass abfiehlt. Also das ist wirklich teilweise absurd, weil du siehst ja dann, wenn er Richtung Strafraum läuft, der zieht das Tempo überhaupt nicht an. Der verlangsamt, du merkst einfach so, ja gut, ich weiß, der Ball kommt da hin und lass die anderen mal rennen. Ja, aber die Standbelangung ist ja schon skurril. Also ich glaube, Riasson deckt hinten Dennis Underf ab, Mats Hummels und Nils Schonderbeck sind ja auch im Sechzehner, die decken, weiß ich nicht, den eigenen Fünfer. Und Sehrui Rassi steht auf dem Elfmeterpunkt ungefähr da und steht halt wirklich glockenfrei und wartet auf den Ball von Jamie Levering, der dann auch kommt. Dann bringe ich jetzt gleich meinen Tick, den ich eigentlich als Pointe bringen wollte. Du siehst ja genau den Unterschied zwischen dem BVB und dem VfB Stuttgart. Beim BVB war das eine sehr hektische Aktion, dieses Verteidigen dieses Konters. Und beim VfB war das eigentlich eine sehr ruhig und kontrolliert gespielte Aktion. Absolut, ja, ja. Also achtet nochmal auf den Angriff, ich lasse ihn jetzt nochmal laufen. Dieser Konter wird wirklich ruhig und kontrolliert ausgespielt. Das ist kein Chaos-Moment für den VfB, das war einfach nur höchste Präzision. Und der Chaos-Moment, den hattest du auf Dortmunder Seite. Deswegen haben die halt den wichtigsten Mann sozusagen in unserer Offensive komplett vergessen. Weil Dortmund hat ja beide Innenverteidiger im eigenen Strafraum und keiner geht auf Gerassi. Nee, also es war für sie Chaos, Stress pur. Sie waren ein Stück weit überfordert damit und der VfB spielt das halt runter wie auf Schienen. Also das war beeindruckend, wirklich. Der Abschluss von Serou ist dann hart genug, um das Defizit der fehlenden Präzision so ein Stück weit auszugleichen. Kobel kommt zwar noch ran, aber bei der Power bist du chancenlos. Also toller Abschluss, tolles Tor. Und ja, ich war erstmal beseelt, möchte ich sagen. Nach dem Treffer, Sebastian, wechselten beide Trainer. Beim BVB kam Matcher für Brandt und beim VfB Chong für Führig. Müssen wir kurz drüber reden, das war das 24-Saisontor für Serou-Guerassi? Das hätte ich natürlich im Fazit noch mit. Aber nein, 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 ich finde es absolut gerechtfertigt, dass wir hier uns Zeit nehmen für unseren neuen Rekord-Torschützen. Noch gleich auf mit dem anderen Rekord-Torschützen auf eine Saison. Und ich finde es so schön, dass Serou-Guerassi dann erst seinen Signature-Jubel macht. Ich weiß gar nicht, was es ist. Die Wege, die Welle, keine Ahnung. Und dann tatsächlich den Mario Gomez-Torero-Jubel macht. Und das finde ich schon schön, dass auch im Jahr 2024 ein Spieler, der noch nicht so ewig lange beim VfB Stuttgart ist, sich schon dann auch des Erbes, der Legacy, sagt man ja, dieses Klubs dann wirklich bewusst ist. Und diesen Jubel auch bewusst wählt. Das ist richtig schön zu sehen. Es war eine wunderschöne Aktion. Es war ein toller Moment. Einfach für uns VfB-Fans. Total, ja. Weil ich kann mich erinnern, wir haben ja Ausgaben aufgenommen, das liegt zwar jetzt schon ein paar Jahre zurück, aber da haben wir immer wieder gesagt, also welcher Stürmer soll denn bei uns mal zweistellig treffen? Und jetzt auf einmal hast du so eine Maschine da vorne drin. Und der spult halt nicht nur sein Programm ab, sondern der lebt diesem Verein. Also auch wenn der jetzt im Sommer gehen sollte, auch wenn das passiert, glaube ich, dass er dem VfB immer verbunden sein wird und ihn auch weiter im Herzen tragen wird. Und das zeigen mir solche Aktionen. Und der weiß halt einfach, was beim VfB ja los war, wer Mario Gomez war, was für eine Bedeutung er hat. Und wie der jubelt, also der steckt ja Energie rein, um sich zu überlegen. Ah, das steht noch. Also was passiert denn, wenn ich jetzt auch 24 Tore mache? Was bedeutet 24 Tore? Wer ist denn der andere? Und wie hat der gejubelt? Also da ist ein Spieler, der jetzt beim VfB spielt, der dann wirklich weitaus mehr ist als irgendein x-beliebiger Söldner. Identifikationsfigur. Genau, also der identifiziert sich mit dem VfB, wir mit ihm. Und egal, ob er jetzt bleibt oder nicht, das fand ich schön zu sehen. Dass er dann wirklich einen Rekord für den VfB einstellt und sich dessen auch sehr, sehr bewusst ist. Und er hat noch einen zweiten Rekord eingestellt. Ich glaube, es war das neunte Mal, dass er das 1 zu 0 geschossen hat. Also er ist Seru, der Dosenöffner, Gerasi. So ist er. Aber, also, ich saß vor dem Fernseher, ich weiß es noch genauer, und er hat mich ein bisschen geärgert, dass Enzo Mio den Jubel gecrashed hat, sozusagen. Aber ich fand es schön, dass es dann tatsächlich als Foto ja doch dann ihn halt in Perfektion gibt, wie er den Jubel macht. Aber ich habe gesehen, er streckt den anderen Arm aus und Mario Gomez hat ihn, glaube ich, immer so reingestellt. Aha. Also, beim 25. dann. Noch Verbesserungsbedarf. Ich wollte schon sagen, was macht er denn dann? Also, mal gucken, was dann so passiert. Zurück zu den Umstellungen. Also, Chong, für Führig, haben wir gerade eben schon gesagt, der VfB stellte damit gegen den Ball auf 4-3-3 um. Underv ging auf die linke Seite und, ja, man muss sagen, er macht es gegen den Ball auf keinen Fall schlechter als Chris Führig, der, wie gesagt, gerade gegen den Ball keinen so guten Tag hatte. Mit Ball hätte Dennis Underf nach 70 Minuten eigentlich das 2-0 machen müssen, Sebastian. Leveling setzte sich einmal mehr stark gegen Matzen durch und auch gegen Adeyemi spielte so Stergio frei, der dann aus dem Halbfeld, aus dem Halbfeld, so heißt es richtig, den einlaufenden Underf mit einer Flanke bediente. Aber was für eine Flanke. Wo kamen die denn her? Wo die sich da so zurückzieht halt, perfekt auf seinen Kopf, die war schon richtig groß. Und das habe ich gesagt, also Stergio hat sich nicht nur darauf beschränkt, halt hinten irgendwie seine Seite zu verteidigen, sondern der hat auch wirklich in die Offensive mitgearbeitet. Und, ja, das Highlight war dann tatsächlich diese Flanke, die meiner Meinung nach zum 2-0 hätte führen müssen, weil das war eine richtig große Chance und das ist jetzt wahrscheinlich eine unpopuläre Meinung. Aber Dennis Underfs Torgefahr in den letzten Spielen, die lässt halt nach. Also, er bereitet wahnsinnig gut vor, aber jetzt nimmt das Tor gegen Heidenheim mal raus. Der ist ja jetzt seit sechs Spielen. Der kann ich ja nicht raus. Also sechs Spiele, ein Tor. Ja, ich weiß, wie du meinst. Das ist nach wie vor total gut und er spielt eine gute Rolle, aber so was Torgefahr angeht, auch in Hoffenheim, denke ich, da war es schon mal besser. Ich gebe dir absolut recht, diese Flanke musst du eigentlich verwerten, Dennis gelingt das nicht optimal, muss man so sagen. Prüft aber dennoch halt mit so einem unangenehmen Kopfballaufsetzer Gregor Kobel. Aber wir sind uns einig, wenn das Ding so reinfliegt und du mit Anlauf sozusagen in den Ball springen kannst, dann muss es im Eck klingeln. Also normalerweise, wenn ein 15-Tore-Stürmer so eine Flanke bekommt, ist sie in der Regel auch drin. Kein Vorwurf an der Stelle, aber er bereitet aktuell besser vor, als dass er abschließt. Also Dennis, gib dir Mühe am kommenden Samstag, dann kannst du wieder zweimal treffen, so wie im Hinspiel gegen Eintracht Frankfurt. Übrigens, kurz nach dieser Aktion von Dennis Unterf, da schnellte bei mir der Puls nochmal nach oben. Es gab Gelb in der 71. Minute für Karasor und Adeyemi. Ah, herrlicher Infight, ne? Nee, eben nicht. Ja. Das hat mich tierisch... Nein, also Gelb für Karasor, komplett daneben. Ja, genau. Das hat mich halt tierisch aufgeregt. Erstens mal Adeyemi, klares taktisches Foul, dafür wurde er nicht verwarnt. Genau, sondern nur für das Intermezzo danach, ne? Absolut, ja. Und er provoziert halt Karasor, der hat ihn dann eigentlich nur so weggeschoben. Und da frage ich mich echt, für was sieht denn Atakan Karasor jetzt hier Gelb? Also das ist ja komplett absurd. Ja, Adeyemi. Also das hat mich, man merkt vielleicht, etwas gestört. Genau, aber da finde ich auch wieder schön, auch Atakan Karasor, dass der sich dann bei solchen Sachen nicht irgendwie abspeisen lässt, sondern dass der halt dann wirklich dagegen hält. Und ich finde, er hätte das auch ohne Gelb irgendwie überstehen müssen eigentlich. Aber wie gesagt, ich fand es gut, dass wir dann so eine gewisse Robustheit auch gezeigt haben, wenn das Spiel schon mal abgepfiffen war. Wie gesagt, mir hat das lange Zeit gefehlt beim VfB. Nochmal eine Chance für Dennis Undaff, die er vielleicht hätte verwandeln können. Starker Longline geschlagener Ball von Mittelstadt auf eben Dennis Undaff. Dann setzt er sich gut gegen Hummels durch. Und Dennis hätte die Chance vielleicht nicht verwandeln können, aber er hätte eine auflegen müssen, meiner Meinung nach. Denn Seru Girassi steht am Elfmeterpunkt. Du musst ihn nur noch anspielen, er ist relativ frei. Und man muss sagen, auch wenn Schlotterbeck das hier wirklich brillant verteidigt und gut in Deckungsschatten einsetzt, muss einfach der Ball von Dennis auf Seru kommen. Und es wäre vielleicht sogar noch eine Option gewesen, aus der Position von Dennis das lange Eck anzuvisieren. Aber aus meiner Sicht muss der Ball auf Seru kommen und der drisst den rein, dann steht es 2-0. Aber das war eine Situation, wo er den Ball spielt, aber der abgefangen wird, oder? Genau, der muss halt ankommen. Und Jamie war übrigens in der Situation auch ein bisschen zu zögerlich, hätte auf dem zweiten Pfosten laufen können. Aber gut, Leveling, ja, möchte ich überhaupt keine Vorwürfe machen in dem Moment. Der ist ja rauf und runter gerannt die ganze Zeit. Drehte grundsätzlich nach der Vorlage komplett auf, gewann immer wieder Dribbling, Duelle gegen Matzen und so. Dazu verteidigte er weiterhin sehr aufmerksam und wirklich auch mit letzter Konsequenz auf der rechten Seite. Und jetzt hat er sich halt hier einmal falsch entschieden, ist nicht ganz durchgelaufen, wollte vielleicht auch ein bisschen absichern. Kann ich dann auch akzeptieren. Aber ich dachte mir halt so, ey, du stehst sonst immer am zweiten Pfosten und ausgerechnet da nicht. Das wäre halt auch noch eine gute Chance gewesen für uns. Genau, aber an der Stelle möchte ich, weil wir ja später noch über seine vergebene Chance sprechen, auch noch eine kurze Lanze brechen für meinen Beutelsbacher Nachbarn. Nico Schlotterbeck, der auch eine gute Partie gespielt hat tatsächlich. Und da hat er auch richtig gut spekuliert und antizipiert den Ball von Undaf auf Gerasi-Effekten ab. Er hat eine gute Partie gespielt, aber es gab natürlich noch eine Szene, die wir auch gleich noch besprechen werden. Da sind wir als Stuttgart-Fans ihm relativ dankbar, dass er dann offensichtlich doch noch eine gewisse Verbundenheit zur Region hat. Wenn auch nicht zum Verein Kickerspieler. Sollte man nie vergessen. Nach dieser Chance, die wir gerade besprochen haben, begann meiner Meinung nach die stärkste Phase des BVB. Los ging es mit einer Gelegenheit für Niklas Füllgrug in der 78. Minute und dafür zu zurückhaltend auf der linken Halbspur gegen Beino Gittins, der inzwischen eingewechselt wurde. Gemeinsam mit Sancho spielte Jamie, Beino Gittins, dann Ito und Stiller aus. Anschließend ging er ja auch nochmal an Maxi vorbei. Macht er das richtig gut. Also das war übrigens perfekt, wie man Gegenspieler ausspielt. Also du wartest, bis sie auf dich zukommen, spielst dann den tiefen Ball und nutzt dann dein Tempo aus. Besser kannst du es einfach nicht machen. Dann die Flanke vor unser Tor. Wieder das Mismatch Stiller gegen Füllgrug mit Tag-Team-Partner, möchte ich mal so sagen. Stairgyu, der aber auch nur 1,80 ist, haben wir ja vorhin schon gesagt. Genau, Stiller und Stairgyu sind zusammen so groß wie Niklas Füllgrug. Gefühlt, ja. Und auch wieder eine super brenzlige Situation, aber dennoch in Ordnung gelöst von beiden, muss man sagen. Und dann der freie Ball, der von Leveling gegen Adeyemi stark verteidigt wurde. Sorgte dann dafür, dass wir erstmal wieder kurz zumindest durchschnaufen konnten. Also Leveling gegen Adeyemi war sowieso mein Lieblingsduell. Das war geil. Das war geil, ich liebe solche Situationen. Wir nehmen sich beiden halt nichts, also das war richtig großartig. Und dann muss eigentlich der Ausgleich fallen, Sebastian. Also das ist fast schon absurd gewesen, ich möchte mich aber nicht beschweren. Nach einem Eckball kann Stiller Metzscher nicht halten, sodass der zum Abschluss kam. Und Maxis Timing, achtet mal darauf, die Szene läuft gerade wieder. Die war auch nicht ganz so optimal, würde ich sagen. Also die Szene noch im Kopf. Maxi geht halt hoch, aber der hätte eigentlich aufgrund dessen, dass er zu früh nach oben gestiegen ist, gar nicht an den Ball kommen können. Das hat Metzscher schon deutlich besser gemacht. Den Kopfball von Metzscher parierte Nübel dann noch auf der Linie. Übrigens super gemacht, super schnell unten gewesen. Tolle Reaktion. Sehr schnell ab, ja. Ja, wirklich gut gemacht. Er ließ den Ball dann aber vor die Füße von Schlotterbeck ab rein, der dann aus knapp drei Metern wirklich weit übers Tor schoss. Also mir fällt dazu nur ein Glück für uns und Tadel in Richtung Dennis Undorf, der ein bisschen schläfrig wirkte und Schlotterbeck halt aus den Augen verlor. Ja. Ja, aber das sind diese klassischen Innenverteidigertore, da gibt es einen Standard und dann liegt der Ball auf einmal frei im Fünf-Meter-Raum und dann kommt halt irgendein Innenverteidiger und stochert ihn rein. Und Nico Schlotterbeck, dem gelingt halt das Kunststück aus drei Metern, fünf Meter übers Tor zu schießen. Also vielen Dank dafür. Also davon wird er sicherlich noch nachts träumen. Also natürlich muss er ihn einfach reinmachen. Und insofern, wir haben es ja vor der Besprechung des Spiels gesagt, kann man schon davon reden, dass der VfB einfach ein Stück weit glücklicher war. Weil diese Chance ist eine hundertprozentige, die war halt einfach nicht drin. Aber der VfB hat natürlich auch alles dafür getan, um halt zu Null zu spielen. Und dann hat man das nötige Glück. Also die schönste Kerze des Abends, wenn du mich fragst. Ja, absolut. Also das war wirklich großartig. Terzic ging anschließend All-In, brachte Haller, Moukoku und Reus für Füllkrug, Matzen und Riasson. Und du merkst es dann beim VfB Stuttgart, okay, jetzt kommen sie an ihre Grenzen. Und da muss man sagen, das war eine extreme Willensleistung in der Schlussphase vom VfB Stuttgart. Dennoch auch sehr konzentriert, nicht unstrukturiert. Girassi, auch da voller Einsatz, schleppte sich wirklich am Ende über den Platz, muss man einfach so sagen. Der konnte gar nicht mehr, holte alles aus seinem Körper raus. Das galt auch für Jamie Leveling. Oh ja. Kommen wir zu meinem Lieblingsthema heute, die Krämpfe des Jamie Leveling. Des jungen Jamie, ja. 78. Minute nach der Füllkrug-Chance ging es los, zum ersten Mal Krämpfe. Und in der 84. Minute dann wieder Krämpfe. Gott sei Dank kam Dennis schnell vorbei und wies seinen Mitspieler darauf hin, dass er sich doch besser hinlegen solle. Ja, mit Krämpfen soll es auch nicht weiterlaufen. Das kann wirklich gefährlich werden. Auf keinen Fall. Spätfolgen und so. Die Dortmunder sind komplett eskaliert. Jamie hat dann den Fehler gemacht, dass er die Blitzheilung, ich sag mal, vorsichtig eingestanden hat. Aber jetzt bei dem ganzen Gedöns hier. Am Ende, ich hab's gestoppt, sorgten Jamie Levelings Krämpfe für zwei Minuten und 30 Sekunden Spielunterbrechung. Bei neun Minuten Nachspielzeit, also das scheint mir auch gerechtfertigt zu sein. Und ich kenn das ja auch und ich schimpfe immer, wenn ich im Neckarstadion bin und die gegnerische Mannschaft führt, was ja in dieser Saison nicht so häufig vorkam. Und dann liegen halt Spieler ständig auf dem Platz. Da heiße ich die auch alles. Und der VfB hat es nie gemacht. Also wahrscheinlich auch daran, liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir selten geführt haben. Kurz vor Schluss, auswärts. Aber ich finde es halt schön, dass unsere Spieler das dann auch mal alles, was halt irgendwie möglich ist, ausschöpfen. Und ja, es ist dann vielleicht ein Stück weit unsportlich, aber der Schiedsrichter kann es funktionieren mit einer gelben Karte, wenn es Zeitspiel ist. Und insofern finde ich das komplett legitim, das auch mal zu machen, wenn es halt nicht komplett ausartet. Und wenn man Dortmunder Stimmen gelesen hat, dann dachte ich erst, okay, das war wirklich schlimm. Habe ich es gesehen und dachte, das ist doch alles im Rahmen. Das macht doch jedes Team, das auswärts kurz vor Schluss führt, spielt so auf Zeit. Es ist nicht minder regelwidrig, wie der Versuch von Adiemi, da einen Elfmeter rauszuholen. Du kannst das so machen und solange der Schiedsrichter das durchgehen lässt, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und ich meine, wie bescheuert ist das eigentlich? Du hast in der 81. Minute diese Chance und diskutierst danach darüber, dass Jamie Leveling 2 Minuten 30 von der Uhr genommen hat und du deswegen das Spiel verloren hast. Genau, und Jöllenbeck hat ja nicht nach 92 Minuten abgefilmt, sondern hat 99 oder 100 Minuten spielen lassen. Also ich denke, daran hat es am Ende nicht gelegen. Aber ich finde es tatsächlich schön, dass die Mannschaft jetzt auch abseits der spielischen Qualität gewisse Qualitäten hat, um das Spiel zu ihren Gunsten zu lenken. Ja, das machen sie ganz gut. Sebastian Hoeneß nutzte diese Krämpfe gleich aus. In der 86. Minute brachte Dahoud und Silas für Mio und Leveling. Wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder an Silas rumgemäkelt, möchte ich mal so sagen, vor allem ich. Und diesmal, fand ich, wirkte Silas sehr spielfreudig, sehr ball- und sehr passsicher und auch gegen den Ball deutlich robuster als sonst. Der gefiel mir richtig gut. Absolut, und er hätte noch einen Scorer-Punkt verdient gehabt und normalerweise macht er den. Nicht Silas, sondern Ciro Gerasi, wunderbar freigespielt von Silas, tief in der Nachspielzeit schon, glaube ich. Ja, ich habe die Szene eh nicht als Video dabei, wir haben es ja letztes Mal erklärt, deswegen können wir sie auch kurz vorziehen. Ja, ist, glaube ich, eine Situation, also lassen wir uns kurz vielleicht tatsächlich mal aufdröseln. Der VfB fing erst mal so einen langen Ball des BVB wieder ab. Maxi schlug den Ball dann auch nicht unkontrolliert nach vorne, sondern suchte Wujong Chong, der dann wiederum sehr klug Silas auf rechts bediente. Genau, die Dortmunder standen schon sehr, sehr offen. Das war schon diese All-or-Nothing-Phase quasi, entweder Ausgleich oder wir kriegen das Zweite. Und Silas steht halt komplett frei, kriegt den Ball, aber macht es dann auch wirklich sehr überlegt. Also nicht das Übliche, irgendeine Richtung sprinten oder so. Nee, er guckt, sondern spielt halt Seru Gerasi perfekt frei und der ist eigentlich auch in der perfekten Abschlusssituation und schlenzt dann ganz ungewohnt über Storm. Ich glaube, das lag daran, dass der echt platt war. Also da war halt echt kein Sprit mehr am Tank oder nur noch ein Tropfen. Und den hat er genutzt, um davor zu dirigieren, weil er hat erst mal angezeigt, wo der Ball wieder hinkommen sollte und so. Und dann war offensichtlich nicht mehr genügend Konzentration da für diesen Abschluss. Aber es war eine tolle Aktion, muss man ganz einfach so sagen. Also das war schon beachtenswert, möchte ich mal so sagen. Ja, Dortmunds Flanken, wir haben es vorhin schon ein paar Mal erwähnt, wurden durchaus oder blieben durchaus gefährlich. Aber die Raumbesetzung, das ist mir noch aufgefallen beim BVB, die war halt einfach schlecht. Man stand sich ganz oft selbst im Weg, behinderte sich beim Abschluss. Da fehlte die Kommunikation. Und wenn Dortmund mal durch die Mitte spielte, scheiterten sie immer wieder am letzten Pass. Also der VfB wirklich bis in die letzte Minute dieses Spiels mit einer richtig guten Raumaufteilung in der Defensive. Das haben sie einfach gut gemacht. Es gab da nochmal eine Szene in der 97. Minute, haben wir vorhin auch schon mal kurz angerissen. Nach einer Ecke kam Sebastian Allaire gegen den erneut chancenlosen Angelo Stiller. Er tut mir fast schon leid. Zum Abschluss, man muss dazu sagen, in der Situation stützt sich Allaire auch ein Stück weit ab auf Stiller. Hätte sein können, dass man diesen Treffer, wenn er dann gefallen wäre, zurücknimmt. Da werden wir auch Alex nübel, nübel, nübeln. So sieht es aus. Der fängt den Kopfball halt einfach sicher. Thema Ecken, ganz kurz. Wir schauen da ja immer drauf. Acht gab es insgesamt. Vier wurden geklärt. Drei waren gefährlich. Ja, also ist ganz okay. Dieser eine in der 81. Minute war mit Sicherheit am gefährlichsten. Es gab in der 14. Minute auch nochmal eine gefährliche Ecke, wenn du mich wagst. Da untersprang Karasorn Ball. Füllkrug kommt dann zum Abschluss. Und sein Kopfball ging so neben das Tor. Da siehst du, leider habe ich diese Szene jetzt auch nicht bebildert. Aber du siehst halt, wie Leveling und Undaf in dieser Situation komplett ihre Mitspieler verlieren. Also Leveling und Undaf waren bei diesem Eckball als Blocker eingeteilt. Und dann lösen sich sozusagen ihre Gegenspieler von Leveling und Undaf. Und die gehen halt nicht mit. Die bleiben halt rumstehen. Und das habe ich auch nicht ganz verstanden. Gut, ansonsten kann ich mit der Eckballverteidigung bis auf die Nummer in der 81. und in der 14. ganz gut leben. Das war ordentlich. Genau, wir haben ja das Glück, dass Dortmund weder ein Jan Niklas Beste noch ein Kleidienst hat. Und wie geil ist denn das, dass Heidenheim gegen Bayern das exakt gleiche Tor schießt wie gegen den VfB. Nur, dass, glaube ich, Kleidienst diesmal nicht mit links, sondern mit rechts abgeschlossen hat. Aber es war exakt die gleiche Flanke. Großartig. Ja, ich dachte auch so, Mensch, die kopieren ja einfach das Spiel gegen uns. Und du bringst es auch noch nach Hause. Genau. Und ich meine, das entschuldigt natürlich auch den VfB, finde ich, ein Stück weit, dass man gegen Heidenheim nur 3-3 gespielt hat. Aber immerhin nach 2-0 Führung und 2-3 Rückstand noch das dritte Tor der Nacht in der Nachspielzeit, was den Bayern tatsächlich nicht gelungen ist. Es stimmt mich gar nicht so. Nee, also Heidenheim ist, glaube ich, gerade gar nicht so schlecht unterwegs. Wir sprechen schon ewig über dieses Spiel, aber es hat sich auch gelohnt. Und wir lassen es jetzt mal so. Und ich erwähne nur noch ganz kurz, dass Chong und Sancho dann noch Halbschancen hatten, ganz spät, 98. Minute beides. Aber ja, man muss sagen, am Ende gewinnt der VfB, vielleicht mit etwas Glück, aber auch durch ganz viel Können. Diese Partie, Sebastian, dein Fazit? Glücklich, aber nicht unverdient. Sehr gut. Nein, es war ein gutes Spiel und du hast es so oft gesagt, es war vor allen Dingen sehr, sehr energiereich. Und das fand ich halt so schön, der VfB war die ganze Zeit bei 100 Prozent von der ersten bis zur hundertsten Minute. Natürlich hat nicht alles funktioniert, aber man war die ganze Zeit fokussiert, konzentriert. Man hat sein Spiel versucht auf den Rasen zu bringen. Man hat das gezeigt, was wir auch gegen Heidenheim schon gesehen haben, wirklich tolle Spielzüge. Aber man war auch dann tatsächlich bereit, in der Defensive sehr konsequent zu verteidigen und am Ende auch einfach alles reinzuwerfen. Auch als nichts mehr ging, als Spieler Krämpfe hatten oder keine Krämpfe und nur so getan haben, ist ja egal. Aber man hat wirklich alles reingeworfen, um diesen Auswärtsdreier zu besiegeln. Und er war so, so wichtig einfach. Es waren wirklich, werden es vorher gesagt, sechs Punkte Spiel, acht Punkte Spiel, neun Punkte Spiel, ich weiß es nicht. Aber es war ein unfassbar wichtiger Sieg, an den ich tatsächlich vorher auch nicht so recht geglaubt habe. Muss ich gestehen. Freut mich ja, dass ich der VfB auch ab und zu noch überraschen kann. Ja, absolut. Der letzte Verein, Sebastian, ausgenommen die Bayern, der den BVB dreimal in einer Spielzeit schlug, war der... HSV. Du weißt das. Ich hab's geraten. Ja, stimmt. Ich dachte, ihm ist das Unwahrscheinlichste, was es sein könnte. Und zwar vor 40 Jahren. Ich muss gerade sagen. Also absurd. Hat Felix Magath noch gespielt, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Also wirklich, du hast es gesagt, sehr energetischer Auftritt des VfB. Jeder war bereit, über die Schmerzgrenze hinauszugehen. In den entscheidenden Phasen mit Glück und mit Können, muss man einfach so sagen. Der VfB, der braucht sich auch nach diesem Spiel wirklich vor keinem der letzten sechs Gegner verstecken. Egal ob Leverkusen oder Bayern. Wir haben wirklich die Qualität, um mit diesen Top-Mannschaften mitzuhalten. Zeru Gerasi mit seinem 24. Tor gekrönt vom Mario Gomez-Jubel, wenn man so möchte. Du hast es schon gesagt, mal wieder das 1-0 erzielt. In Dortmund stellte Alex Nübel mit sieben abgewährten Torschüssen seinen persönlichen Bundesliga-Rekord ein. Auch das ist bemerkenswert. In keiner Partie hat er mehr Paraden gezeigt als in dieser. Und ganz nebenbei wurde mit dem fünften Bundesliga-Auswärtssieg in Serie auch noch ein neuer Vereinsrekord für den VfB Stuttgart aufgestellt. Das unterstreicht einfach nochmal, was wir hier gerade erleben. Das ist wirklich historisch. Also wir befinden uns wirklich gerade in einem historischen Moment des VfB Stuttgart. Also das ist halt brutal. Bei so einem traditionsreichen Verein mehr oder weniger im Wochengutmus neue Rekorde aufzustellen, das ist komplett absurd. Und ich glaube, ich brauche fast dann nochmal eine komplette Saison, nämlich die folgende, um das zu verarbeiten, was in dieser Saison passierte. Also wirklich komplett surreal. Ja, vor allem der fünfte Auswärtssieg in Folge, der macht mich halt komplett fertig, weil ich werde nie das Jahr 2022 vergessen, in dem der VfB kein einziges Auswärtsspiel in der Liga gewonnen hat. Kein einziges. Und jetzt gewinnst du halt einfach, also nicht in diesem Jahr, aber du gewinnst einfach fünf Auswärtsspiele am Stück. Und das unter anderem halt in Dortmund. Syria. Ich kann mich dran gewöhnen. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Kommen wir zur Zukunft, nachdem wir jetzt über Traditionen gesprochen haben. Und die Zukunft wird folgendermaßen eingeläutet. Ja, es ist mal wieder Dopp-Spiel-Zeit, Sebastian. Jedes VfB-Spiel ist ein Dopp-Spiel. Ist so. Und jetzt wird es dann auch noch unterstrichen, und zwar mit dem Sendeplatz. Wie immer 18.30 Uhr, wie immer Samstag auf Sky. Wenn ihr keinen Sky habt oder euch das nicht leisten könnt, warum auch immer, gibt es eine kostenlose Alternative für euch, die definitiv emotionaler das Spielgeschehen schildern wird, als es Wolf Fuß und Lothar Matthäus leisten könnten. Denn, Sebastian, es gibt das wunderbare VfB-Radio. Genau. Und ich glaube, Wolf Fuß ist ja bekennender VfB-Fan. Ich glaube, Lothar Matthäus ist mittlerweile auch VfB-Fan. Aber die zwei, die das VfB-Fan-Radio machen, sind auf jeden Fall viel größere VfB-Fans. Natürlich. Und die könnt ihr hören ab 18.15 Uhr, und zwar unter vfb.de slash radio. Und dann geht es dann live aus dem Neckar-Stadion, gibt es dann Atmosphäre und dann ab 18.30 Uhr das Spiel. Und ja, ganz nah dran an den Fans, ganz nah dran an der Stimmung und immer emotional und natürlich immer komplett VfB-gefärbt. Nicht neutral, sondern komplette Fanbrille und deswegen heißt es ja auch Fan-Radio. So, und so soll es auch sein. Wetter, Sebastian, es wird herrlich. Mittags, sonnige 23 Grad, wahrscheinlich fühlt es sich an wie 28. Auch am Abend kann man mit um die 20 Grad rechnen. Ihr wisst, was das heißt? Sonnencreme. Zum einen, aber vor allem oberkörperfreie Kanzstatter Kurve. Das möchte ich doch so sehen, bitte, am kommenden Samstag. Die Bahn fährt? Stand jetzt, ja. Okay, auch sonst gibt es keine uns bekannten Einschränkungen. Nein, nein, nein. Schönes Wetter, das heißt, wer es nicht zu weit hat, kann mit dem Fahrrad anreisen. Genau, das Fahrradparkhaus steht für euch bereit. Also, wenn ihr könnt, lasst das Auto stehen, kommt mit der Bahn, kommt mit dem Rad, kommt zu Fuß, kommt, weiß ich nicht, mit dem Ruderboot über den Neckar, also alles ist möglich. Und kommt vielleicht mit der Bohrmaschine, denn die finale Haupttribüneröffnung steht ja noch an und es wird ein Wettlauf. Mit der Zeit? Mit der Zeit. Ja, es wird jetzt noch zur Stunde hart gearbeitet. Ich habe mir sagen lassen, dass am Samstag die ersten Stadionbesucher mit den Handwerkern sich die Klinke in die Hand geben werden. Also es wird richtig knapp. Und wenn alles klappt, dann laufen die Spieler auch nicht mehr von der Seite ein, sondern dann wirklich aus den neuen Kabinentrakten. Ist das so? Ja, so ist es. Oha. Und es würde mich nicht wundern, wenn der ein oder andere wirklich dann, weiß ich nicht, irgendwie noch im Besen da durchkehren muss, damit dann auch alles schön aufgeräumt ist. Wir werden es natürlich beobachten und hoffen, dass der VfB Stuttgart nicht durch, weiß ich nicht, zu lange Bauarbeiten irgendwie beeinträchtigt wird. Wie hat er die Spieler noch irgendwie so, weiß ich nicht, Bohrstaub oder so auf den Haaren haben? Schnell das mal vor. Beim Atta sieht es ja manchmal so aus, als hätte er Bohrstaub auf den Haaren. Naja, das ist ein Spaß. Ich finde den Atta ja eigentlich super. Auch die Frisur, muss man sagen. Gut, Spiele gegen Eintracht Frankfurt sind irgendwie immer besondere Spiele. Es passiert immer irgendwas Verrücktes, entweder davor, so wie beim Hinspiel. Oder auf dem Platz. Aber es passiert halt immer, wie gesagt, was Besonderes. Die Eintracht liegt zurzeit auf Platz sechs in der Bundesliga. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Irgendwie hat man das Gefühl, die SGE würde eher eine sehr durchwachsende Saison spielen. Hast du denn Eintracht Frankfurt in den letzten Monaten verfolgt? Und sind sie deiner Meinung nach, so möchte ich es mal anfangen, tatsächlich das sechstbeste Team der Bundesliga? Also die Tatsache, dass sie ja aktuell das sechstbeste Team der Bundesliga sind, spricht aus meiner Sicht nicht unbedingt für das Niveau der Bundesliga in dieser Saison. Also ich mag die Eintracht, aber ich finde, sie haben schon so ein Stück weit ihren Vibe verloren, der immer sehr Power... Ihre DNA. Ja, also immer mit sehr viel Power und du hast gesagt, okay, die geben kein Spiel verloren und jetzt sind sie halt irgendwie so sehr wechselhaft, verlieren Spiele, von denen du denkst, wieso haben sie das verloren und so weiter. Also ich glaube, das ist auch das, was die Eintracht-Fans irgendwie so ein bisschen bemängelt, dass da so ein bisschen die Konstanz fehlt, ein bisschen das fehlt, was die Eintracht lange ausgemacht hat. Und ich glaube, was der Eintracht natürlich auch fehlt, ist ein Stürmer. Sie haben Sascha Kalajdzic natürlich in einer Pause geholt, der dann sofort wieder verletzt war, aber Ihnen fehlt natürlich der Stürmer. Auf der anderen Seite haben sie natürlich gezeigt, dass Oma Mamouche tatsächlich sehr effizient sein kann. Schon doppelt zweistellig getroffen, so ist es richtig doppelt, hat er auch bei uns geschafft. Aber bei der Eintracht tatsächlich zweistellig. Ja, die Eintracht konnte drei der letzten zehn Bundesligaspiele gewinnen, verlor zwei und spielte fünfmal unentschieden. Ich glaube, das ist so das größte Problem. Du weißt eigentlich gar nicht, was du so richtig bekommst von der Eintracht. Also sie stehen halt weder dafür, dass sie Spiele zu leichtwertig verlieren, noch gewinnen sie mal, berauschend. Das ist halt immer so, sie sind halt auch dabei, so richtig schlecht sind sie nicht. Es reicht halt für Platz sechs, wirklich zufrieden ist damit auch keiner. Es reicht aber jetzt auch nicht, um irgendwie aktiv zu werden und zum Beispiel den Trainer zu entlassen. Wobei ich dafür definitiv nicht plädiere. Ich finde es völlig okay, dass Dino Topmüller hier eine Chance bekommt, weil du merkst einfach, diese Mannschaft wird gerade umgerüstet. Es ist einfach ein Umbruch, den er da bestreiten muss mit dieser Mannschaft. Und du hast es auch schon richtig erwähnt, es fehlte in der Hinrunde komplett der Stürmer. Dann wurde einer geholt, der dann leider ausfiel und dementsprechend ist man wieder da, wo man schon zu Beginn der Saison war. Auffällig ist, dass die Eintracht in den letzten drei Spielen deutlich mehr Probleme hatte, Tore zu erzielen, als das noch davor der Fall war. Das liegt jetzt nicht nur an Kalajcic. Es ist deswegen verwunderlich aus meiner Sicht, weil Frankfurt eigentlich gut mit dem Ball klarkommt, möchte ich mal so sagen. Sie können auch durchaus dominieren, erspielen sich aber aus dieser Dominanz heraus viel zu wenig Torchancen. Und was mir aufgefallen ist in den letzten Spielen, es fehlt einfach die Bewegung bei der Eintracht. Also es fällt einem engagierten Gegner nicht sonderlich schwer, die SGE zu verteidigen. Und erinnere dich mal an die besten Zeiten der SGE, Büffelherde und so. Büffelherde, ja. Also die haben mich halt wirklich überrannt, deswegen ja Büffelherde. Und diese Dynamik, die geht ihr komplett ab. Und das meinte ich vorhin auch, als ich einen war, DNA so ein Stück weit verloren. Wie war denn der dritte Büffel? Rebic, Alea und? Ähm, na hier, Jakic. Nee, nicht Jakic. Jakic nicht. Ach, wie heißt er denn? Und Jovic auch nicht. Nee, wie hieß er denn nochmal? Ja eben. Rebic. Rebic, der dann zum Mailand gewechselt ist. So, jetzt haben wir es. Ja, so sah es halt aus. Und das ist, wie gesagt, weg. Es fehlt ein Stück weit die Kreativität, es fehlt die Dynamik. Wenn du mal schaust, Eintracht greift ähnlich wie wir mit einer Viererreihe in der vordersten Kette an. Der Unterschied ist aber, die Eintracht-Offensive ist viel zu statisch. Also die kommen nicht in die Tiefe, sie bewegen sich schlecht zwischen den Ketten. Also, schwierig, wirklich. Es ist wirklich schwierig. Und eigentlich sollte gerade dieses Offensivspiel nicht reichen für einen Platz in den Top 6. Aber Frankfurt kann sich am Ende dann auf die Defensive verlassen. Mit nur 36 Gegentoren stellen sie hinter Leverkusen, Dortmund, Leipzig und uns. Die fünftbeste Abwehr der Liga gegen den Ball, muss man einfach so sagen, haben sie ihre Stärken. Sie erobern viele Bälle, haben dann schnelle Spieler, die gut im Umschaltmoment sind. Das heißt, du kannst auch nicht zu viel Risiko gegen sie eingehen. Sonst überrumpeln sie dich halt einfach, auch wenn sie dann vorne die Chancen entweder gar nicht erst kreieren oder nicht machen. Es kann also durchaus sein, dass Frankfurt, wenn man sich das jetzt mal so zusammenspinnt, sich von Heidenheim inspirieren lässt und den VfB einfach erst mal kommen lässt. Und dann mal gucken, was so passiert. Also wir müssen wirklich auf unsere Restverteidigung achten und dürfen vor allem natürlich nicht zu viele Fehler machen. Die werden von der Eintracht mindestens genauso hart bestraft wie von Heidenheim neulich. Bezüglich Konter müsste man sich eigentlich auf die rechte Seite der SGE besinnen, aber die Gelbsperre von Dina Mbimbe relativiert das Ganze etwas. Shahibi ist auf der linken Halbspur unterwegs, strahlt zwar immer Gefahr aus, spielte aber zuletzt deutlich zentrumslastiger und war fast schon so ein verkappter Stürmer. Da fand ich ihn jetzt nicht so überzeugend, obwohl das einer der Spieler ist, vor denen ich jetzt am meisten Respekt habe am kommenden Samstag. Ja und ich sage mal so, sollte das gegen uns jetzt auch so laufen wie letztes Wochenende am Freitag gegen Bremen, dann sehe ich uns mit Ito und Anton eigentlich ganz gut gegen die Eintracht aufgestellt. Ja, Stiller und Karasor haben zudem auch schon oft bewiesen, dass sie ein sehr gutes Antizipationsvermögen, ein gutes Stellungsspiel haben und ja, das Arbeiten mit dem Deckenschatten, gerade gegen solche Drifter wie Shahibi, das können die einfach so. Deswegen glaube ich, eigentlich hat der VfB eine Menge, was du brauchst, um die Eintracht schlagen zu können. Weil du hast dann auch noch das Thema, was du mitbekommen hast, Tuta, der neben Mbimbe ebenfalls fehlen wird gegen uns. Wir haben nur gelesen im Kicker, dass Topmüller eventuell auf sechs Stammkräfte verzichten muss. Das klingt für mich okay. Ja, also das kann uns nur nutzen, aber da müssen wir noch die PK jetzt mal abwarten. Es gibt so ein paar Wackelkandidaten, das ist richtig, aber safe wie gesagt in Mbimbe und Tuta, der ja auch gesperrt ist. Und der spielte gegen Werder übrigens auf der Sechs, ist aber eigentlich ein wichtiger Bestandteil in der Innenverteidigung. Also ich glaube, dass Dino Topmüller, selbst wenn nicht alle ausfallen, wie im Kicker hast du gemeint, prognostiziert wurden, dass er sehr kreativ werden muss. Also das sehe ich auf ihn und auf die Eintracht schon zukommen. Der Schlüssel für mich wird sein, dass wir eine sehr gute Balance aus vertikalen Vorstößen und einer defensiven Absicherung hinbekommen. Ich glaube, das ist so der Schlüssel, um die Eintracht dann zu knacken. Der VfB, ja, in der aktuellen Form aus meiner Sicht in allen Mannschaftsteilen besser aufgestellt als Frankfurt. Aber man sollte sich, glaube ich, auf keinen Fall darauf verlassen, denn Mamouche oder Götze, die werden nicht immer einen schlechten Tag haben. Und Frankfurt, das muss man einfach sagen, hat eigentlich die Qualität, um mit dem VfB mitzuhalten. Ja, und sie haben halt, du hast die Namen gerade angesprochen, Mamouche und Götze, Spieler, die, wenn sie keinen schlechten Tag haben, sondern einen guten Tag, natürlich auch Unterschied zu Spieler sein können. Also Mamouche mit seinem Tempo, mit seiner Abschlussqualität, die er jetzt in der Saison irgendwie gefunden hat, auch in Götze mit seiner Kreativität. Die können dem VfB natürlich wehtun und auch immer wieder für ein Tor sorgen. Also wenn da die Ordnung in der Defensive nicht passt. Ja, Oba, man muss sich überlegen, der hat jetzt zehnmal getroffen, sechs Tore vorbereitet. Das ist schon eine sehr gute Quote. Also da kann man echt nicht meckern. Und wenn ich das richtig erinnere, war er ja auch beim Afrika Cup. Aber das kann auch sein, dass ich mich jetzt hier gerade komplett vertue. Ich werde mich jetzt an der Stelle dazu nicht äußern, weil ich gar keine Ahnung habe, ob er dabei war. Aber ich glaube eher nicht, oder? Okay, dann vergessen wir das einfach. Und ich erwähne noch ganz kurz Ansgar Knauf. Der war nicht beim Afrika Cup, aber spielt bei Frankfurt relativ gut. Macht das ganz gut, hat wieder in die Spur zurückgefunden. Ansgar Knauf muss sich immer an dieses Spiel noch zu Corona-Zeiten denken gegen den VfB. Als der VfB unter Matarazzo eine gute erste Aufstiegssaison spielte, dann kam Dortmund. Wir haben extrem gefeitet, haben uns dann rangekämpft, haben uns unentschieden erzielt und dann kam Ansgar Knauf. Und seitdem habe ich den auf dem Schirm, dann wurde er mal ausgeliehen nach Frankfurt, ging da kurz mal richtig steil. Dann gab es einen kurzen Rückschlag und jetzt stabilisiert er sich so langsam wieder. Auf den sollte man, wie gesagt, dann auch aufpassen. Also ich würde schon sagen, dass der VfB am Samstag ein paar schwere Aufgaben zu lösen hat. Absolut, aber ich meine, wer in Dortmund zu Null spielen kann, kann auch zu Hause gegen Frankfurt zu Null spielen. Das ist der Anspruch, den wir jetzt haben. Gut, dann schauen wir noch auf die Players to Watch und wir beginnen mit Willian Pacho. Den habe ich letztes Mal schon mit Basti Red besprochen, als wir hier in der HIN-Serie die Eintracht beleuchtet haben. Pacho ist 22 Jahre alt, Innenverteidiger, absolut gesetzt in Frankfurts Abwehr. Er ist sehr stark in den Balleroberungen, viele Klärungen, sehr aufmerksam und auch mit Ball einfach wirklich hoch veranlagt. Es wird wohl so sein, dass er gegen Seru Girassi spielen wird und er wird es ihm schwer machen, das sage ich jetzt schon. Und er hat auch die Fähigkeiten nach Balleroberung, tödliche Schnittstellenpässe in die Offensive zu spielen, à la Weidemar Anton. Also, Obacht im Zentrum, da kann was auf uns zukommen. Nielsen Kunku, 23 Jahre alt. Bei dem habe ich lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass es nicht der von Leipzig ist. Das wäre natürlich eine Sensation gewesen. Der ist nicht mehr bei Leipzig, aber der ist doch nicht zu Frankfurt gewechselt. Woher kommt dieser Kunku? Sag es uns. Ich kann es dir sagen, Kunku kam aus Saint-Étienne. Ja, genau, kam aus Saint-Étienne. Und das sind die mit der Fanfreundschaft, mit dem VfB, ne? Absolut korrekt. Also vielleicht können wir uns da noch ein paar Tipps abholen von den Ultras, auf was wir so achten sollten. Was sie uns definitiv sagen werden, ist, dass er ein Linksverteidiger ist, der auch als linker Wingback in Erscheinung tritt. Wie gesagt, kam im Sommer von Saint-Étienne und hatte einen sehr verheißungsvollen Jahresauftakt, muss man sagen. Zuletzt ließen die Leistungen etwas nach. Aber wir sollten uns vor seinen Dribblings vor allem in Acht nehmen. Er spielt sehr gute Diagonalbälle, ist sehr gewandt, sehr schnell, temporeich. Kann natürlich dann mit diesen Diagonalbällen auch immer die topschnellen Stürmer da vorne einsetzen. Außerdem ist er sehr giftig gegen den Ball. Das gefällt mir auch immer gut. Und sollte Jamie auf rechts beginnen, dann glaube ich, wird ihn ein Kunku immer wieder nerven und tacklen. Das wird heftig für Jamie. Und dennoch gibt es für Leveling auch Punkte, die er attackieren könnte. Ein Kunku ist zum Beispiel nicht besonders pressing-resistent. Also wenn du ihn anpresst, dann neigt er zu Fehlern. Also das wäre dann eine Möglichkeit, wirklich mit Levelings Physis sozusagen immer wieder Balleroberungen zu erzielen, Fehler zu provozieren. Das könnte ganz gut funktionieren, sollte ein Kunku auf links starten. Und dann haben wir noch Chahibi, den habe ich vorhin schon angesprochen. Ist ein richtig geiler Spieler, mag den sehr, muss ich sagen. Erst 21 Jahre alt, kam im Sommer ebenfalls aus Frankreich, nämlich aus Toulouse. Aber Frankfurt hat auch so eine leichte, frankophile Attitüde, oder? Absolut. Das Kautchen kommt mir irgendwie vertraut vor. Und ich finde es bei der Eintracht schon spannend, dass da immer wieder Spieler aufpoppen, wo man denkt, oh, wo kommt der denn her? Und der ist ja richtig gut halt. Also wirklich spannendes Kauting und die holen gute Spieler. Absolut. Ein bisschen überteuert bei dem einen oder anderen, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, wenn man es hat, dann... Dann muss man es auch ausgeben, ja. Also auf der Bank wird das Geld ja auch nicht besser. Genau, bei Chahibi habe ich neulich einen Tweet gelesen, wo es hieß, dass er in Frankfurt nicht unbedingt die Wertschätzung bekommt, die er verdient hätte. Ich habe mal geguckt bei Transfermarkt, er hat, glaube ich, 62 Prozent Startelf-Einsätze gehabt, die er haben könnte, spielt selten das ganze Spiel über. Also vielleicht will er jetzt zum VfB kommen, weiß ich nicht. Kann er gerne machen. Wenn er Champions League spielen will, sorry. Ich hätte nichts dagegen, hat wirklich hohes Potenzial im Umschaltspiel, ist er aufgrund seines Tempos immer der Zielspieler schlechthin. Gerade Maxi und Angelo werden es wohl häufiger mit ihm zu tun bekommen und er kommt dann, wie gesagt, gerne über die Halbspur, zieht dann nach innen, also so ein klassischer Führig-Move, nur auf der Frankfurter rechten Seite eben. Ja, Positionierung und Timing gegen ihn, das ist der Schlüssel eigentlich. Also so musst du ihn verteidigen, weil vom Tempo her wird es schwierig. Fünf Vorlagen, ein Treffer sind, glaube ich, auch ganz ordentlich und wenn er dafür keine Wertschätzung bekommt, dann verstehe ich seinen Unmut absolut. Wir schauen wieder auf unsere Ausfallliste, Sebastian. Ja. Und die ist zum einen ein bisschen kürzer geworden, zum anderen gibt es einen prominenten Neuzugang, nämlich Josch Wagnermann, vorhin schon mal kurz erwähnt, Ermüdungsreaktion im Mittelfuß. Kommt mir bekannt vor. Leider ja, vergangener Sommer, da fiel er von Juni bis in den Winter oder bis in den Spätherbst, nämlich bis November aus, auch damals die Diagnose Ermüdungsreaktion im Mittelfuß. Da muss man ja auch sagen, Reaktion ist jetzt ja nicht ein medizinischer Terminus, also man weiß jetzt nicht, was da wirklich Phas ist, also heißt Ermüdungsreaktion tatsächlich ein Ermüdungsbruch, also ich hatte das, glaube ich, auch mal, da hat mir dann auch der Arzt erzählt, naja, wenn man halt irgendwelche Mikrofrakturen hat, dann sieht man das quasi gar nicht und wenn der Fuß halt wehtut, dann könnte es sowas sein und man muss dann einfach abwarten, bis es halt nicht mehr wehtut, womöglich halt. Da hast du die Antwort. Ja. Da hast du die Antwort und im besten Fall ist es so, dass er vielleicht die letzten zwei Spiele noch antreten könnte und das ist einfach so unglücklich, weil ich fand, Josch hat sich in den letzten Spielen nochmal gesteigert oder. Lass es mich so sagen, stabilisiert und gerade mit Hinblick auf die Heim-EM wäre er vielleicht nochmal ein Kandidat geworden. Für uns wäre er so oder so wichtig gewesen. Ja und er hat ja in der Rückrunde jetzt seinen linken Fuß entdeckt, mit dem er Tore schießen kann, also auf der rechten Seite ist er wirklich eine Waffe mit seinem Tempo, mit seiner Offensivqualität. Super bitter. Nikonate fällt natürlich auch weiterhin aus mit dem Knorpelschaden im Kniegelenk, wobei er ja auch schon auf dem Wege der Besserung ist. Dann magst du sagen, du, bist da Bescheid, Kreuzbandriss ist also auch noch nicht einsatzfähig und Samuele Di Benedetto, bei ihm weiß man, es ist ein Bruch, nämlich ein Wadenbeinbruch und auch er fällt aus. Gleiches gilt für Anthony Rouault. Kieferbruch, der trainiert inzwischen wieder individuell, machte zuletzt sogar mit der Mannschaft das Aufwärmprogramm mit. Also das könnte, sag ich mal so in zwei Wochen vielleicht soweit sein, dass wir ihn dann wieder im Kader sehen. Genau, aber gerade bei Gesichtsfrakturen, weil er hat ja vor dem Kieferbruch auch den Nasenbeinbruch, der war vermutlich ausgeheilt ist, aber da ist natürlich dieser Sprung dann ins Mannschaftstraining und vor allen Dingen ins Spiel mit dann Zweikämpfen und Luftkämpfen und so weiter natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, weil ich glaube, da geht es halt dann auch nicht nur darum, wie weit dieser Bruch halt abgeheilt ist, sondern auch wie sicher fühlt sich der Spieler, möchte er mit Maske spielen, möchte er es nicht und so weiter und ich glaube, das ist dann auch jedem Profi dann selbst überlassen, wenn er sagt, hey, ich bin noch nicht soweit. Absolut. Weil ich glaube, er hat sich in dieser Saison wirklich genug gebrochen im Gesicht. Ja, es reicht. Aber als Option hätte ich ihn dann doch gerne wieder. Ja, sehr gerne, weil immer wenn er gespielt hat, war es gut. Eine andere Option haben wir wieder, Weidemar Anton, zurück nach Gelbsperre, Alex Nübel trainierte am Dienstag aus Gründen der Belastungssteuerung nicht mit der Mannschaft, aber auch ein bisschen komisch beim Torwart, oder? Ich kann mir vorstellen, dass es was mit seiner Verletzung zu tun hat. Oder hatte, die er ja zu Beginn des Jahres hatte. Und dass man da vielleicht ein bisschen dosieren muss, ich gehe davon aus, dass er wirklich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am Samstag im Tor stehen wird. Ja, absolut. Also, wir müssen natürlich auch noch die Pressekonferenz von Sebastian Hoeneß abwarten, um da endgültig Klarheit zu haben, aber ich gehe davon aus, dass er am Samstag im Tor stehen wird. Jamie Leveling hat keine Krämpfe mehr, Sebastian. Ah, sehr schön. Wird also auch wieder spielen können. Hat wahrscheinlich Elotrans genommen oder irgendwas. Irgendwie so. Und Tennis Undaf, der hatte ja Probleme mit dem Oberschenkel. Ja, aber ich habe gesehen, die waren nach Abpfiff eigentlich auch schon wieder. Die waren auch schon wieder komplett ausgehalten. Ich wollte es nur noch mal mit einfließen lassen, damit sich da keiner Sorgen machen muss. Das wird die Dortmunder ganz besonders freuen, dass die Genesung so schnell vonstatten ging. Und gutes Heilfleisch bei den Schwaben. Ja, sehr gut. Kommen wir zu unserem Startelf-Tipp. Und ja, wir haben einen neuen Auswahl zu beklagen und einen Rückkehrer zu begrüßen. Und ich denke mal, wir sollten uns heute mal so ein bisschen auf die Abwehr fokussieren, denn die Offensive scheint ja irgendwie klar zu sein, oder nicht? Ja, sehe ich auch so, ja. Wobei die Frage natürlich schon gestellt werden muss, was machen wir denn mit Jamie Lebeling und Enzo Mio? Also es ist jetzt so, fangen wir am Tor an. Das ist die einfachste Personalie. Vorausgesetzt Nübel ist fit. Also Alex Nübel wird im Tor stehen. Und dann hast du halt die Frage, was machst du jetzt in der Abwehr? Ja, also du wirst Anton wieder nach hinten ziehen. Klar, Stiller wird ins Zentrum rücken. Ito wird neben Anton spielen und Mittelstädt auf links. Genau, du musst halt Wagnermann ersetzen. Das ist die Frage. Na, du musst ihn ersetzen, weil er wird nicht spielen können. Absolut richtig. Aber ersetzt du ihn positionsgetreu? Oder sagst du dir, komm, wir spielen mit Dreierkette? Also du kannst die Optionen ja mal durchkennen. Du hast Stergiu und Stenzel, die beide auch Rechtsverteidiger spielen könnten. Du könntest auch mit einem Jamie Lebeling, das sehr offensiv riskant sozusagen angehen, ihn als linken Wingback einsetzen. Wäre auch eine Möglichkeit. Behalten wir uns mal so im Hinterkopf. Weil wir können ja festhalten, Anton Ito Mittelstädt ist safe. Wir können festhalten, Karrasor Stiller safe. Dann würde ich sagen, Führig und auf Girassi ist auch safe. Dann haben wir also noch zwei Positionen, die wir vergeben können. Und dann ist halt die Frage, du hast jetzt Mio und Lebeling. Also aus meiner Sicht, wenn Enzo fit ist, dann muss er spielen. Dann spielt Mio und dann würde Lebeling wieder auf der Bankplatz nehmen, deine Meinung nach. Ja. Oder würdest du diese riskante Variante wählen und Lebeling als rechter Wingback? Nee, also für mich hat sich Leonidas Sterju den Startelfeinsatz mehr als verdient mit der zweiten Halbzeit in Dortmund. Also nicht Stenzel? Nee, für mich war es schon Fingerzeig, dass Hoeneß dann Sterju auch vor Stenzel gebracht hat, der auch seine Hand sich gebrochen hat gegen Heidenheim. Ja, stimmt. Also auch der hat einen Knochenbruch, der spielt halt damit weiter. Nee, ich sehe tatsächlich Sterju. Den gebe ich dir. Okay. Weil ich würde es halt auch feiern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag seine Entwicklung sehr. Dann fasse ich zusammen, wie immer. Also, los geht's im Tor. Alexander Nübel wird starten, da haben wir uns jetzt festgelegt. Dann als Rechtsverteidiger wird Leonidas Sterju auflaufen. Das Innenverteidiger-Pärchen bilden Waldemar Anton und Hiroki Ito. Auf links natürlich Maxi Mittelstädt, die Doppel-Sechs Karasor und Angelo Stiller. Hat er kein Karasor, so viel Zeit muss sein. Dann haben wir über links den unnachahmlichen Griss Führig und halbrechts, würde ich sagen. Enzo Mio, dann wieder zwischen den Ketten, so wie wir ihn mögen und wie er auch gerade in der Offensive am effektivsten ist. Und Dennis Undarff, ja, immer wieder umtriebig Serugrasi für die Tore zuständig. Da bin ich komplett mit einverstanden. Lassen wir uns so stehen. Das freut mich sehr. Und Sebastian, du weißt es, es gibt hier eine Musik auf dem Board, die liebe ich, wenn ich sie abfahren kann. Und die hört sich folgendermaßen an. Jawohl, da scheppert sie wieder rein, die Panfare. Es geht wieder ums Transfer-Update. Aber langsam wird es ja auch heiß. Es wird heiß, es wird unfassbar heiß. Wir haben uns heute eigentlich vorgenommen, mal so einen Schattenkader aufzustellen für die kommende Saison. Aufgrund, genau, der schon weit fortgeschrittenen Zeit und des ein oder anderen Themas, das wir noch bearbeiten sollten, würde ich sagen, wir switchen kurz um. Und schauen mal explizit auf die Leihspieler, die der VfB aktuell im Kader hat. Also zur Zeit sind es ja fünf, die unter Vertrag stehen beim VfB. Der sechste, Antony Rouault, wurde Anfang März fest verpflichtet. Deswegen können wir den schon mal aussparen. Wir schauen jetzt mal genauer hin. Und ich würde sagen, wir geben beide eine Prognose ab, wie wahrscheinlich es ist, dass die jetzt besprochenen Leihspieler uns eine weitere Spielzeit mit ihrer Anwesenheit beehren werden, Sebastian. Und wenn wir gerade eben schon über Leo Stergio gesprochen haben, dann schlage ich vor, dass das dann auch gleich mal unser erster Pick hier sein wird, über den wir sprechen müssen. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, damit man sich mal ein Bild macht, was er eigentlich für Attribute mitbringt. Er ist 22 Jahre alt, geliehen aus St. Gallen, kann Innenverteidiger spielen, rechter Halbverteidiger, Rechtsverteidiger. Er hat in dieser Saison zehn Spiele für den VfB gemacht und 190 Minuten auf die Uhr bekommen. Ist sehr schnell, gut mit Ball, wie wir gesehen haben, hat ein gutes Stellungsspiel. Ist insgesamt, würde ich sagen, ein solider Verteidiger. Es gibt eine Kaufoption für den VfB Stuttgart. Da müssen wir natürlich jetzt hier beim VfB-Eigenen im Podcast immer vorsichtig sein, dass wir keine Interna nach draußen geben. Die wir auch gar nicht kennen, tatsächlich. Natürlich nicht. Du vielleicht, ich nicht. Nein, auf keinen Fall habe ich immer direkt vergessen, wenn ich sowas erfahre. Ich glaube sowieso keinen mehr. Es ist auf jeden Fall, sage ich mal, im unteren einstelligen Millionenbereich anzusiedeln, diese Kaufoption. Wie siehst du denn? Muss man Stergio halten und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ihn halten wird, deiner Meinung nach? Ja, ich glaube, neulich ging ja auch ein Bericht rum, dass sich der VfB schon entschieden hat, ihn nicht weiter zu verpflichten. Aber ich denke, man sollte es tun. Also jetzt gerade auch an Betracht dessen, dass Joshua Wagnermann tatsächlich ja verletzungsanfällig zu sein scheint. Und Stergio immer, wenn er gespielt hat, eigentlich gezeigt hat, dass er ein sehr solider Backup ist. Finde ich, man sollte ihn wirklich verpflichten. Und mit 22 Jahren ist er noch jung, hat noch Potenzial, sich zu verbessern, hat auch noch Potenzial, Stammspieler zu werden. Und scheint sich auch mit der Rolle auf der Bank anfreunden zu können. Insofern würde ich mir wünschen, dass der VfB ihn verpflichtet. Und die Wahrscheinlichkeit, der Plattie-Score, ich sage 55%. 55%. Also für mich ist entscheidend, was ist der Gesamtpaketpreis für Stergio. Also ich würde jetzt hier nicht tief in die Schatulle greifen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn es dann wirklich so ist, dass man ihn im Paketpreis für deutlich unter 5 Millionen bekommt, damit man nicht die Ablöse, sondern da geht es natürlich auch ums Gehalt etc., dann kann ich mir das vorstellen. Denn ich glaube durchaus auch, dass Sebastian Hoeneß nichts dagegen hätte, einfach so jemanden im Kader zu haben, den er halt jederzeit reinbringen kann, der aber sonst die Rolle annimmt, sage ich jetzt mal. Ich habe mir aber sagen lassen, dass Stergio durchaus ambitioniert ist, was ja okay ist. Ja, total. Aber vielleicht steigen dann die Erwartungen auch bei ihm, wenn eine gewisse Ablösesumme erzielt wird. Ich sage Prognose 60%, dass er bleibt. Gut, dann kommen wir zum nächsten. Moda Hood, ich glaube, da geht es etwas schneller. 28 Jahre alt, geliehen von Brighton & Hove Albion. 6er, 8er, das wisst ihr natürlich, hat neun Spiele bislang absolviert, 145 Minuten gespielt für den VfB Stuttgart, ein Tor erzielt. Die Assets, gutes Passspiel, gute Dribblings, guter Schuss. Bei der Kaufoption wird gemunkelt, die liegt wohl im hohen, einstelligen Millionenbereich. Bevor ich dich frage, ob Moda Hood beim VfB bleiben soll und ob der VfB Interesse haben könnte, ihn zu verpflichten, gebe ich direkt meine Prognose ab. 0% dass er bleibt. Ja, da gehe ich nicht mit, ich sage, es sind 3%. 3% sogar, mein lieber Scholli. Ja, aber man sieht ja schon, wenn man einen Spieler in der Winterpause holt oder Zurückrunde halt holt und er kriegt dann halt so viel Spielzeit wie Moda Hood. Also man sieht natürlich auch, Sebastian Hüttes vertraut ihm, deswegen ist er dann auch mal ein Startelf-Kandidat oder beginnt wirklich dann zum Anpfiff. Aber wenn man mit ihm langfristig planen würde, Trainer und Staff und alle, dann wird er, glaube ich, mehr Spielzeit bekommen. Und da sieht man immer schon, wenn er dann ganz am Ende eingewechselt wird, 89., 90., 92., glaube ich nicht, dass er in Zukunft eine Rolle beim VfB spielen wird. Und ja, mit 28 Jahren ist er natürlich auch, was Wertsteigerung angeht, klingt jetzt blöd bei einem Menschen, aber es ist ja nochmal so, was Ablösesummen angeht, auch eher schwierig. Ja, gerade bei dem Paketpreis, den du hier zu erwarten hast. Das ist einfach eine Menge Geld, das du ausgeben müsstest für Moda Hood. Und es ist jetzt nicht so, dass der VfB in Kode schwimmt. Es gibt Positionen, die müssen wir definitiv neu besetzen, beziehungsweise Verträge dann anpassen, dass sie dann auch internationales Niveau erreichen. Und ich glaube, dass der VfB dieses Geld, das man für Moda Hood einsetzen müsste, eigentlich besser investieren können. Ja, zum Beispiel für einen Spieler vom gleichen Verein. Zum Beispiel, da kommen wir gleich jetzt drauf zu sprechen, aber ich möchte noch eins kurz mit einfließen lassen, weil das ist mir ganz wichtig. Das ist natürlich jetzt nicht wertend Moda Hood gegenüber gemeint, weil ich fand, immer wenn er kam, hat er solide seine Leistung abgerufen, hat ein Tor erzielt. Also ich kann ja nichts Schlechtes über Moda Hood sagen, einzig allein die Kaufoption. Er ist ja auch ein geiler Spieler und man würde sich wünschen, dass man einen Spieler wie Moda Hood dann fest verpflichten könnte und sagen, hey, der hat jetzt irgendwie zwei, drei Jahre und kann zeigen, was er kann, aber das geben halt dann die Gesetzmäßigkeiten des Marktes halt einfach nicht her. Ja, und ein Spieler wie Moda Hood beim VfB zu haben, ist sicherlich ein großer Gewinn. Und als wir gehört haben, er kommt auf Laibas, haben wir gesagt, oh, what, also Moda Hood beim VfB, geil. Aber ja, das Gesamtpaket muss halt stimmen und dafür ist er dann einfach ein paar Jahre zu alt, will wahrscheinlich ein paar Euro zu viel. Und Brighton will auch ein paar Euro zu viel. Ja, wir haben ja Jannik Keitel verpflichtet. Da würde ich sagen, sollte man schon die Augen offen halten, dass man vielleicht noch einen weiteren zentralen Mittelfeldspieler dazu holt. Keitel, verletzungsanfällig und dazu kommt natürlich dann auch noch die Option, dass es ja auch mal sein könnte, dass Karasor und Stille ausfallen. Da hast du zwar noch Milliot, aber ja, also ich glaube, Moda Hood ist im Gesamtkostenaufwand einfach eine Nummer zu groß für den VfB Stuttgart. Eine Nummer zu groß, was die Kosten angeht, das trifft vielleicht auch auf den es und darf zu. 27 Jahre alt, geliehen ebenfalls von Brighton & Hove Albion. Stürmer, hängende Spitze, 10, der kann alles spielen. 24 Spiele gemacht für den VfB Stuttgart, wir reden hier übrigens immer nur über Bundesliga-Einsätze. 1.591 Minuten absolviert, 15 Tore geschossen und 8 Vorlagen geliefert. Ja, der wird am Ende der Saison wirklich auf, wie heißt es beim Basketball, Double Fingers, ne? Double Fingers, so sieht aus, ja, absolut herausragend. Seine Assets, der Abschluss natürlich, die Pässe, er ist pressing-resistent. Denn die Mentalität haben wir vorhin schon mal angesprochen, auch das ist ein wichtiges Asset, was nicht jeder Spieler in diesem Kader hat. Die Kaufoption soll angeblich, das habe ich der Presse entnommen, um die 20 Millionen Euro liegen. Ich glaube, sie wird ja auch mit jedem Tor, das er schießt und mit jeder Vorlage, die er liefert, auch höher, ne? Ja, sie ist schon gedeckelt, aber sie ist irgendwie schon sehr dynamisch verhandelt, was ja auch völlig okay ist, weil man wahrscheinlich auch nicht dann geglaubt hat, dass Dennis unter 15 Tore schießt. Also er selbst vielleicht, aber sonst niemand. Ja, also ich glaube natürlich, diese 20 Millionen, sollte es wirklich so sein, sind schon auch abschreckend. Und er möchte natürlich auch jetzt, sage ich mal, im Monat nicht allzu wenig verdienen. Also auch hier wieder massiver Paketpreis, aber wir haben es schon ein paar Mal gesagt, um die Tore, die Dennis Undaff und auch die Vorlagen, die er jetzt hier erzielt hat, beziehungsweise die Leistungen, die er allgemein erbracht hat, irgendwie kompensieren zu können, wirst du wahrscheinlich nicht viel günstiger rauskommen. Außer du zockst, klar, kann dir natürlich auch gelingen, dass du einen Spieler holst für 5 oder 6, 7 Millionen und der ähnlich performt, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders hoch. Du weißt zumindest, was du von Dennis Undaff zu erwarten hast. Und wenn es stimmt, was mir erzählt wurde, ist es auch so, dass man bei Dennis noch ein bisschen abwarten möchte, bis man hier was konkret macht, beziehungsweise mal vorfühlt. Und ich würde mal sagen, das wird heiß, so Anfang Mai, dann wird man wohl da in Medias Rees gehen und gucken, was so möglich ist. Ich sage trotzdem, der VfB wird alles unternehmen, um Dennis Undaff zu halten. Für mich liegt die Prognose aktuell bei 70 Prozent Tendenz leicht fallend, aber nur leicht. Aber ich würde sagen, 70 Prozent, dass wir Dennis Undaff auch in der kommenden Saison hier beim VfB im Trikot auflaufen sehen. Ja, ich glaube, da ist auch ganz entscheidend, ob sich der VfB dann möglichst schnell für die Champions League qualifiziert, weil da kriegst du ja garantierte, was sind es? 18,193 Millionen. Also du kriegst 19 Millionen Antrittsprämie plus vier Heimspieler, da bist du bei... Was habe ich jetzt gerade gesagt? Weiß ich nicht. 18,93 Millionen. Ja, genau. Plus, also als Antrittsprämie plus vier garantierte Heimspieler, also da hast du den Dennis Undaff quasi schon finanziert. Zumindest mal die Ablöse. Zumindest die Ablöse, ja. Ja, und ich denke auch, dass der VfB alles dafür tun wird, dass er hier in Stuttgart bleibt und entscheidend ist ja auch, er fühlt sich hier ganz offensichtlich wohl. Ich habe jetzt gerade neulich irgendeinen, was war das, einen Twitch-Stream gesehen mit Heim und Jamie Levely. Wolltest du jetzt wieder darauf abziehen, dass er bei uns auch mal zu Gast sein wird? Ich wollte es nur kurz mal einfließen lassen. Kann mir nicht vorstellen, dass das im Interesse des Vereins ist. Also er scheint sich hier wohlzufühlen und insofern glaube ich, dass die gemeinsame Reise mit Dennis Undaff und dem VfB wirklich weitergehen könnte. Prognose 70 Prozent finde ich optimistisch, ich sage 62. Okay, nehmen wir so. Ist protokolliert. Und wenn wir schon Jamie Levely gerade adressierten, dann können wir eigentlich auch gleich über ihn sprechen. 23 Jahre alt, ausgeliehen von Union Berlin. Pui! Offensiv würde ich sagen, polyvalent einsetzbar, kann auch als rechter Mittelfeldspieler spielen oder rechter Wingback, vielleicht sehen wir das sogar am Samstag, obwohl wir uns jetzt dagegen entschieden haben. Er hat 28 Spiele gemacht für den VfB Stöcker, 1069 Minuten absolviert, drei Tore geschossen und sechs Vorlagen beigesteuert. Seine Qualitäten, Dribblings, Diffuses, Flanken, Tempo, grundsätzlich sein Einsatzwille, alles das bringt er mit. Die Kaufoption liegt, auch das ist wieder aus der Presse entnommen, circa bei 5 Millionen Euro. Und ich sage mal so, also Jamie Levely hat sich wirklich von Woche zu Woche weiterentwickelt. Er hat immer noch Schwankungen drin, finde ich aber nicht groß verwunderlich. Mit 23 Jahren ist das immer noch möglich. Aber du siehst eigentlich in jedem Spiel sein Potenzial, das er mitbringt. Und ich würde dem VfB gerne raten, haltet diesen Spieler, weil ich glaube, für diesen Preis wird es schwer, eine vergleichbare Qualität sich in den Kader zu holen. Und ich habe bei ihm auch das Gefühl, dass auch er sich mit dieser Rolle, mal von der Bank, mal von Beginnern anfreunden kann, ihn das sogar anspornt. Und das ist vielleicht das Einzige, an dem muss er noch arbeiten. Er muss ein bisschen fairer mit sich umgehen. Und ich glaube, wenn er ein bisschen locker lassen kann, dann wird er durch die Decke gehen. Also meine Prognose ist, Jamie bleibt zu 80 Prozent. Also ich bin ja schon seit Kreuter Fürth-Zeiten großer Jamie-Leveling-Fan und du hast gerade ja seine Fakten ausgewählt. Er ist halt 23 und wenn er halt Stammspieler werden möchte, hat er alle Zeit der Welt dazu, also nicht alle Zeit der Welt, aber noch ein, zwei Jahre halt. Dann ist er im besten Fußballalter. Er ist noch ein junger Spieler. Und ja, also ich sehe das auch so. Und wir haben damals für Silas, glaube ich, 8,5 Millionen Ablöse bezahlt. Ja, absolut. Und jetzt hat ihm den Rang abgelaufen, nachgewiesenermaßen. Und jetzt könnte man ihn für 5 kaufen. Also Inflation noch mit eingerechnet. Also es ist viel Geld, aber ich sage, ja. Ja, ich will. Ja, ich will. Ja, ich will. Jamie bleibt bei uns. Ist für mich tatsächlich von den Leihspielern die wahrscheinlichste Option, dass der FFs verpflichtet wird. Ich sage 87 Prozent. Stark, denn ich komme jetzt zu meiner wahrscheinlichsten Option. Alexander Nübel, 27 Jahre alt, ausgeliehen vom FC Bayern München. Überraschenderweise ist Alexander Nübel ein Torhüter, falls ihr es noch nicht wusstet. 25 Spiele, 2250 Minuten absolviert, neunmal zu null. Ja, aber leider kein Tor erzielt. Das ist die große Schwäche. Das ist die große Schwäche. Dafür aber stark auf der Linie. Gute Strafraumbeherrschung, gute Spieleröffnung. Und er strahlt natürlich viel Ruhe aus. Und was natürlich auch noch dazu kommt, er ist wirklich geachtet von seinen Mitspielern. Also er ist auch in der Kabine wichtig. Genau, und den Fans. Das sowieso, Nübel, Nübel, Nübel. So, Kaufoptionen gibt es keine. Aber die Option, die es gibt, ist, dass er bei Bayern München seinen Vertrag, der im nächsten Jahr auslaufen wird, verlängert und dann erneut nach Stuttgart verliehen wird. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn fest verpflichten, da würde ich die Prognose auf null Prozent setzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Alexander Nübel seinen Vertrag bei den Bayern jetzt langfristig verlängert und dann erneut nach Stuttgart verliehen wird, da wage ich die Prognose 95 Prozent. Ja, absolut. Ich hoffe, ich plaudere jetzt nicht schon wieder irgendwas aus, was ich nicht ausplaudern darf. Der Kicker hat sie heute geschrieben. Ich glaube, wir haben dann bei der Zeitung mit den vier Buchstaben abgeschrieben. Das stimmt ja nicht. Genau, aber es sieht wohl so aus, als ob tatsächlich die Bayern ganz langfristig mit Alex Nübel verlängern wollen. Ich glaube, im Gespräch ist da ein Vertrag bis 2030. 20.030? 20.030, also bis 2030. Und er dann aber nochmal für ein Jahr beim VfB bleibt und dann guckt man wahrscheinlich, ob Manuel Neuer nochmal zwei, drei, acht Jahre... Oder der Ulle vielleicht nochmal durchstartet. Man weiß es nicht, ne? Ja, das kann auch sein, wenn er nicht gerade bei Jungs rumschubst. Habe ich es gesehen, aber er ist hier entschuldig. Ja, passiert jedem mal. Also insofern sieht es so aus, als ob tatsächlich Alex Nübel noch ein Jahr beim VfB bleibt. Mindestens, aber auch nur deswegen, weil die Bayern mit ihm langfristig verlängern. Ich würde es cool finden. Ja, total. Dennis Simon kriegt nochmal ein Jahr und dann kann man ihn vielleicht sogar schon über Pokaleinsätze oder so langsam ranführen. Aber ich glaube, es tut auch Dennis Simon, gerade nach dieser Verletzung, die er Ende des Jahres, glaube ich, erlitten hat. Ja. Das ist das Rückenthema, glaube ich. Ja, das tut ihm auch nochmal gut, dann nochmal ein zusätzliches Jahr bei der U21 zu haben, sich weiterzuentwickeln, mit so einem herausragenden Torhüter trainieren zu können und sich zu verbessern. Gut Sebastian, ich würde sagen, wir haben unser Transfer-Update soweit über die Runden gebracht. Ich würde vorschlagen, sollte es jetzt keinen neuen Transfer-News geben, wir werden jetzt jede Woche uns irgendwie so eine Kategorie überlegen, die wir dann adressieren. Ja, gerne. Das ist der Plan. Gut, dann kommen wir jetzt zur Zukunft des VfB Stuttgart. Wir schauen ins NLZ und sehen, der VfB 2 ist gut unterwegs, weiterhin muss man sagen. Fünf Siege aus den letzten fünf Spielen, so ist es richtig. Am vergangenen Wochenende hieß es 2 zu 1 gegen Hessen-Kassel. Damit steht der VfB 2 nun mit 51 Punkten auf Tabellenplatz 3 in Schlagdistanz zum Tabellenführer Stuttgarter Kickers. Da wird es nochmal richtig heiß. Zum Spiel an sich war eine gute erste Halbzeit, trotzdem torlos, aber der VfB 2 zeigte eine gute Leistung. Die zweite Halbzeit begann dann direkt mit einem Doppelschlag und mit einer richtig guten Vorstellung des VfB Stuttgart. Erst traf Leo Münst mit wirklich einer künstlerisch wertvollen Direktabnahme nach einer Flanke von Lauren Ullrich. Den kann man ja vielleicht auch nochmal auf dem Schirm haben. Auch ein großes Talent hier in Stuttgart. Dann kam Mathis Hoppe, traf zum 2 zu 0. Dann kamen plötzlich die Koblenzer zurück. Nee, Kassler sind es. Der Kassler kam zurück. 56. Minute, dann direkt der Anschlusstreffer. Jetzt bin ich gespannt, ob du den Namen aussprichst. Den ignoriere ich. Kannst du ja mal probieren. Nee, lass mal. Okay, wenn nicht, schlagt es einfach nach. Und was dann spannend war, es gab nach einer Ecke leider ein Handspiel von Moussa Cissé. Jetzt haben wir es richtig. Und es gab einen fälligen Strafstoß. Aber, was für die einen eine Bürde ist, ist für Dennis Simon eine Chance, die er nutzte. Denn Dennis hielt diesen Elfmeter. Getreten übrigens vom Ex-Stuttgarter Nikos Sokrafakis. Und Dennis Simon, wie gesagt, gehalten. Was man auch noch erwähnen sollte, Max Herwart gab sein Startelf-Debüt für den VfB 2. Weltmeister Max Herwart. Ich kriege es irgendwie nie hin. Weltmeister Max Herwart gab sein. Moment. Weltmeister Max Herwart gab am vergangenen Wochenende sein Startelf-Debüt für den VfB 2. Er spielte sehr gut. Weiter geht es für die U21 am kommenden Sonntag beim 1. FSV Mainz 05-2-Anpfiff im Bruchwegstadion. Ist um 14 Uhr. Die Kickers spielen übrigens am Freitag gegen Balingen und Hoffenheim 2, die ja auch noch im Aufstiegsrennen mit dabei sind. Die spielen auch gegen Balingen. Nur eben gegen das Balingen. Das ist aber auch tricky. Da kann man nur hoffen, dass sich die Busfahrer die richtigen Google-Maps-Koordinaten irgendwie eingespeichert haben. Nicht, dass die Mannschaften nicht da landen, wo sie eigentlich spielen sollen. Dann spielen aber mal die Kickers gegen Hoffenheim. Das wäre natürlich nicht wünschenswert. Ja, also tabellentechnisch. Ich habe es gerade eben schon angedeutet. Es ist super spannend in der Regionalliga. Hoffenheim zwei Punkte hinter den Kickers. Allerdings mit einem Spiel weniger. Der VfB schickert dann nochmal weitere drei Punkte hinter Hoffenheim in Schlagdistanz zu den Kickers. Man spielt noch gegen die Kickers. Also das könnte wirklich ein spannendes Aufstiegsrennen geben. Ich weiß, dass es viele gibt, die sagen, Mensch, Zweitvertretungen haben in der dritten Liga nichts zu suchen. Am Ende ist es halt Wettbewerb. Und wenn sich der VfB 2 über den ersten Platz qualifizieren sollte für die dritte Liga, gut, dann soll es so sein. Also ich werde das mit Sicherheit nicht monieren. Ich würde mich, wenn ich ganz ehrlich sein soll, sogar ein bisschen freuen. Für die U19 gibt es in dieser Saison nicht mehr allzu viel zu gewinnen, außer einzelne Spiele. Das gelang aber am vergangenen Wochenende leider nicht. Man spielte nämlich nur 2 zu 2 gegen Eintracht Frankfurt und das auch in Frankfurt. Vielleicht schon ein Vorgeschmack auf kommenden Samstag. Ich hoffe nicht. Nein. Denn es lief, also wirklich irgendwie irre, muss man ganz ehrlich sagen. Also der VfB gerät erstmal in Rückstand. Es steht 0 zu 1 für Frankfurt. Dann kommt Luca Raimund gleich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit aus. Luca Raimund, der ja erst eine Rotsperre abgesessen hat. Dann bekommt Osei, Moment, Osei, er ist Drifter, aber für den VfB 2, also es ist ein Frankfurt-Spieler, muss man dazu sagen, bringt praktisch den VfB in Führung, fliegt dann wenig später vom Platz mit glatt rot. Der VfB denkt, das Ding ist jetzt durch. Ja, nee, Quatsch. In der 88. Minute macht Frankfurt dann noch den Ausgleich. Also super Witter, das Ganze. Hätte nicht sein müssen, da lege ich mich fest, aber ich habe es ja gerade eben schon angedeutet, ich glaube, das ist jetzt eher so eine Testphase, die wir hier beim VfB erleben. Inzwischen liegen sie auf Rang 6 rein punktetechnisch. Geht da vielleicht noch, ja, mit viel Optimismus irgendwas in Richtung Rang 3, aber alles, was da drüber liegt, wird, glaube ich, nicht mehr zu erreichen sein. Ich meine, du hast da drei Punkte auf dem KSC, also ich glaube, das muss das Saisonziel sein, vor dem KSC einzulaufen. Die aber super gerade drauf sind, die gewinnen jedes Spiel. Also es gibt, glaube ich, Mainz ist auch noch gut drauf, die U19 von Mainz, aber ansonsten gibt es, glaube ich, kein Team, das so formstark ist wie der KSC aktuell. Aber ich gebe dir absolut recht, der KSC muss hinter dem VfB landen, ansonsten Riot. Der VfB kann dafür was tun, dass man vor dem KSC landet, nämlich am kommenden Samstag, 12.30 Uhr, unten auf Platz 1, geht es gegen den 1. FC Heidenheim, die liegen auf Platz 12. Also das sollte machbar sein, möchte ich mal so sagen. Ich hoffe, das kriegen wir irgendwie hin. Dann gibt es übrigens noch eine interessante Information zur U19. Man verlängerte nämlich einen Vertrag mit Christopher Olivier. Das österreichische Wunderkind. Der ist super, also das ist ja, haben wir mal rausgearbeitet, nach Testspielen, im Endeffekt so eine Art Atakan Karasor nur in deutlich jünger, sehr robuster Sechser, der einen tollen Pass spielt, sehr viel Ruhe auch ausstrahlt und eine unheimliche Wucht hat. Es gab einige Interessenten, die vorgesprochen haben, aber es gibt nur einen VfB Stuttgart. Und Christopher dachte sich, also wenn ich schon mal da bin, dann bleibe ich auch. Dann bleibe ich auch, ja. Übrigens, Christian Gentner mit dabei gewesen bei der Vertragsunterzeichnung und das können wir ja schon mal wegnehmen. Es könnte sein, dass Christian Gentner diese Rolle in Zukunft häufiger ausfüllen wird. Aber dazu später mehr. Oder auch nicht. Kommen wir zu den VfB-Frauen, Sebastian. Ja, dem auch gewohnt, natürlich. Warst du da? Nein. Schade. Dann müssen wir wieder einfach nur so einen Erlebnisbericht von YouTube hier runterbeten. Was mich gefreut hat, dass Jana Beuschlein wieder dabei war, zwar nur auf der Bank, sie holt sich immer noch von der Erkrankung, aber da ist praktisch Ende der Fahnenstange erreicht und sie müsste jetzt dann irgendwann wieder regelmäßig spielen können. Muss sich ihren Platz aber im Sturm erstmal wieder erkämpfen gegen Farah Jusufvic, die aus der zweiten Mannschaft quasi hochgekommen ist, der jetzt auch einen Profivertrag unterschrieben hat bei den VfB-Frauen und dann bei ihrem Startelfdebüt sofort auch doppelt getroffen hat. Richtig abgeliefert hat, wirklich ein technisch richtig starkes Tor zur 1-0-Führung erzielt hat, das war schon bärenstark. Ja, die hat Torinstinkt, die Dame. Das 4-0 hat sie dann auch noch gemacht, das könnte man das Ergebnis vielleicht auch mal zwischendrin sagen, also der VfB spielte 4-0 gegen Gottenheim und wie gesagt, erstes Tor, Farah Jusufvic, dann das vierte Tor ebenfalls von Farah Jusufvic. Aber wenn ihr glaubt, dass das schon der Hammer ist, das ist noch nicht der Hammer. Ich empfehle euch sehr, auf dem YouTube-Kanal des VfB Stuttgart die Zusammenfassung euch anzuschauen, dann seht ihr, dass Mandy Islacher nach einer Ecke mit einem Lupfer noch zuerst 2-0 erzielt und dann... Das übliche Traumtor von Laureta Temay, eigentlich an jedem Spieltag, aber ich glaube, das war jetzt ihr Bestes, oder? Also ich glaube, die hat aus Mettingen geschossen. Also es war wirklich ein unfassbarer Strahl, den sie da abgelassen hat. 30 Meter? Also ich könnte nicht mal so weit schießen. Das ist Wahnsinn. Und sie nagelt in den Winkel rein, ne? Und kurz nach dem 3-0 macht sie es nochmal und aus einer noch größeren Distanz. Und knapp daneben, ja. Also diese Frau ist unfassbar. Die ist unfassbar. Wundervolles Tor. Wie gesagt, insgesamt gewinnt der VfB 4-0. War nur am Drücker. Also es gab überhaupt keine Chance gegen Gottenheim. Leider Gottes, muss man sagen, hat auch Sand 2 einen ganz guten Tag erwischt. Die gewannen 5-0 gegen den KSC 2. Aber wir haben ja in der letzten Ausgabe schon herausgearbeitet, dass der KSC 2 und Gottenheim nur gegen Elend, würde ich es vielleicht umschreiben, also vielleicht nicht die Kragenweite dieser beiden Mannschaften sein sollte, die jetzt aktuell um den Aufstieg sich betteln. Der VfB bleibt weiterhin Tabellenführer, hat 42 Punkte, Sand 2 40 Punkte. Alles, was darunter liegt, könnt ihr getrost vergessen. Genau, Herrenberg war halt eben auch so ein bisschen verabschiedet aus dem Aufstiegsrennen. Also es ist ein Zweikampf. Also absolut, es ist ein Zweikampf und du siehst halt die eine Mannschaft, also eigentlich sind beide Mannschaften enorm stark, aber der VfB Stuttgart hat tatsächlich schon 63 Tore in 15 Spielen erzielt. Sand 2, die ja auch richtig gut unterwegs sind, kommen nur auf 49 Tore. In der Defensive ist es so, dass Sand 2 sieben Treffer gegen Tore kassiert hat und der VfB bereits acht, wenn man so möchte. Und wir hoffen natürlich, dass wir da die Tore-Dreferenz noch deutlicher ausgestalten können, spätestens dann mit dem entscheidenden Duell, das können wir natürlich mal vorwegnehmen, gegen Sand 2. Denn das wird über den Aufstieg entscheidend sein. Was auch entscheidend sein wird, ist, dass der VfB nicht irgendwie versehentlich stolpert. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass das am kommenden Samstag um 14 Uhr in Därendingen der Fall sein wird, denn Därendingen liegt aktuell auf Platz 9, das ist der Relegationsrang in der Oberliga. Jetzt kurzer obligatorischer Geografie-Check. Därendingen, wo liegt es? Ich habe keine Ahnung. In Deutschland. Okay. Also ich hätte jetzt gesagt, bei Tübingen. Hätte ich tatsächlich auch gesagt. Du googelst. Nee, aber das stimmt nicht. Ich gucke mal kurz. Du googelst, ich sage, Därendingen liegt bei Tübingen und verrate euch, solange der Sebastian herausfindet, wie falsch wir diesmal liegen, dass Sand 2 nicht so weit fahren muss. Die müssen nämlich nach Freiburg zu Sand-Georgen und das ist, glaube ich, und hier kommt wieder der Geografie-Fachmann durch, Sand und Freiburg ist, glaube ich, jetzt keine allzu große Distanz. Sebastian, löse bitte auf. Also Därendingen, ich zitiere Wikipedia, im lokalen Dialekt, Därendinge, ist ein Stadtteil der Universitätsstadt Tübingen. Also wir waren da. So sieht es aus. Also mir soll noch mal einer sagen, ich hätte keine Ahnung von Geografie. Wurde, du hast Hegner, glaube ich, in den Schwarzwald gelegt, oder? Jetzt reicht es aber. Wann findet eigentlich das WFV-Pokalfinale statt, Sebastian? Das müssen wir noch kurz erwähnen, das ist am 9. Mai und es findet in Hegnach statt. Angeblich wird es gelost, also Hegnach und der VfB sind die Finalgegner. Angeblich? Was ist denn das für eine wüste Unterstellung? Nein, es wird gelost, aber niemand weiß, wann und wo und wer. Dann machen wir es jetzt. War ich jetzt nach Obertürkheim gelost, aber es findet in Hegnach statt, das ist bei Weibling. Anschluss ist am 9. Mai um 16 Uhr. Ich dachte auch, was ist das für ein Scheiß, am Donnerstag um 16 Uhr, aber es ist Himmelfahrt. Es ist Feiertag, also geht hin, nehmt euch am Freitag am besten den Brückentag und dann können wir den Pokalsieg auch feiern. Also ich werde auf jeden Fall da sein. Und wir hatten beim letzten Mal gesagt, dass ja im Pokal-Halbfinale gegen Herrenberg Nadine Geiring die gelb-rote Karte bekommen hat und deswegen im Pokalfinale gesperrt ist. Das stimmt nicht, weil sie war jetzt gesperrt im Ligaspiel. Warum auch immer und sie kann jetzt im Pokalfinale spielen. Warum? Weil es nur derjenige, der auch die Partie ausgelost hat. Gut, dann warten wir weiterhin auf Antworten von dieser Person. Und Sebastian, wir beschäftigen uns jetzt zum Abschluss dieser Ausgabe wieder mit dem Lieblingsthema aller VfB-Fans, der Vereinspolitik. Wir haben heute, als wir uns hier getroffen haben, im Fanprojekt schon angemerkt, naja, irgendwie so langsam aber sicher schlägt sich diese schlechte Stimmung doch dann auch auf unsere Lust, Niederspiele des VfB Stuttgart zu begleiten. Du hast gesagt, du warst am Samstag bei einem Geburtstag, wolltest eigentlich nach Hause, um das Spiel zu gucken. Dachtest dir dann, ach komm, weißt du was, ich bleibe hier, kann mich mit normalen Menschen unterhalten. Das ist eigentlich auch nicht so schlimm. Aber um es dann komplett auszuführen, ich bin dann nach Hause gegangen und habe dann, glaube ich, in der 88. irgendwie eingeschaltet. Habe dann eine Chance für ein BVB gesehen und dachte, ich mache es sofort wieder aus. Ich habe jetzt nichts gesehen. Der VfB führt und ich war dann wirklich zu Hause, saß auf dem Bett, habe das Handy in der Hand gehalten und habe auf die Push-Nachricht gewartet, dass der VfB gewonnen hat. Dann kam sie endlich und dann war ich komplett erleichtert. Aber nee, also mir hat dieser ganze Hickhack um Aufsichtsrat und Rücktrittsforderungen und diesem und jenem und Personalrochhaden schon so ein bisschen die Lust an dieser überragenden Saison genommen. Das ist leider so. Ja, das ist ziemlich traurig, wenn es euch ähnlich geht, dann mein Beileid an der Stelle. Ich ergötze mich dann doch schon noch sehr am Spiel des VfB Stuttgart, aber ihr sollt um Vereinspolitik gehen. Ihr merkt schon, wir drücken uns, denn es gibt mal wieder was zu vermelden. Heute um 13 Uhr wurde über die Vereinskanäle des VfB Stuttgart bekannt gegeben, dass Christian Riedmüller als Präsidiumsmitglied und Aufsichtsratsmitglied zurücktreten würde. Es gab erstmal ein sehr überschaubares Statement des VfB dazu, Sebastian, wenn du es gerne mal mit uns teilen würdest. Genau, ich glaube, es kam ja zwei, drei Stunden später nach der Meldung, dass Christian Riedmüller zurückgetreten ist von seinen Ämtern. Ich meinte die erste Meldung, die wirklich nur so ein... Ach, die meinst du? Also okay, ja, da kam, weil das zweite Statement war auch überschaubar, weil das allererste Statement vom VfB war. Christian Riedmüller hat an diesem Mittwoch, 10. April 2024, die Organe des VfB, insbesondere das Präsidium und den Aufsichtsrat, darin darüber informiert, dass er seine Ämter als Mitglied des Präsidiums des VfB Stuttgart 1893 e.V. und des Aufsichtsrats der VfB Stuttgart 1893 AG mit sofortiger Wirkung niederlegt. Und dann dachte ich zuerst, jetzt gehe ich auf Twitter und schreibe, wer von euch war das? Weil ich dachte, die Webseite wäre gehackt worden. Aber es sollte sich herausstellen, jawohl, Christian Riedmüller ist tatsächlich zurückgetreten. Später am Nachmittag gab es dann noch eine weitere Meldung auf vfb.de. Dort dankte man Christian Riedmüller dann für sein Engagement. Sebastian, und der Vollständigkeit halber darfst du nochmal... Genau, das lese ich gerne vor. Der VfB Stuttgart dankt Christian Riedmüller. Das Präsidium und der Vereinsbeirat des VfB Stuttgart 1893 e.V. danken im Namen des gesamten Vereins Christian Riedmüller für sein großes persönliches Engagement als Mitglied des Präsidiums und des Aufsichtsrats. Christian Riedmüller gehörte dem Präsidium von Juli 2021, dem Aufsichtsrat von August 2021 an und hat in dieser Zeit seinen Teil zur Weiterentwicklung des VfB Stuttgart beigetragen. Wir wünschen Christian alles Gute und würden uns freuen, wenn er dem Verein auch weiterhin verbunden bleibt. Das Präsidium und der Vereinsbeirat des VfB Stuttgart 1893 e.V. Ja, alles etwas überschaubar. Etwas ausführlicher war dann Christian Riedmüllers Begründung, die er via Facebook auslieferte. Also, ist auch okay. Ja, man kann das alles so machen. Ich habe gerade überlegt, um es jetzt mal konkret zu machen. Ich finde es natürlich dann schon irgendwie komisch, wenn du auf Facebook sozusagen deinen Rücktritt begründest. Das werde ich nicht als Angriff oder sonst irgendwas. Nein, nein, nein. Nee, aber ich... Ich finde die Form auch komisch. Ich hätte es halt auch nicht schlecht gefunden, wenn man das über die VfB-Seite, vielleicht nicht in dieser Ausführlichkeit, wir werden gleich darüber sprechen, abgedruckt hätte. Aber ich finde so eine Begründung, das wäre irgendwie noch was gewesen, was man den Mitgliedern geben kann. Und zwar auf der Webseite des VfB Stuttgart und halt nicht auf Facebook. Und das greide ich jetzt nicht, das ist doch der einen Satz Christian Riedmüller an, weil ich weiß ja gar nicht, ob er überhaupt die Möglichkeit hatte, ein Statement auf die Seite zu setzen. Das weiß ich alles noch nicht. Genau, jetzt ist es ja so, dass er auf seiner VfB-Seite, auf seiner Facebook-Seite natürlich die komplette Kommunikationshoheit hat und da schreiben kann, was er möchte. Und ob jetzt auf der VfB-Seite das geschrieben wird, was er gerne ausdrücken möchte, ist natürlich eine andere Sache, weil da haben noch andere Leute dann ein gewisses Interesse und Mitspracherecht und dann wird vielleicht irgendwie rumgestrichen und umformuliert und so weiter. Also insofern kann ich das schon ein Stück weit nachvollziehen. Allerdings finde ich natürlich auch dann irgendwie die Begründung eines Rücktritts auf Facebook ist halt irgendwie schwierig, weil es ja auch gerade aus VfB sich so ein bisschen historisch belastet ist. Aber trotzdem war es durchaus interessant, was Christian Riedmüller auf Facebook geschrieben hat. Ja klar, also erstens mal muss man ja sagen, es gab ja in den letzten Wochen vermehrte Rücktrittsforderungen, nicht zuletzt der Kranstädter Kurve. Laut Christian Riedmüller waren es aber nicht diese Rücktrittsforderungen der Kranstädter Kurve, die dazu führten, diesen Schritt zu gehen, sondern die Art der Zusammenarbeit im Präsidium und mit Teilen des Vereinsbeirats. Riedmüller kritisierte den noch amtierenden Präsidenten Klaus Vogt sehr scharf, warf ihm vor, dass er massiv und vor offener Gruppe kritische Gremienmitglieder angehen würde. Also so konkret wurde er. Und wir erinnern uns, ähnlich begründeten vor einem Jahr Susanne Schosser und Martin Bitzer ihren Rücktritt aus dem Vereinsbeirat. Ist schon ein bisschen in Vergessenheit geraten. Christian adressierte auch die Initiative Zukunft VfB. Hier gab es ja zuletzt die Vorwürfe. Er hätte im Hintergrund an dieser Petition, an dieser Initiative mitgewirkt. Und die hatte das Ziel, dass Klaus Vogt eben zurücktritt. Und was vielen, glaube ich, sauer aufstieß, war damals, oder wahrscheinlich immer noch, dass Zukunft VfB sich nur auf den Rücktritt Vogts fokussiert und Riedmüller und Adrian aus der Verantwortung eigentlich nimmt. Obwohl man zumindest auch beiden vorwerfen kann, dass sie ja durchaus auch ihre Rolle mitspielten, zum Beispiel im Porsche-Deal und womöglich dann auch in irgendwelchen Zusicherungen, was die Abgabe des Aufsichtsratsvorsitzes betrifft. Da gibt es nichts Konkretes, aber zumindest mal wird das so kolportiert über die Presse. Deswegen wunderten sich jetzt die ein oder anderen, warum jetzt ausgerechnet nur Klaus Vogt adressiert wird in dieser Initiative Zukunft VfB. Man muss schon sagen, also um sich darauf nochmal zu beziehen, es wäre natürlich mehr als bekannt, wenn Christian Riedmüller wirklich Mitinitiator von Zukunft VfB wäre. Also als amtierendes Präsidiumsmitglied dann wirklich so, wie soll man sagen, variantenreich. Also ganz ehrlich, also gegen den eigenen Präsidenten zu meutern. Also mir ist schon egal, ob er Initiator ist, das Ding geschrieben hat, also mir reicht es halt schon, dass er von sich aus zugibt, dass er dieses PDF bekommen hat und Korrektur gelesen hat und lektoriert hat. Das muss man sagen, hat er eingestanden auch auf Facebook. Und dafür ist für mich das Ding halt komplett durch einfach. Und wie gesagt, die ganze Thematik ist ja durchaus schwierig, weil in der Angelegenheit sage ich, okay, das finde ich halt komplett verwerflich. Andererseits, und deswegen finde ich wiederum auch dieses Statement, dieses Dankeschreiben vom VfB so ungenügend, hat Christian Riedmüller natürlich große Verdienste rund um den VfB, gerade was die Abteilung angeht. Also ich glaube, wie er sich da engagiert hat für Leichtathletik und für alle anderen Abteilungen, abseits des Profifußballs, war wirklich grandios. Und da hätte ich mir wirklich vom VfB ein Dankeschön gewünscht. Und natürlich gab es auch innerhalb des Präsidiums, das hat glaube ich jedes Mitglied mitbekommen, wirklich irgendwelche Zwistigkeiten und Störgeräusche. Ist okay, muss man dazu sagen. Und die wurden auch auf eine Art und Weise ausgetragen, von der ich glaube, dass sie nicht mehr okay sind. Da bin ich auch bei dir. Da gab es viele Intrigen und kein offenes Miteinander mehr. Aber trotzdem muss man das, denke ich, dann wirklich auseinander differenzieren. Und ich finde, der größte Verein Baden-Württembergs mit knapp 100.000 Mitgliedern sollte in der Lage sein, ein offenes und ehrliches Dankeschön an jemanden äußern zu können, der jetzt dann drei Jahre dabei war und viel Zeit und viel Nerven und viel Energie investiert hat und nicht so ein Chat-GPT-Statement irgendwie. Wobei man natürlich schon noch dazu, ja okay, ich lasse das so gelten von dir, aber man hat sich bedankt. Es wirkt dir jetzt nicht besonders herzlich. Ich sage, dann kannst du auch bleiben lassen. Ja, vielleicht hast du diesbezüglich recht, aber ich fand es dann halt auch gut, dass das nochmal nachgeschoben wurde. Das erste Statement fand ich echt okay, also das ist im Endeffekt, hier ist die Tür. Ja, ciao. Ciao, danke für nichts. Und zumindest gab es dann später nochmal ein Statement und da wurde sich bedankt, das möchte ich nur nochmal festhalten, dass es jetzt nicht so war, dass der VfB sich gar nicht bedankt hat. Aber wir sind jetzt so weit gekommen, dass ich mich frage, wenn das unterschrieben wird mit das Präsidium, denke ich, mehrheitlich, nicht mehrheitlich, nur einer, alle beide. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, was das jetzt eigentlich für die Zukunft bedeutet, dass jetzt nur noch zwei Präsidiumsmitglieder die Geschicke des e.V. zu verantworten haben. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück auf dieses Thema Zukunft VfB. Was ich gut fand, war, dass er jetzt in diesem Facebook-Statement schrieb, dass er diesen Weg als falsch erachtet im Nachhinein. Das ist ja auch etwas, was immer wieder eingefordert wird, Fehlerkultur. Ja, und wahnsinnig wichtig. Und ganz kurz, das muss ich noch sagen, Fehlerkultur bedeutet ja nicht, dass einer einen Fehler zugibt. Das eine, Fehlerkultur bedeutet halt eben auch, dass wir dann bereit sind zu sagen, okay, der hat seinen Fehler eingestanden. Absolut. Ja, jetzt geht es halt weiter nach vorne. Aber ich bin auch bei dir. Nach so einem Schritt ist es für mich schwer, für die Zukunft Vertrauen zu haben in die handelnden Personen. Ich kenne natürlich auch nicht alle Umstände, die dazu führten, aber das kann nicht der gangbare Weg sein. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Und tatsächlich, die Einzigen, die aus meiner Sicht in den letzten Wochen gewonnen haben, waren diejenigen, die das Statement der Katschner Kurve unterschrieben haben, dass das Präsidium zurücktreten muss. Weil in den letzten Wochen hat keiner irgendwie gezeigt, dass das eine schlechte Forderung ist, aus meiner Sicht jedenfalls. Ja, also die Beweisführung fehlt noch so ein Stück weit, dass es besser wäre, so weiter zu machen, wie es bisher war. So ganz wird es ja auch nicht funktionieren. Jetzt nicht mehr, ja. Was Christian Riedmüller auch noch unbedingt mitteilen wollte, dass er definitiv nicht Sebastian Müller sei. Das suggerierte ja die Katschner Kurve beim Heimspiel gegen Heidenheim mit einem Banner. Ja, und jetzt, Sebastian, wirst du gleich gefordert sein, denn du wirst jetzt den Rest des Statements verlesen dürfen. Denn ich fand es ganz spannend, als Riedmüller dann über die Herausforderungen anhob, die laut seiner Einschätzung vor dem VfB liegen würden. Nimm uns doch mal mit, was Christian Riedmüller dazu schrieb. Genau, ich möchte vorher noch kurz klarstellen, auch ich bin nicht Sebastian Müller. Okay. Beweise. Ja, genau. Ich zitiere lieber. Also, die Herausforderungen für unseren VfB liegen auf einer ganz anderen Ebene. Wir brauchen das Weltmarkenbündnis von Mercedes, Porsche und VfB, weil es notwendig ist, um die herausragenden Ergebnisse unserer Mannschaft finanziell abzusichern. Der VfB hat das Riesenglück, dass seine Partner nicht aus finanziellem Interesse handeln, sondern ihr Engagement für die Region durch den Schulterschluss mit einem international erfolgreichen Fußballverein emotional erlebbar machen wollen. Wir brauchen eine professionelle Führung und Kontrolle im Aufsichtsrat, die sich nicht ausschließlich auf den persönlichen Machterhalt konzentriert. Der Aufsichtsratsvorsitz sollte perspektivisch immer von einem Präsidiumsmitglied des Vereins wahrgenommen werden. Es ist die Aufgabe, auch der Mitgliederversammlung durch die Wahl geeigneter Personen diese Ämterkombination sicherzustellen. Und wir brauchen das Aufbrechen der Zirkelbezüge zwischen Vereinsbeirat und Präsidentpräsidium. Leider erhielten in der letzten Mitgliederversammlung die entsprechenden Anträge nicht die notwendige 75% Mehrheit, auch weil der Präsident sowie der Vorsitzende des Vereinsbeirats und dessen Stellvertreter bereits vor und auch während der Mitgliederversammlung alles dafür taten, dies zu verhindern, um nicht die Satzungsgarantie ihrer Machtbasis zu verlieren. Der Vereinsbeirat entscheidet weiterhin, welche Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl von Präsidium und Vereinsbeirat zugelassen werden und bestimmt darüber, in welcher Kombination die Konkurrenten antreten. Geradezu eine Einladung dazu, die eigene Wiederwahl satzungsgemäß zu manipulieren. Jetzt kurzer Einschub. Ich meine, bei der letzten MV haben wir diese Pärchenwahl fürs Präsidium aufgehoben. In Zukunft haben wir eine Listenwahl. Genau, also wir hatten ja Scheurer gegen Adrion und Deutsch gegen Riedmüller. Das wird es nicht mehr geben. Genau. Also da liegt Christian Riedmüller falsch an der Stelle. Aber wir hatten auch lange drüber nachgedacht, ob es wirklich so gewesen ist bei dieser eh den langen MV. Ich les weiter. Wenn die Zusammenarbeit mit dem Präsidenten aus menschlichen und fachlichen Gründen nicht funktioniert, fragt man sich, woran das liegt. Wenn man dann sieht, dass bis auf fünf Personen im Vereinsbeirat fast ausnahmslos bereits zum zweiten Mal fast alle Vorstands-, Aufsichtsrat-, Präsidiums- und Vereinsbeiratsmitglieder entweder zurückgetreten sind, sich kritisch über den Präsidenten geäußert haben, ihm das Vertrauen entzogen haben oder von seiner Seite gewichen sind, zeigt das die Wurzel des Übels bei aller berechtigten Kritik an der eigenen Person. Dass der Präsident Klaus Vogt und eine Mehrheit im Vereinsbeirat auf eine derartige Weise herrschen können, ist für mich einmalig und nicht erklärbar. Wer inhaltliche Kritik an der Arbeit von Präsident oder Vereinsbeirat äußert, wird öffentlich diskreditiert, weil damit am einfachsten von den Inhalten in der Kritik abgelenkt werden kann. Kann ich mal ganz kurz nachfragen? Also da musste ich tatsächlich kurz mal nachdenken. Hattest du das Gefühl, dass Christian Riedmüller, Susanne Schosser oder Martin Bitzer im Vorfeld ihres Rücktritts diskreditiert wurden, gezielt? Also es kann sein, dass es so ist, schreibt es gerne in die Kommentare, mir ist es halt nicht aufgefallen. Wenn man jetzt darauf abzielt, dass auf Twitter diverse Leute ihre Meinung ins Netz posten, ich nehme mich da nicht aus und du bist ja auch dabei, dann ist das für mich jetzt kein Diskreditieren in dem Sinne, wie es glaube ich Christian Riedmüller hier meint. Also mir ist es einfach nicht bewusst. Es kann natürlich schon sein, dass das versucht wird, aber bislang habe ich das vermehrt eher in Richtung Vogt wahrgenommen. Also dass man da dann diskreditiert. Also wollte ich jetzt nur mal kurz nachfragen, ob ich da irgendwas verpasst habe. Aber es kann auch sein, dass ich das irgendwie komplett gerade vergesse und irgendwas übersehen habe, aber ja, ergänzt uns da gerne. Nee, bin ich bei dir. Ich lese trotzdem weiter. Gerne. Das war unter anderem bei Hitzelsberger bei den Berichterstattungen vor. Muss ich doch nochmal unterbrechen, das stimmt. Bei Thomas Hitzelsberger war das schon spürbar, dass der Wind auch medial aus einer anderen Richtung wehte. Ja, klar. Wobei ich glaube, damals ziehte die Kritik von vielen Berichterstattern darauf hin ab, dass er halt so nach einer gewissen Machtfülle strebte. Also tatsächlich kommt das bei der Diskussion immer zu kurz. Da heißt es immer, der Vogt hat den Hitz abgesägt und deswegen ist der Gang und die Leute vergessen anscheinend, dass Thomas Hitzelsberger Präsident und CEO in Personalunion werden wollte. Also was würden die Leute jetzt mit Alex Werle machen, wenn der sagt, ich trete bei der Präsidentwahl an. Also die würden ihn auch zerreißen. Also er hat einfach tatsächlich, also ich finde Thomas Hitzelsberger super, ich schätze ihn sehr, aber er hat den VfB nicht verstanden. Dass du das schon dazu sagen musst, weil es sonst halt gleich wieder heißt, du wärst irgendwie ein Vogtjünger oder sonst irgendwas. Nein, es geht mir wirklich darum, sollte es so sein, dass es irgendwelche Medienberichte gibt und damit meine ich jetzt nicht allein das Kicker-Interview, weil das ist für mich auch keine, also von Klaus Vogt, das war für mich jetzt auch kein hinterhältiger Angriff, sondern da gibt es halt ein Interview von Klaus Vogt und er gibt seine Sicht der Dinge wieder und die kann man gut oder schlecht finden oder was auch immer neutral bewerten. Und dass ein Präsident des Klubs das nicht machen sollte, ohne das mit dem Klub abzusprechen, auch klar, brauchen wir nicht drüber reden, ist nicht die feine englische Art, das gilt aber auch für viele andere Sachen, die ich in den letzten Wochen so erleben musste. Das eine wiegt aber das andere nicht auf, da sind wir uns glaube ich einig, da hätten sich eine ganze Menge Leute einfach würdiger verhalten können, Punkt. Nur dennoch finde ich halt, dass man jemanden vorwirft, er würde gezielt Leute diskreditieren und das führt dann letztlich zur Amtsniederlegung, das würde ich noch mal gerne konkretisiert haben, weil sollte das so sein, finde ich, sind das zum einen natürlich dann legitime und aber vor allem schwerwiegende Vorwürfe und darüber sollten wir als Mitglieder dann auch Bescheid wissen. Absolut, ja. Wenn wir da was übersehen haben, machen wir das nicht, weil wir hier irgendwie versuchen, irgendjemanden zu schützen, sondern weil wir zu doof sind, uns manche Sachen zu merken. Absolut, ja. So, hast du noch ein bisschen was auf der Pfanne? Wir haben noch einiges hier. Oh, okay, sorry. Also, das war kürzer. Das war unter anderem bei Hitzelsberger, bei den Berichterstattungen vor der Wiederwahl des Präsidenten oder nach den Rücktrittsschreibungen von Schusser und Bitzersow. Zu lange habe ich fälschlicherweise gedacht, dass ich das mit verändern könnte, habe mich aufgerieben, habe ich Fehlentscheidungen getroffen. Zum Beispiel muss auch ich mir den Vorwurf gefallen lassen, dass wir die Mitglieder nicht frühzeitig und ehrlich über die geplante Änderung beim Aufsichtsratsvorsitz informiert haben. Mit meinem Rücktritt. Stopp. Ja. Da frage ich mich, wäre es nicht jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen, zu begründen, warum man sich so entschieden hat? Das würde ich einfach immer gern verstehen können. Ja, ich glaube, das wissen die nicht. Wäre nicht so gut. Wie auf, egal. Ich glaube, ich glaube, also auch nach dem Gespräch mit Rainer Adrian, ich glaube, die drei dachten, das passt halt schon so. Das ist okay. Gut. Ja. Also, das ist meine persönliche Einschätzung. Es wäre überraschend, wenn es so wäre, aber gut. Gerne weiter. Mit meinem Rücktritt ziehe ich die notwendige Konsequenz. Und ich schaffe damit die Möglichkeit, dass bereits bei der kommenden Mitgliederversammlung meine Nachfolgerin, beziehungsweise mein Nachfolger fürs Präsidium gewählt werden kann. Finde ich super. Ich finde es aber dann auch wieder interessant, dass Christian Riedmüller und Rainer Adrian vor zwei Wochen gesagt haben, nee, wir stellen uns der Vertrauensfrage. Das war mal der Plan. Das war der Plan. Und jetzt zwei Wochen später tritt man zurück. Das war aber auch vor PDF-Leaks. Ja, wahrscheinlich. Also, es ist alles, also die Lage ist... Volatil. Volatil, ja. Also, ich wünsche der Mitgliederversammlung als oberstem Souverän unseres VfB, dass sie zum Wohl des Vereins die richtigen personellen und satzungsrelevanten Entscheidungen trifft. Ich möchte mich bei den vielen Menschen bedanken, die ich in meiner VfB-Zeit kennenlernen konnte. Stellvertretend gilt mein Dank insbesondere Rainer Adrian, mit dem mich eine kritisch-konstruktive Arbeit für den Verein verbindet. Ich weiß, welche zusätzliche Verantwortung mein Rücktritt für ihn bedeutet. Ich wünsche mir, dass Rainer Adrian jetzt die notwendige Unterstützung von euch bekommt, dass die Mitglieder ihm bei der nächsten Mitgliedsversammlung das Vertrauen aussprechen. Finde ich auch spannend, weil das ist ja auch wieder komplett konträr zur Forderung der Cannsteller Kurve, inklusive mittlerweile, glaube ich, 250 verschiedenen OFCs. Und ich danke Bernadette Martini und Werner Gast dafür, dass sie sich trotz allem Gegenwind im Vereinsbeirat treu bleiben und für unseren VfB kämpfen. Ich hatte eine interessante und lehrreiche Zeit bei einem überragenden Verein. Ich gehe zu einem Zeitpunkt, an dem wir attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen und kurz vor dem Einzug in die Champions League stehen. Im e.V. sind die Finanzen so gut wie selten zuvor mit einer sehr guten Prognose für die kommenden Jahre. Sportlich haben wir unter anderem ein Top-Leichtathletik-Team mit Medaillenchancen unter anderem bei den Paralympics in Paris. Die Faustball-Herren sind gerade deutscher Meister geworden. Ich habe viele fantastische Menschen kennengelernt und viel gelernt. Ich gehe in der Gewissheit viel Einsatz, der mich an den Rand meiner Kräfte gebracht hat, geleistet und manche Fehler gemacht zu haben, aus denen ich hoffentlich lernen werde. Ich danke den vielen Ehrenamtlichen im Verein, unter anderem den Abteilungsleitern, Vorstand und Aufsichtsrat, den VfB-Mitarbeitern sowie den vielen Fans und Mitgliedern, die mich bis zuletzt unterstützt haben. Und ich freue mich darauf, euch wiederzusehen, am besten sehr bald irgendwo in Europa. Herzliche Grüße, euer Christian Riedmüller. Sebastian, vielen Dank für deinen Einsatz. Da gibt es sogar Applaus. Ich habe es gerne gelesen, weil ich finde, das ist ein Abschied schon mit Stil. Also es ist ein langer Text und wir haben ein paar Punkte rausgearbeitet, die dann zum Teil einfach tatsächlich nicht richtig sind. Also wie diese Pärchenwahl fürs Präsidium, andere Sachen, über die man diskutieren kann. Aber ich finde, im Grunde ist das ein würdiges Abschiedsstatement. Ja, also bin ich absolut bei dir. Ich möchte auch noch dazu sagen, also ich habe ja Christian Riedmüller auch kennenlernen dürfen, ein paar Mal. Und also was du immer bei ihm gemerkt hast, er lebt VfB total. Er ist sehr emotional. Er will nach vorne sozusagen. Er hat seine Ideen. Das hat mir eigentlich immer imponiert. Ich mag das. Also ich mag so einen Drive, den du mit reinbringst. Keine Frage. Es gab dann auch mal Themen, da waren Christian und ich definitiv anderer Meinungen. Aber was er immer geschafft hat, ist mir seine Ideen so nahe zu bringen, dass ich zumindest mal nachvollziehen konnte, wo er hin wollte. Und ich hatte auch das Gefühl, dass er durchaus die Mitgliedschaft, die Fans und so, das hat er eigentlich alles verstanden. Also das war mit Sicherheit jetzt eine Fehlbesetzung. Warum es am Ende nicht klappte, und das muss man ja auf das runterbrechen, dass er zusammen mit Klaus Vogt oder Klaus Vogt mit ihm irgendwie eine Basis finden konnte, da sind mir einfach zu viele Meinungen, so möchte ich es mal sagen, aktuell im Umlauf. Für mich ist es einfach so, es fällt mir enorm schwer, das habe ich letzte Woche schon gesagt und daran hat sich eigentlich nicht viel verändert, dem aktuellen Präsidium, da schließe ich Christian Riedmüller mit ein, zu vertrauen und zu glauben. Es geht jetzt nicht nur um die Namen, aber ich finde es halt auch so schade, weil das wird mir auch schwerfallen bei den NachfolgerInnen dieser drei Kandidaten, die es ja zwangsläufig irgendwann mal geben wird. Bei Christian ist es halt jetzt der Fall, bei anderen wird es irgendwann mal der Fall sein, bei dem einen früher, bei dem anderen später oder vielleicht auch bei beiden nächste Woche, wer weiß es ja nicht so hundertprozentig. Nee, aber das ist eigentlich das, was mich so frustriert. Ja, wir haben nach Wolfgang Dietrich einfach wirklich eine Zeit gebraucht, um uns als EV wieder zu konsolidieren und auch wieder eine Basis herzustellen, ein Miteinander herzustellen. Natürlich gibt es da Steuerfeuer, die wird es aber immer geben. Wir haben das hier schon mal rausgearbeitet, diese Ausgliederungsform, die wir gewählt haben, die hat einfach ein gewisses Konfliktpotenzial. Es wird immer Verlierer geben und Gewinner in der Diskussion und wer darüber nicht hinwegsehen kann und dann wirklich zum Wohle des Vereins handelt, der wird hier immer anstoßen. So ist es einfach. Und das ist eigentlich das, was ich jetzt so mitnehme, denn im ersten Moment fand ich es schade, dass Christian Riedmüller gegangen ist, weil ich gemerkt habe, okay, es ist nicht möglich gewesen, dass dieses Präsidium wirklich konstruktiv und zielführend zusammenarbeitet. Dass es bei Streitpunkten die Möglichkeit von Verhandlungen gibt und dann halt einheitlich werden Ideen nach vorne gebracht. Und ich kann dir nicht sagen, liegt das jetzt an Klaus Vogt, liegt es an Christian Riedmüller oder an Rainer Adrien. Das weiß ich nicht am Ende. Was für mich übrig bleibt aus diesem ganzen Thema, das wir jetzt die letzten Wochen begleitet haben, ist ein massiver Vertrauensbruch allen handelnden Personen gegenüber. Du weißt gar nicht mehr so richtig, wo du bist. Du hast das Gefühl, dass, letzte Woche habe ich gesagt, kaum einer wirklich Verantwortung übernimmt. Christian ist jetzt einer, der Verantwortung übernimmt, der sagt, okay, ich habe Fehler gemacht. Das ist das eine. Das andere ist, ich sehe hier keine Basis mehr, auf die ich aufbauen kann zwischen den jetzt noch verbliebenen Personen im Vereinsbeirat, im Präsidium. Ich ziehe meine Konsequenzen und trete zurück. Es ist natürlich auch taktisch, glaube ich, ganz klug, weil auch er wird bemerkt haben, okay, das wird sehr, sehr eng am 28. Juli mit der Vertrauensfrage und dann gehe ich lieber im Vorfeld, erhöhe dadurch vielleicht auch den Druck auf andere Präsidiumsmitglieder. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Dass er in seinem Statement dann Rainer Adrion nochmal adressiert und den Mitgliedern mit auf den Weg gibt, ihn noch in seinem Amt zu bestätigen, ist ja auch jetzt kein Zufall. Nein, natürlich nicht. Nichts ist Zufall. Also die Leute, die da agieren, die sind sehr intelligent und das, was sie sagen, da stecken normalerweise viele Gedanken dahinter. Aber genau das ist doch das Problem. Das ist doch das Kernproblem, das wir aktuell haben hier beim VfB. Es fällt so schwer, den Leuten, den handelnden Personen zu vertrauen und auch wieder so eine Basis zu schaffen für die Zukunft, den gewählten Vertretern unserer Mitglieder sozusagen so einen Vertrauensvorschuss einzuräumen. Weil du hast das Gefühl, das haben wir diesmal gemacht und zwar allen dreien gegenüber. Das waren unglaublich hohe Werte, die erzielt wurden. Und ein Stück weit fühlt man sich halt verarscht, so jetzt aktuell. Und das zu kitten geht, glaube ich, und das habe ich auch schon mal gesagt, geht, glaube ich, nur durch volle Transparenz und Offenheit. Und auch hier fehlt mir jetzt zum Beispiel wieder diese Thematik, um die sich ja seit Wochen dreht. Was ist mit den Absichtserklärungen? Welche Überlegungen stecken dahinter, Klaus Vogt unbedingt jetzt sofort absetzen zu müssen als Aufsichtsratsvorsitzender? Da sind so viele Punkte dabei, die Christian aufgeführt hat, die auch valide sind, die man auch als Diskussionsgrundlage mitnehmen kann. Aber der Hauptauslöser der aktuellen Krise wird von keinem richtig adressiert. Da denke ich mir, warum macht ihr das nicht? Selbst beim Rücktritt würde ich es wichtig, gerade dann würde ich es wichtig finden, dass es endlich mal eine Auflösung gibt dieser Story und ein bisschen mehr Licht ins Dunkel. Weil ich glaube, es wird nur so gehen, dass wir wieder Vertrauen fassen können. Also in die Personen, die wir jetzt aufgezählt haben, wird es das vielleicht nie wieder geben. Aber es ist wichtig, den Nachfolger innen gegenüber hier reinen Tisch zu machen. Und ich fand sein Statement auch gut, muss ich ganz ehrlich sagen. War gut vorgetragen. Das war alles drin, was ihm, glaube ich, wichtig war. Aber es fehlte halt ein entscheidender Punkt. Und zwar der, den die Mitglieder momentan so krass diskutieren wie selten irgendwas zuvor beim VfB Stuttgart. Und ja, da erwarte ich halt dann noch ein bisschen mehr. Grundsätzlich, du hast es vorhin schon mal angesprochen, muss man sagen, der eigentliche Plan, der wird jetzt gerissen. Man wollte eigentlich zusammen mit Rainer Adrion und Christian Riedmüller dann eben die Mitgliederversammlung nutzen, um die Vertrauensfrage zu stellen. Das wird es jetzt nicht geben, zumindest mal nicht für Christian. Da ist es aber so, dass natürlich bei der nächsten Mitgliederversammlung was ganz anderes entsteht, nämlich eine Nachbesetzung im Präsidium. Also es wird Nachwahlen für die verbleibende Dauer der Amtszeit von Christian Riedmüller auf der nächsten MV geben. Das Gute ist, das Präsidium bleibt natürlich jetzt auch ohne Christian Riedmüller voll handlungsfähig. Allerdings ergibt sich eine neue Situation, wenn Klaus Vogt und Rainer Adrion bei Themen unterschiedliche Standpunkte vertreten. Und da wird es jetzt ein bisschen kompliziert. Die Satzung sagt, bei Stimmgleichheit entscheidet der Präsident. Also bei einer Paz-Situation, Doppelstimme Präsident, das ist das eine. Dennoch könnte Rainer Adrion Entscheidungen blockieren. Der EV wird laut Satzung durch zwei Präsidiumsmitglieder gemeinschaftlich vertreten. Das wäre nicht mehr der Fall, wenn Adrion Entscheidungen zum Beispiel dann in Interviews, also im Außenverhältnis, das EV nicht mitträgt. Also dann wird es kompliziert. Also wenn jetzt Vogt praktisch sich gegen Adrion hinweg setzt und er dann in einem Interview sagt, aber das sehe ich komplett anders als Klaus Vogt, dann wird es hakelig. So habe ich das verstanden. Genau, das ist so ein bisschen dann Martin Kind mäßig halt. Ja, das ist natürlich jetzt ein harter Vergleich. Aber wir meinen, ja, es ist auf jeden Fall, glaube ich aber, möglich, dass Rainer Adrion und Klaus Vogt das Ding zumindest mal bis zum 28.7. noch wuppen. Also da bin ich eigentlich zuversichtlich, was das angeht. Für den Aufsichtsrat könnten, sofern im Vorfeld bestimmt, ein Ersatzmitglied nachrücken. Ich weiß nicht, ob es die bei uns gibt, ehrlicherweise, aber das wäre eine Möglichkeit, sollte es dieses nicht geben. Findet natürlich eine Wahl durch die Hauptversammlung der AG statt. Und ja, in dieser Hauptversammlung hat der EV, also Vogt und Adrion, 75,1 Prozent der Stimmen. Das heißt, da würde dann natürlich auch wieder einer vom EV berufen werden, für den Aufsichtsrat, vom Aufsichtsrat berufen werden in, äh, wie? Vom EV berufen werden in den Aufsichtsrat, aber tatsächlich an Aufsichtsräten und Reden haben wir auch keinen Mangel. Und es sollen ja sogar noch mehr jetzt werden. Sebastian, lenkt schon aufs nächste Thema über. Das war auch ein interessanter Medienbericht, den man Anfang der Woche lesen konnte. Denn angeblich war Armin Fee am Freitag, am vergangenen Freitag in Stuttgart und hat sich beim Aufsichtsrat mal vorgestellt. Ich weiß nicht genau, wie sowas abläuft. Also ich denke mal, da werden ja Leute... Ich habe schon gepitcht mit der PowerPoint. Ne, ich meine, der wird ja eingeladen dann. Also du kannst ja nicht einfach mal vorbeikommen. Also, hi, ich habe was zu sagen. Hallo, ich bin der Armin. Also der Plan sieht wovor, das berichtet zumindest der Kicker, dass unser Aufsichtsrat nicht verkleinert wird, sondern sogar nochmal vergrößert, nämlich auf zwölf Aufsichtsräte. Und jetzt vermute ich dann eher auf elf, dann... Aber einen müsstest du ja nachbesetzen. Genau, einen müsstest du nachbesetzen. Dann wieder zwölf. Oder der Armin Fee wusste schon etwas, was wir alle noch nicht wussten und hat sich schon mal für Christian Riedmüllers Stelle in Stellung gebracht. Das könnte natürlich auch noch sein. Ne, aber eigentlich, so habe ich das im Kicker verstanden, ist es so, dass der Aufsichtsrat auf zwölf Räte anwachsen soll. Ja, klar. Also zwölf. Ich meine, wir haben schon elf. Ich glaube, das ist mehr als jede andere Bundesliga. Seid doch nicht so zynisch. Zwölf, 13, 18, 20, ist ja egal. Also immer alle rein. Also es geht hier explizit um die Sportkompetenz, die beim VfB im Aufsichtsrat fehlt. Rainer Adrian bringt die mit, ist aber der Einzige. Und jetzt soll noch Armin Fee kommen. Der hat 2007 die Meisterschaft mit dem VfB Stuttgart gewonnen. Ihr werdet euch erinnern können. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Absolut. Das war eine herausragende Leistung. Ich sage mal so, ich hatte mal einen richtig tollen Sommer. Da habe ich es geschafft, an mehreren Wochenenden die 100 Kilometer mit dem Rennrad zu absolvieren. Das war aber wirklich der einzige Sommer, wo ich mal richtig performt habe. Die restlichen Sommer war ich eher so sporadisch mit dem Rad unterwegs. Und jetzt, warum erzähle ich das? Bei Armin Fee verlief die Karriere ähnlich. Es gab diesen einen Peak. Er hat wirklich Unfassbares mit dem VfB Stuttgart erreicht. Und hatte danach, ich sage mal so, seine Schwierigkeiten, wieder an alte Erfolge anzuknüpfen. Genau. Und Armin Fee war ja auch nochmal beim VfB. Das war jetzt dann nicht ganz so glorreich wie 2007. Dem einen oder anderen wird das gar nicht aufgefallen sein. Es waren nur wenige Tage. Ich erinnere mich an die grüne Jacke. Die war richtig gut. Und dann war er nochmal in Köln. Und mir hat heute jemand geschrieben. Das war ein bisschen gehässig. Armin Fees Königstransfer beim 1. FC Köln war? Florian Wirtz. Zu Leverkusen. Ja, ich wusste ja, was du jetzt sagst. Das hätte ich dich auch hängen lassen können. Nee, also ich hätte das auch sonst gesagt. Also ich sehe die sportliche Kompetenz nicht. Die Armin Fee reinbringt. Er ist dann 2019, 2020 bei Köln ausgeschieden. Seitdem findet seine sportliche Kompetenz im Doppelpass statt. Er hat halt schon mehr als Beate Bechtade. Jo. Mir muss jetzt erstmal einer erklären, warum es jetzt sinnvoll ist, nochmal einen zwölften Platz sozusagen im Aufsichtsrat aufzumachen. Was genau bringt das? Also das muss mir erstmal jemand erklären. Und dann möchte ich jemanden haben, der da reinkommt, der irgendwas reinbringt, was niemand anders mit reinbringen kann. Und es fehlt ja eine Menge. Ja, es fehlt eine Menge. Es fehlt sportliche Kompetenz. Aber die sehe ich jetzt, sorry, aber durch Armin Fee nicht unbedingt gegeben. Das ist das eine Ding. Also das ist ja in Köln jetzt nicht unbedingt. Aber wir können festhalten, dass die Sportkompetenz im Aufsichtsrat durch die Zunahme von Armin Fee sich nicht verringern würde. Das ist richtig, ja. Aber du siehst jetzt auch nicht eine potenzielle... Ich sehe jetzt kein potenzielles Wachstum. Und mein anderes Problem ist da auch tatsächlich, also der Aufsichtsrat per Namen, was soll er machen, den Vorstand beaufsichtigen. Klar, die sagen dir, nein, erstmal beraten und so weiter. Aber natürlich ist der Aufsichtsrat dafür da, zu gucken, was macht denn der Vorstand des VfB Stuttgart. Und dann holst du dir als Aufsichtsrat jemanden wie Armin Fee, der, wer ist, ein guter Buddy von Alex Werle, weil die zusammen in Köln Sportdirektoren waren. Und das finde ich halt auch schon wieder schwierig. Das hat ein Geschmäckle. Das hat ein Geschmäckle. Du holst dir eine Aufsichtsperson rein und diejenige Person, die er beaufsichtigen soll, ist jemand, mit dem er lange Zeit zusammengearbeitet hat. Also finde ich tatsächlich schwierig. Aber natürlich haben alle Menschen die Möglichkeit, uns davon zu überzeugen, also uns Mitglieder und Fans, warum das der richtige Weg sein könnte. Und ein Weg könnte sein, hier einfach bei SDR vorbeizukommen, lieber Armin Fee, und einfach mal so die Präsentation zumindest anzureißen, die es am Freitag für die anderen Aufsichtsräte gab. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass Armin Fee Argumente liefern kann, die für ihn sprechen. Das Blöde ist nur, ich kenne sie jetzt nicht. Und dann, wie gesagt, dann gibt es durchaus Verknüpfungen. Da wird man beim VfB sofort hellhörig und denkt sich so, ob das der richtige Weg für den VfB Stuttgart sein sollte. Wir wissen es nicht. Ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Wie seht ihr es? Wäre für euch, Armin Fee, der richtige Mann für den Aufsichtsrat? Wenn nicht, dann schreibt gerne eure Vorschläge, wen ihr in den Aufsichtsrat des VfB Stuttgart wählen würdet, wenn ihr denn könntet. Fände ich gut. Ja, mach das mal. Gut, Sebastian, wir haben noch ein letztes Thema. Ich bin froh, dass wir dieses vereinspolitische Thema hier so mehr oder weniger jetzt abgewirkt haben. Aber wir haben noch ein ganz wichtiges vereinspolitisches Thema, denn es gibt eine herausragende Podiumsdiskussion, habe ich mir sagen lassen. Ja, und zwar von unserem Gastgeber hier, dem VfB Fanprojekt. Und die haben am nächsten, nein, am übernächsten Mittwoch eine Veranstaltung. Guck mal an, da haben wir ja Sender. Nein, aber nicht hier, sondern in Cannstatt. Ah, da war ich schon. Ja, da warst du schon, da hast du schon einen Livestream gemacht. Vielleicht hast du auch am 24.04. wieder Dienst, denn ich finde das relativ cool. Also das VfB Fanprojekt präsentiert eine Veranstaltung und die heißt, wie fair können Sportwetten sein? Und das ist natürlich durchaus spannend, auch gerade für VfB Fans, mit unserem Trikotsponsor Winamax. Und das Ganze findet statt am 24.04. um 19 Uhr, also in genau zwei Wochen. Aber nicht hier, denn sonst könnten wir ihn nicht aufnehmen in zwei Wochen, sondern im Cannen in Bad Cannstatt, wie schon erwähnt. Und es gibt illustre Gäste. Und einmal ist Daniel Kessler dabei, der ist VfB Fan und war betroffen von Glücksspielzucht. Also der ist wirklich in diese Wettfalle komplett reingetappt, hat ein Buch drüber geschrieben, ziemlich spannend. Und der wird teilnehmen und kann dann wirklich aus Betroffenen-Sicht mal schildern, wie diese Sucht sich dann... Moment, ist das der, der im Sommer mit der Litfaßsäule unterwegs hat? Nein, das war ein anderer. Der ist ein anderer, also Daniel Kessler als Betroffener. Dann haben wir am Start, und das finde ich total spannend, Felix Boddenberg von Winamax Deutschland. Also der Sponsor stellt sich, finde ich super gut, also wirklich an der Stelle Props. So funktioniert Dialog. Genau. Und wir haben dann noch Florian Friedrich von Chargeback24. Und ich glaube, das ist so eine Organisation, die sich insgesamt so ein bisschen gegen das Glücksspiel stellt. Ja, die setzen sich, glaube ich, für Menschen ein, die viel Geld beim Glücksspiel verloren haben und versuchen dann über rechtliche Tricks, sind es ja eigentlich nicht, sondern über ganz normales Recht sozusagen das Geld der betroffenen Personen wieder zurückzuholen von den sich vollstopfenden Wettanbietern. Genau. Und die drei unter anderem diskutieren dann am 24.04. in Cannstatt darüber, wie fair denn Sportwetten sind und ob Sportwetten im Fußball überhaupt einen Platz haben sollten. Und ich finde das durchaus spannend. Und wie gesagt, ich finde es auch schön, dass Winamax da mit am Start ist. Also ich glaube, der Felix Boddenberg ist nicht der, mit dem wir mal im Sommer gesprochen haben. Das war er nicht. Ja, aber wirklich eine gute Veranstaltung. Wir werden leider nicht dabei sein, weil wir zeitgleich hier aufnehmen. Über Vereinspolitik reden. Über Vereinspolitik reden. Vermutlich mal gucken, wer dann zurückgetreten ist oder sich für den Aufsichtsrat irgendwie empfohlen hat. Moderiert wird das Ganze natürlich von The Man, The Legend, Bernd Sauter. Da könnt ihr drauf wetten, ja. So, Sebastian, wir haben es mal wieder geschafft. Relativ lange Sendung. Ja. Eigentlich wollten wir... Ich kann ja auch morgen ausschlafen. Ja, Gott sei Dank. Eigentlich wollten wir wirklich auch eine lange Sendung produzieren. Wir wollten aber explizit über die Zukunft, die kadertechnische Zukunft des VfB gehört sprechen. Dann kam wieder die Vereinspolitik um die Ecke und ich wage mal eine Prognose. Also vorhin hatten wir ja die Prognosen bei den Leihspielern. Jetzt wage ich die Prognose bei den Themen für die nächste Woche. Vereinspolitik 95 Prozent, alles andere... Mindestens, ja. Alles andere, aber auch 100 Prozent. Also ihr könnt euch darauf freuen. Auch in der kommenden Woche werden wir ja ausführlich über den VfB Schickert sprechen, über die Vereinspolitik des VfB Schickert. Und vielleicht können wir das Thema Christian Riedmüller dann nochmal etwas genauer beleuchten, denn seht es uns nach. Diese Nachricht ging halt heute 13 Uhr über den ETA, wenn man so möchte. Und in der Kürze der Zeit ist es dann auch nicht so leicht, sich zusätzliche Informationen einzuholen, um das Thema hier adäquat diskutieren zu können. Und ich würde sagen, aufgeregt haben wir uns in den letzten Wochen eh schon genug. Deswegen heute eine etwas entspanntere Umgangsweise mit diesem Thema. Du musst das ja auch entspannt mittlerweile nehmen, oder? Entspannt euch doch mal. Ja, entspannt euch doch mal. Was ist irgendwo auf deinem Board? Komm, du mal raus. Und solange Ricky den Sound sucht, sag ich noch, also wenn ihr ja noch ein Ticket... Entspannt euch meistens. Ach so. Beides gleichzeitig geht nicht. Gut. Also gut, jetzt sind wir schon am Ende der Sendung. Ich verspreche euch, wenn ihr dranbleibt, dann wird euch Alex Werde noch ein entspanntes Wochenende wünschen. Und falls ihr noch ein Ticket gegen die Bayern für mich übrig habt, schreibt in die Kommentare. Ach so, wenn wir schon dabei sind, wenn ihr eine Dauerkarte in der Cannstatter Kurve habt für die kommende Saison, bitte meldet euch, ad Ricky Palm oder ad Butz auf Twitter. Tschüss. Und ich habe noch ein Vogelhäuschen zu verkaufen. Ich nicht. Entspannt euch ein bisschen.